Ich habe den Stream angeworfen. Ich habe den Stream auch angeworfen. Oh, muss ich wieder 5 drücken? Willkommen, willkommen, willkommen. Wir spielen heute mit einem neuen Charakter. Oh nein, weil die hat geklärt. Es wird angegriffen. Darf ich mich jetzt wieder bewegen oder brauchst du mich noch missbrauchen für deine Zwecke? Das hört sich aber falsch an. Nur ein bisschen. Ey, du bist ja voll gemein. Ich mache das hier so. Ich präsentiere dich richtig und alles, ne? Und du zielst auf mich. Ja, was hast du denn erwartet? Nicht viel. Ja, trotzdem enttäuscht worden, wa? Das spricht ja nur für deine Qualifikation. Ah, aha. Aha, aha. So. Ach, ich wollte Sachen upgraden. Weil ich habe gestern kennengelernt, dass man, ähm, die Baupläne, die man findet, auch aktivieren muss. Und ich habe mich gewundert, warum ich so viele Baupläne einsammle, aber die nie bauen kann. So, wie kann ich die Baupläne jetzt aufwerten? Rechtsklick auf den Bauplan. Also auf einen, äh, ein Teil. Und dann kannst du unten auf das Plus, beziehungsweise da drauf drücken. Und dann siehst du rechts, wann es levelt. Ah. Dann siehst du auch schon was Neues gelernt. Und dadurch hast du halt dann die Sternen, einen Stern höher und dann hast du sie ein bisschen besser. Ah, cool. Ähm. Ich got to know. Manni, da wir uns ja jetzt schon ein wenig kennen, ne? Hast du dein Mikro... Nein, abgelehnt habe, weiß ich nicht. Hast du dein Mikrofon, äh, entmutet? Ja, habe ich. Oh, das hört sich ertappt an. Nein, nein, habe ich tatsächlich. Okay. Habe ich vor dem Stream noch kontrolliert. Ist das bei euch auch so fucking warm? Ja. Also sogar beim Tätowierer hast du die Haare auf dem Leder gesehen, wo der Schweiß runtergelaufen ist. Warme. Das war so ekelhaft und ich saß da nur 20 Minuten drauf. Ach ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr richtig, äh, wach werden sollt, ne? Einfach eben fix, äh, direkt nach dem Aufstehen tätowieren lassen, da ist man dann hellwach. So, damit wir ja keine Zeit verschwenden, machen wir jetzt die Hauptquest, richtig? Was? Ich muss doch alles upgraden. Nix musst du. Was? Ich bin auf der anderen Seite der Karte. Nix. Siehste, haben wir ja noch Zeit. Teleportieren funktioniert nicht. Was? Wieso funktioniert das nicht? Ach, das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Was? Oh, man kann da einfach random Baupläne reinschmeißen. Ach so, ich werde nicht. Ich werde nicht rein paar, w-was? Was? Was? Man kann einfach random Baupläne in die Pistole reinschmeißen, zum Beispiel in den Bauplan? Nicht immer. Ich habe das auch noch nicht ganz geblickt. Okay. Gleich, wenn es die gleiche Stufe ist, also grün mit grün. Oh ja, ich merke es. Das hat nicht geklappt. Was? Das kann auch scheitern? Was? Wie? Was? Nee, nee, ich hatte die SCAR ausgewählt. Das ist eine Stufe 3 Waffe und wollte da Baupläne reinschmeißen. Das hat nicht geklappt. Also, weil ich keine dafür habe. Verstehe. Also, ist es so, dass man wirklich nur grün mit anderen grünen auch verbessern kann oder blau mit anderen blauen? Ich glaube, wenn du einen grünen hast, kannst du nur blaue reinschmeißen und so weiter. Ist nichts höher, oder? Genau. Oh, okay. Ist die Frage, ob sich das rentiert? Äh, bestimmt. Blaue zu verballern? Ja klar, für die blauen brauchst du generell dann entweder das gleiche Bauplan oder das Rohrhol und du brauchst mir abpacken. Willst du eine, wie heißt es gleich noch, eine Rohrzange wirklich als Waffe benutzen? Also, die ist mir dann jetzt doch nicht so wichtig. Okay. Ich habe sie zusammengesetzt, tatsächlich. Uh, jetzt stellen wir doch mal eine Stufe 3 Waffe her. Kannst du nicht? Oder meinst du drei Sterne? Drei Sterne. Machst du. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du eine Stufe 3 Waffe bauen kannst. Und, was ist besonders an der? Und was wird denn da gehabt eigentlich, wenn du einen Stern da reinsetzt? Ähm, warte, ich... Also, die ist jetzt noch nicht mal kalibriert, die Waffe. Die andere war kalibriert. Okay. Und die hat jetzt schon 22 mehr Schaden. 22 mehr Schaden. Sonst noch irgendwas? Geh mal hoch. Moment. Oder hat es irgendwelche Skills jetzt freigeschaltet, oder? Ich weiß auch noch nicht, wie man diese Skills drunten da freischaltet, da. Die sind ja ausgeixt, irgendwie. Äh, Kalibrierung, Moment. Das probieren wir doch mal. Ich hab meine Waffe jetzt auch schon auf K5 kalibriert und, ja, also, ja, nee, ist nicht freigestanden. Ich hab keine Bronze. Da muss man irgendwie... Hör ich so. Alles leer. Du hast Werbung drin. Macht eine Werbepause. Was ist das für eine komische Werbung? Okay. Du hast eine komische Werbung geschalten. Ich, äh, hab da gar nichts gemacht. Ich hab's nur so eingerichtet, dass der nach einer bestimmten Zeit Werbung macht, damit ganz am Anfang des Streams keine Werbung kommt. Also bei mir hat er am Anfang eine Werbung gemacht. Aber vielleicht ist das auch nur wegen dem Multil. Ja, ich weiß es nicht. Aber die Werbung, die da kam, war komisch. Einfach nur so eine Twitch-Werbungszeite. Ja, das finde ich auch komisch. Also es ist keine wirkliche Werbung irgendwie. Ja, die machen Werbung für sich selbst. Ja. Hat was. Boah, ich hab Salz hergestellt. Oh ja, ganz wichtig. Ja, das ist ein Flüchtraum. Dankeschön. Boah, und da kann ich Kaninchenfleisch reinschmeißen. Also Salz ist ganz wichtig. Da kannst du so viele Sachen damit machen. Also essensmäßig. Ah, okay, es war kein Sarkasmus. Nee, ich hab auch kurz überlegt. Nee, ist es nicht. Du musst ja immer noch... Exu ist wichtig. Ich bin so ein Typ Mensch, ich frag auch andauernd, ob das Sarkasmus ist. Ja, weil, also ich verstehe es halt auch einfach nicht raus, wenn, also... Ich hör das halt einfach nicht, wenn jemand was nicht ernst meint. Ach doch, das merkt man überhaupt nicht bei dir. Was meinst du? Nix. Erklär dich bitte. Jetzt? Das... Das war ernst gemeint. Ich glaube, wir müssen wieder umziehen. Oh, warum? Hier gibt's Eisen, wo ich bin. Wir brauchen Eisen. Und hier sind die T3-Stubs. Oh. Da wir eigentlich T2-mäßig fertig sind und wir mit der Hauptstory so hinten nach sind und noch immer eigentlich im T1-T2-Bereich sind... Ich... Ja, ich brauche mich mal nach Hause. Möchtest du unserem Team nicht beitreten? Ähm... Ähm... Ich weiß nicht. Ähm... Äh, 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 ja. Ich muss mich erst mal hinlegen und mit meiner Katze kuscheln. Ja, ja. Ich hab sogar zwei. Ja, freut mich. Ja, äh, bist du nochmal hingelaufen? Ja. Auch eben grad schon nochmal wieder? Ja. Keine Katze für mich. Die gibt's bei zwei Spots. Die gibt's in beiden Städten. Erste Stadt und zweite Stadt. Ich mein ja nicht. Von dem hab ich die noch nicht bekommen. Tio. Oh, fuck yeah. Hehe. Die macht knapp 100 Schaden mehr. Das find ich gut. Und jetzt hast du noch einen schönen Mod rein. Jo. Oh, ja. Sehr nice. Ja, das frag ich. Ich weiß nicht, wie viel... ...Kritt die Pistole so hat. Ob sich ein Kritt-Mod lohnt? Ja, doch. Hast du die Sachen gekauft oder hast du die ganzen... Ja, ja. Die konnte man kaufen für gerade mal 1000. Also hab ich da jetzt nicht, äh, Geld gespart. Und da die multifunktional sind... ...ja, Geld gespart ist so ne Sache. Ich bin pleite. Die Bau... ...Baupläne, beziehungsweise die T3-Sachen, die du baust, kosten so zwischen... ...500, 1000 und 2000 von dieser Währung. Bäh. Mh, ein bisschen teuer. Also T3-Pistolen zum Beispiel kostet 1100. T4-Pistole kostet 2200. Ich hab mir ein Gewehr geholt, was hat das gekostet? Das hat 2200 gekostet. Nee, das hat 1100, okay. Und Rüstung ist auch ordentlich. Da bist du bei 550 bei ner Rüstung. Pro Teil. Das wär schon wieder ekelhaft. Also ich hab schon fast kein Geld mehr. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt machen soll. Äh, ich würd sagen... ...da gibt es ne einfache Möglichkeit für... ...Fest! Was? Ich hab da so nen großen... Wolltest du das sagen? Ja. Oh, es tut mir leid. Schäm dich! Dafür hab ich ne Sumsebiene und du nicht. Dafür bin ich schon am Questpunkt. Und darfst jetzt warten. Ja. So. Jetzt hab ich mich entleert. Oh, bitte nicht. Blech. Blech, 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 blech. Nicht das entleern. Achso. Geh, wieso liegt der nase tot auf meinem... ...Geschild? Okay. Oh, das könnte ich gewesen sein. Das könnte auch mein Geschütz sein. Ich hab so nen tolle Geschützturm. Vielleicht schießt er auch, äh, Viecher ab. Echt? Ich weiß nicht, es hat, lag sehr nahe am Geschützturm. Mmhm. Du bist echt schon dort? Wo ist denn das überhaupt? Oh Gott, das ist am anderen Ende. Oh Gott, ist das weit weg. Warte mal. Was haben wir denn als Geflüster im Wald, ne? Äh, Geheimnisse im Wald. Oh. Hä? Bei mir heißt es Geflüster im Wald. Bei mir heißt es auch Geflüster. Hast du etwa weitergespielt ohne uns? Na, eigentlich nicht. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. Was müsst ihr denn machen? Ich weiß es nicht. Ihr habt doch den Questpunkt auch da, wo ich den habe, oder nicht? Ne, einer drüber. Wie ein Versuch, das Verlassene, wie auch immer. Hä? War ich da schon? Ja, du bist vermutlich, vermutlich muss man da nur durchringen. Ja. Und dann schwafeln die und dann hast du schon den nächsten Quest. Es gibt übrigens. Hast du dich geportet, oder wie bist du? Wo bist du denn? Ja. Ja. Alles viel Geld. Aktuell, ja. Aber Mensch, hab nichts mehr. Oh, wow. So, gibt es denn neue Dailies? Dailies, ah ne, das war Weeklys, ne? Ja, wo sind die Dailies? Weißt du, wo die Dailies sind? Da soll man angeblich die Währung bekommen. Ne. Hm, muss ich mal googeln. Ich fahre gegen jeden, in jede Wand fahrt. Also, mit nem frisch tätowierten Knie Motorrad fahren ist echt nicht geil. Ach was? Hast du auch schon so nen hautengen Anzug an? Äh, ne, ich bin mit Jeans gefahren. Okay. Das wär dann richtig hart. Ja. Ne, die hat aber trotzdem genug gespannt. Ja, glaub ich, ja. Ah. Ne, heute ist zu warm, irgendwie Motorrad zu fahren. Besonders mit Kluft oder sowas. Da, da hältst du an und fällst vom Motorrad. Musst du halt die Kluft voll mit kaltem Wasser trinken. Äh. Dass sie richtig dran klebt. Äh. Oh ja, geil. Naja, wenn er ne halbe Stunde fährt, kippt sie ja so oder so. Oder 15 Minuten. Ne, ne, nur beim Anhalten wird's ja warm, ne? Also, wenn du fährst, ist es zum Glück echt angenehm. Oh, oh. Nur in kurzer Hose wollte ich dann doch nicht fahren. Nicht, dass da so ne Sumsebiene oder sowas reinknallt. Ja, das könnte ein bisschen weh tun. Mhm. Vor allem kriegt sie dann ja auch nicht während der Fahrt mal eben wieder da raus. Ne, da bleibt nix kleben. Ich hab ein... Das wird einfach nur Batsch. Ich hab ein... ...Huddy bekommen. Was? Und das? Was? Wie? Was? Hoodie. 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 Ach, ein Hoodie. Oh, nicht erwischt. Ähm. Geparkt. Dein Motorrad dampft ein bisschen. Ich bin auch nicht gegen den Baum gefahren. Das ist ne Lüge. Typ sich verfallend da. Ich muss da noch hoch. Wir gehen jetzt halt mal die ganzen Überlebenskünfte Finger hier durch, damit die gelben Boppel weggehen. Ach so, heute Morgen der Minecraft-Stream war übrigens wild. Ja. Ja, ich hab auf einmal ein Raid mit 51 Leuten reingekriegt. Und wieso das denn? Ja, woher soll ich das wissen? Oh, ich hab ein zweites Bücherregal. Und zwei Minuten später hatte ich sechs neue Follower. Ey, das ist geil. Doch, schön. Wollte ich grad sagen. Ja, ich saß auch eigentlich, ich glaub drei Minuten nur da und hab, äh, wie behindert in diese Kamera gestartet und wusste überhaupt nicht, was ich sagen. Oder mal, ach, ach. Oh, ich hab drei große Rahmen erhalten. Ne, Rahmen, äh, drei. Ich bin da. Ja, ich hab's gesehen. Auch gegen den Baum gefahren? Ich glaube, man muss auch noch eben nach oben gehen. Ja, den gleichen. Ja, bitte ruhig fängt mal hoch. Ja, entschuldige. Musst du nach oben oder musst du schon nach hier unten? Ich muss hier unten. Oh, das ist im Untergrund toll. Oder ist das im Untergrund? Deswegen steh ich hier vor. Er ist auf dem Boden. Ja. Ich will meine Axt hier ausprobieren. Wo ist hier was? Ah, das hab ich auch noch gespielt in der Demo. Was ist das für ein Schutzhelm, Mann? Geil, oder? Das passt perfekt mit der Maske. Oh, ich hab ne Papierfigur erhalten. Toll. Ah, davon hab ich auch schon zehn Stück. Ah, ich hab noch eine. Zeig. Juhu. Bevor ich da rein gehe, gehe ich erstmal noch in den anderen Raum. Wir kommen ja hier wieder raus eigentlich. Toll, ich war's. Egal. Egal. Äh, hier geht's ja noch voll weit runter. Ach nee, Moment. Das war die andere Tür. Hier ist noch ne Mülltonne, die ich nicht gelootet hab. Hier hinten ist auch noch irgendwas. Oh. Hier ist noch ne Kiste. Wait. Oh, hier sind Spind. Hier ist ein Spind zum Looten. Okay. Oh. Ich hab was Falsches gekriegt. So, ich muss mal eben die Notizen nehmen. Äh. Äh, Solo? Ja. Ist es wirklich? Ja. Ich glaub. Ja, ich glaub schon. Äh, was wollen wir machen? Ich weiß es noch nicht. Austin? Oh. Ja, wir sind jetzt, glaub ich, in dieser Parallelwelt oder so. Ah. Yep. Das Ding. Mhm. Ah, der ist schnell tot. Du bist aber schon mal Level 35, 36, 37. Ja. Was? Der stimmt, man legt zwei Schüsse. Unglaublich. Ah, der ist wirklich schnell tot. Das alte Mann war nicht mein. Jedes Mal, ich hab mich geholfen. Ich weiß nur, dass, als ich das hier das erste Mal gemacht habe, bin ich irgendwo runtergefallen. Was passiert da? Ich muss das von vorne machen. Beziehungsweise von vorne aus loslaufen, die Mobs sind trotzdem alle gekillt. Ja, okay. Hier, ich seh schon das Leben des Bolles. Ich rüsste jetzt mal die bessere Muni aus. Wenn man sie schon hat. So, wir setzen nochmal mit Damage. Ich hab die Person um drauf, oder? Oh. Oh. Das war's für heute. Und, welch ist er? Nice. Sieg! So, was wollen wir jetzt machen? Warten. nein 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 nicht sterben ich würde dir raten nutze den sprung um auf die höhere plattform zu kommen der ist ihm recht tot der bus okay und wo war hier doch hier ein handtäschchen der hat keine erfahrung brauche ich nicht brauche keine erfahrung ich brauche loot wieso dann kriegst du noch mehr schiff rennen dann kannst du noch mehr bauen ich habe eine komische anzeige bei mir auf dem bildschirm links neben einem fadenkreuz sieht man das im stream dieser leicht grüne punkt nein nicht wirklich pixel fehler vom monitor nee nee der bewegt sich auch wenn ich bewege ich fahr da mal eben hin was ist denn in dieser richtung du musst die zwei von vier ich drei von vier keine ahnung was wir da machen müssen wir sollen hier spaltanker aktivieren im bruchtal wo ist das bruchtal wo muss ich dann links neben dem wo muss ich dann hin ja warte mal also uns für mir fehlen noch hier drei stück den ein davon hatten man hier schon deswegen habe ich zwei von drei mann ich sehe es gerade nicht den unteren oder auch die drei nicht okay warum habe ich dann zwei von vier ich habe ich habe drei von vier ja okay sie auch bis hier auch aber wie du wieso du nicht es sind diese kreise die grünen leuchten wir uns macht oder grau sind ja ja aber was ist denn überhaupt welche fehlt denn noch alle die grau sind fehlen ja aber jetzt ich meine hier für die quest du musst irgendein nein nein du musst irgendeines wochen in dem gebiet wo wir jetzt gerade sind ich habe ich habe genau drei gemacht einmal die insel bei uns dann direkt bei uns diese krokodilinsel und dann oberhalb noch die kleine stadt okay mir fehlt links die stadt und rechts die insel wir können irgendwelche machen wir können jetzt hier die drei machen direkt um uns herum sind dann hätten wir alles oder zwei davon dann hätten wir das auch wollen wir uns den somit dann den tele nach den teleporter hast du schon also ich bräuchte den teleporter einmal und dann könnte man direkt den dingstens machen zum teleporter und dann hoch zum wie heißt das bruchteil kann man das fahrzeug irgendwie reparieren nur an deiner garage ist es kaputt kaputt ja dann port dich nach hause ich rufe dich dann nee warte wir wollten eh zum teleporter kann sich ja trotzdem nach hause ja aber dann kann ich direkt den teleporter freischalten vielleicht ist es günstiger naja ich kann mich trotzdem rufen ich habe ja diesen würfel da habe ich abgefahren und jetzt habe ich diese teile wo ich team herrufen kann nice das teuerste ist die haut die man da einbauen muss weil man die so wenig bekommt die krokodile bringen immer zwei pro wo die jagen gehen oh gott wie soll ich denn da hochkommen mit der straße warum warum so weil ich ja ja weil mein navi mich andersrum gelost hat scheiße mein navi hat gesagt ich soll hier erfahren und sowas solltest du vielleicht auch nicht machen während der fahrt abschneiden und das voll gegen die wand berattern lassen was hat man dir nicht gesagt dass das nicht gut für dein motorrad ist aber so fahre ich im echten leben auch die werden einfach weggeschossen mit dem motorrad was ist denn heute los kriegt denn so viele whatsapp nachrichten mir schreibt doch sonst nie jemand die sind alle am überhitzen ja ich merkte schon manny dein motorrad funkt auch schon rum ja ich weiß das raucht oh mein gott die katze auf wie geil ist das denn das ist richtig geil so man kann von zu hause aus okay was nichts hast du was neues gelernt nein nein was hast du neues gelernt ich bin immer zum fuck noten gefahren weil ich gedacht habe ich kann von daheim aus nicht mich irgendwo hinzulpertieren ich hab's halt nie gebrühten ich bin halt immer zu irgendeinem teleporter teleporter zum kenne nach einer halben stunde muss ich langsam los so wir fahren manny hinterher sie räumt auf das oh, ja verdammt doch verdammt oh, oh, da wird er attackiert oh, 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 oh ne, ne ich bin stecken geblieben aber das Vieh war auch schon bei dir oh, ja ah, hier ist doch dieser luftvoller mensch ja, genau wo ist er denn? da habe ich lange gebrochen weiß ich nicht aber hier ist die mystische Truhe Ach, der ist schon tot? Da kommt er! Tötet ihn! Oh, es ist edel. Der ist wie mein Arbeitskollege. Bäm! Der macht auch nur so Voll-Info. Merke ich gerade. So. Dann bringen wir mal die Luftballons zu platzen. Immer der oberste. Oh, der geht doch nicht schnell. Wow. Yay! Die Bohnen ist ja glaube ich tot, oder? Yes. Lasst euch mal von dem Ballonmann angreifen. Oh. Ja! Was war die Quest? Irgendwie da drin? Irgendwas. Okay. Ich mit dem Getränkeautomat. Ich muss mich nochmal eben angreifen lassen. Moment. Verdammt, das hat nicht geklappt. Beschaffen. Rechts, sobald du... Was? Oh. Viel Spaß bei dem Rätsel. Ich will kein Rätsel. Ist aber ein Rätsel. Will aber kein Rätsel. Ihr macht das Rätsel. Ich sammle die Getränke, die fehlen. Ich hab das Rätsel schon gemacht. Was für ein Rätsel? Du musst jetzt so Geister abrennen. Das ist in der Nacht natürlich unpraktisch, aber... Und die geben dir... Die führen dich zu Notizen. Die Notizen musst du lesen. Und dann hast du am Ende einen Zahlencode, den du dann dort eintragst. Natürlich mit nem Rätsel darin, wie die Zahlen zu... Äh... Beziffern sind. Vielleicht mach ich das jetzt nicht. Meinst du, dass es zu lange dauern wird? Mhm. Beziffern sind. Bei. Okay. Ich hab ein Waschbecken bekommen. Ein Spülbecken. Nice. Ja, guck mal. Helle Decke. Oh, nice. Muss ich mal ausprobieren, wie das aussieht. Also beim Coffee Shop ist die... Nummer. Das sind mehrere Nummern. Also mehrere Zettel mit mehreren. Ah. Der Hinweis Nummer 3 ist... Ja, ich hab keinen Hinweis bekommen. Was ist denn der Hinweis Nummer 3? Okay. Vielleicht ist 3 der Hinweis. Ja, das ist Nummer 3 der Hinweis. Merkt ihr die 3? Ja, die 2. Ich hab mir die erste Zahl nicht gemerkt, wenn da eine war. Also ich hab jetzt nur 2 und 3. Und eine 5. Die Flaschen sammelt ihr auch, oder? Welche Flaschen? Ich komm, ein Getränkeautomat. Was für ein Getränkeautomat? Ich hab vorhin eine Quest angenommen, für ein Getränkeautomat. Was ihr mit dem Getränkeautomat mal erlebt müsst. Weiß ich nix von. Okay. Flaschen verstecken sich nämlich hier auch in... und verwandelt... haben sich in Schafpuppen verwandelt. die Schiebchen. Okay. Wenn wir dann alle Truhen hier weg haben... können wir dann, äh... nachher... die Hauptquest weitermachen. Ne, ich brauch noch... ein... wenigstens. Ach ja, stimmt. Ne, dann müssen wir noch... äh... ein 2. Anker machen. Ich hab noch gar keine mehr abgebildet als du eigentlich. Oh. Abgeschlossen. Und noch eine Pappfigur erhalten. Ich weiß auch nicht, was man mit den Dingern macht. Also... Eigentlich sind die ja Müll. Äh... Wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier auch so eine Unterhaltung sein. Ja. Hier. Wie, Unterhaltung? Hier so ne... Hier sind so Figürchen. Und die bringt was? Na ja, man erfährt ein bisschen was von der Geschichte. Von den einzelnen Charakteren. Ähm... Wie viel davon hast du schon angehört und mitgelesen? Und, äh... Hast du noch im Kopf? Mhm. Sehr hoch. Ja. Oh. Wo? Ach du, Mistvieh. Entschuldigung. Wollte nicht laufen. Fakt heil. Ähm... Habt ihr beide den Spalt Anker hier schon aktiviert? Nö. Okay. Ich fängt gerade hin. Ich muss den auch noch aktivieren. Und ich brauch noch Trun. Wir sehen dann noch die zwei Ausrüstungskisten. Ja. Ja, genau. Mir fehlt eine. Ich frag mich, wo hier anders ist, ich was. Das nicht mehr. Ich war davor... Weiß ich nicht, wie viele Tage. Aber die waren irgendwo hier. Warte, warte, warte. Wo ist hier? Ach so. Problem ist, ich seh die ja da auch nicht mehr nur noch offen. Wenn die offen ist, ist es dann doch ein bisschen komplizierter zu finden. Mhm. Weil die nicht mehr so schön leuchtet. Wobei ich hier auch nirgendwo so einen roten Boppel oben drüber habe. Oh, ich hab den Pin rausgefunden. Ist er einfach kopiert, oder? Ja, ich kannte alle Nummern und die dritte war die höchste. Also musste ich entweder 2-3-5 oder 3-2-5 machen. Wo musstest du die Nummer denn eingeben? Äh, beim Coffeeshop, da wo der Questmarker ist. Äh, nach rechts? Hier. Hier, andere Richtung. Ach so, ich hab glaub ich noch nicht alle Notizen. Kann das sein? Eigentlich... Ja, aber die Notiz, die hab ich doch jetzt schon zweimal angeguckt. Naja, auf dem Tisch steht was. Warum leuchtet die denn immer noch? Ach so, ja, das hatte ich auch. Ich glaub der Server ist wieder so ein bisschen am Mocken. Hm. So, jetzt... Wo ist hier der Questmarker jetzt? Ach, ich hab immer noch nicht bei... Ach, Cozinesen. Oh, der Luftballon schlägt wieder. Ja, ich seh's. Macht ihr mal. Ich mach eben die Schwestern für dich. Wenn nicht so doof, bleibt halt stehen. Ui. Boah, in der Nacht leuchten die sogar. Ist cool, dass die immer was looten. Boah, kann die jetzt mal aufhören hier zu leuchten? Ich hab die jetzt dreimal gelesen. Bitte. Ich glaub, die hört nicht auf zu leuchten. Ich glaub, die hört echt auf zu leuchten. Ja. Ja, ich hab noch nicht weitergeklickt. Ich bin... Du bist einfach mal weggelaufen, ne? Nachdem ich die Nummer gesehen hab, bin ich weggelaufen und das hat halt nicht so viel gebracht. Naja. Du musst den letzten Hinweis finden. Das ist noch ne Quest, okay. Das ist der Getränkeautomat. Hm. Gut. Oh Gott, die vier seht man ja hier gar nicht. So dunkel, wie's hier drin ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Weiß nicht, was ist das da für ne Kiste? Ich sehe das auch für Warnschutz. Okay. Boah, hier sind Schafe. Oh wow. Genau die andere Seite. Ja, ich glaub, da oben war ich noch nie. Schon wieder... Schon wieder... Ehrlich, das ist heute schon der dritte. Schon wieder ein Pub-Aufsteller bekommen oder was? Was? Nee, ich hab... Ich war ja jetzt schon der dritte, der mir günstige Zuschauer verkaufen will. Oh. Ja, die sind ganz günstig. Die haben's wohl mitgekriegt, dass du 1000 Follower brauchst. Hm. Die werden alle von Spuddy rübergeschickt. will gleich noch nicht. Man... Ich weiß nur... feels wie rein g cries... Ich weiß nur was... was auch el previous... Äh, ichibe jetzt was... Dann auch... Und dann jetzt? So, jetzt eben wieder zurück zu dem Getränkeautomaten, dann habe ich die Quiz nämlich auch fertig. Ich habe, mir fehlen auch noch zwei Truhen. Die zwei wichtigsten. Nach der mysteriösen. Ja, sonst ist das immer die komplizierte. Aber die leuchtet zumindest so schön. Ähm, ich muss noch, ich habe noch da, aber auch gerade meine Nase. Oh je je. Okay. Hier ist noch eine Turur. War nur eine Aufbewahrungskuss. Verdammt. Was war jetzt die Nummer? 2-3-5 oder? 3-2-5. 3-2-5. 3-2-5. Abgeschlossen. Ein Traum. Da will irgendjemand die ganze Zeit unserem Team beitreten. Immer schön N drücken. 2-3-5. 2-3-5. 2-3-5. 2-3-5. 2-3-5. 2-3-5. 2-3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 4-5. 3-5. 3-5. 3-5. 4-5. 4-5. Gut, denn es fehlt uns beiden jetzt nur noch eine, ne? Ja. So. Ich muss jetzt, glaub ich, los. Ihr könnt euch die Hauptsorgung machen. Schreibt mir nur, wo ihr stehen geblieben seid. Das kriegen wir hin. Jo. Okay. Dann viel Spaß noch. Dann viel Spaß dir. Äh, bis Dennis. Bis später. Jo. Bye, bye. Bye. Wollen wir da oben links mal gucken? Ja, wollen wir machen. Ich hab uns mal gemovt. Nicht, dass da einer reinkommt. Feuer. Und noch ne Pappfigur. Jei. Ich glaub hier ist auch keine Ruhe mehr. Oh. Äh, warte mal. Das bist gar nicht du. Doch, Moment. Das ist nicht du. Hey, warum wirst du mir auf der Karte... Wow, du wirst mir auf der Karte zweimal angezeigt. Jei. Echt? Äh. Oh ja. Auch. Ja, vielleicht beim Teleportieren gerade. Ja. Ähm. Da fehlt echt noch eine Truhe, ne? Mhm. Weil das Gebiet ist auch einfach riesig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo da in die Richtung ist oder bei dem Turm da. Mhm. Mhm. Also irgendwie... Da. Weiter. Ja. 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 Dann, dann checke ich eben die Seilbahn ab, weil die ist auch irgendwie so prägnant. Mhm. Ich glaube, hier habe ich in der Demo irgendwann aufgegeben, weil ich sie einfach nicht gefunden habe. Okay. Oh Gott, schon wieder eine Papierfigur erhalten. Jetzt schmeißen sie aber mit Papierfiguren um sich. Mhm. Oha. Ich habe ein Komplett. Hör! Da haben wir da! Was? Oha. Ich habe ein Kourmet-Rezept für Kräutertee erhalten. Oha. Ich habe ein Herzinfarkt. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das mal auf der Karte zumindestens markiert. Got it. Ja. Ausrüstungskiste. Nice. So, wo du passt. Mir wird der Marker nicht angezeigt. Äh, fahr einfach dahin, wo ich gerade bin. Oha. Was ist super? Thle ech性. Du musst so auffassen, an der Truhe ist so ein, ähm, ach nee, an der Treppe ist so ein Vieh, was ab und zu mal was rausspuckt. Hab ich überhaupt nicht gesehen, als du dich erschrocken hast. Oh. Wieso, welchen Spaltanker brauchst du denn noch? Besser gesagt, welchen Spaltanker hab ich denn du nicht hast? Weiß ich nicht. Ich mein, theoretisch. Meinst du, der an dem Spaltanker, also der Spaltanker Gaia Cliff Monolith funktioniert auch? Ich glaub, den müssen wir gleich in der, äh, Mission machen. Also ich hätt jetzt wahrscheinlich den Teleporter hier unten noch mitgenommen und wär dann direkt runter zum, zu der Quest neu anfangen, dann hätt ich die gemacht und hätt den Spaltanker dann gemacht. Und dann hoch zu, ähm, Gaia Cliff. Oder? Ja gut, dann machen wir das so. Aber warte mal, hast du das Rezept dir schon geholt? Nö, ich weiß nicht wo's war. Da. Kann, siehst du den Pin auf der Map, wenn du, mach mal die Karte auf. Nö, das siehst du nicht, ne? Aber direkt beim Spaltanker, sonst können wir da gleich einmal zusammen hin. Sonst kann es aber auch sein, dass ich den schon habe, weil ich hab da alles ausgeräumt. Äh, das lag auf dem Tisch. Dann hab ich's garantiert nicht. Okay. Also direkt zum Spaltanker. Spaltanker 3 sortie mit So, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Oh. Das war aber echt ein klitzekleines bisschen hinterher, würde ich sagen. Mhm. Da auf dem Teller? Ah. Ja. Möchtest du ganz kurz beiseite gehen? Danke. Dankeschön. So, dann. Äh, zum Teleporter und dann zur Quest neu anfangen. Genau. Siehst du eigentlich, wenn ich was markiere? Nee, ne? Mhm. Warte mal. Oh, ich muss was essen. Und was trinken. Okay. Ich spring mal eben drunter auf die Straße. Ja, das ist am einfachsten. Ich spring mal, ich lass mich rein. Oh, ich muss da die Straße. Oh, ich kann das. Jungs, das ist am einfachsten. Oh, ich muss das. Oh, ich muss das. Oh, oh. Man muss zwischendurch auch das Gas wegnehmen, ne? Die Bälle abhubt, das geht auch ohne Gas wegnehmen. Wer bremst, verliert. Hat man ja aber gesehen. Gut, überhaupt nichts zur Sache hier. Achso, stimmt, jetzt können wir von dem Teleporter zu dem Teleporter weiter unten. Achso, den habe ich noch nicht. Achso, okay, cool. Ja. Ich erspare meinem Motorrad mal... Okay, ich fahre eben hin. Mhm. Ich kann dich leider noch nicht zu mir teleportieren. Ja, alles gut. Ach ja, kleiner Tipp für dich, falls du sowas in der Nähe findest. Äh, genau. Einfach mal Silber und Steine und sowas abbauen. Mhm. Weil da drinne habe ich auch diese Figuren gefunden. Ja. Ich habe einfach eins, zwei, drei, vier, fünf Pappfiguren gefunden heute. Scheiße. Scheiße. Entschuldigung. Hm? Meine Spitzack ist kaputt. Oh. Gut. So, und jetzt. Äh, runter zu... The Quest. The Quest. The Quest. Ich bin ja jetzt viel schneller. Mal sehen, wer eher da ist. Na, ich wahrscheinlich nicht, weil mein Motorrad ist kaputt. Mein Gott, in diesem Stream geht alles kaputt. Und gleich fällt hinter dir einfach das Fenster aus der Tür angel. Das wäre so gut. Das wäre sehr schlecht. Nein, das wäre nicht gut. Nee, äh, passend. Mhm. Buddy hat sich übrigens wie ein kleines Kind gefreut, dass ich heute schon so viele Follower dazu bekommen habe. Oh. Meins. Man muss immer sein Auge offen halten nach komischen Situationen. Vielleicht findet man was. Ich habe Froschriff. Was ist das? Au, au. Oh. Oh, voilà. Das sind Eck-PCs. Oh, die Mutation ist geflohen. Oh, so'n Scheiß. Sternenstaubverschmutzung wird immer schlimmer. Cool. So viele Pillen habe ich nicht mehr. Was müssen wir denn hier machen? Ich bin ne Mutanten. Also hier müssen wir einmal das freischalten. Ach, den hast du auch noch nicht gut. Ach so, ne, den Spaltanker, den hier, den habe ich auch noch nicht. Gut. Hier ist die Ausrüstungskiste. Oh. Eine Schuss. Da oben ist nichts. Okay. Melde dich. Okay. Jetzt müssen wir wieder zu dem Typen hinlaufen. Ah, ich muss fünf Mutanten noch töten. Moment. Ach so. Put, 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 put. Ah, ich habe noch ne Ausrüstungstruhe gefunden. Das ist schon mal gut. Warte, wo bist du? Die ist hier oben drauf, nehme ich an. Ja. Dann gehe ich eben auch noch zu Decent. Gut, wie bist du denn da hingekommen? Ach so, ne, du bist noch nicht da, wo ich war. Wie bist du denn da hingekommen? Ach da. Da ist nämlich direkt ne Leiter eigentlich. Das heißt absolut nicht, dass ich diese Leiter jetzt finde. Hier bei mir war eine. Und, äh, ich habe ein Point. Oh, ne, ist nur ne Aufbewahrungstruhe. Warten, shit. Ich habe zwei Points of Interest gefunden. Interest for me. Einmal komisch farbenes Erz. Hier, guck mal. Ja, ich habe gesehen, so lila leuchten das, ne? Ja, Stern. Oh, deine Spitzehacke ist noch kaputt, ne? Ja, nimm ruhig. Ne, ne. Fortschrittliches Abbauwerkzeug erforderlich. Oh. Aber ich habe den Spaltanker entdeckt. Hm. Ja, die Quest geht weiter da hinten. Erst, äh. Was für ne Spitzhacke hast du denn? Bronze. Ah, okay. Ja, gut, ich hätte Stahl. Ja, genau das. Ich hätte es wahrscheinlich noch mitnehmen können. Ja. Ah, ist die komplett kaputt oder nur ansatzweise? Oh. Nein, nein, komplett. Zerbrochen. Schade. Hm. Oh. Ich habe hier was gefunden. Die mystische. Ja, ich komme zu dir. Ich habe übrigens gestern durch die drei, vier Quest, die ich noch gemacht habe, äh, bin ich doch auf Level 27 gekommen. Habe ich gesehen. So, du hast die mystische. Wo bist du denn? In dem Gebäude. Okay, cool. Bist du da hochgeklettert oder bist du in das Gebäude reingegangen? Äh, in das Gebäude reingegangen. Ah, ich sehe sie. Oh, und hier oben ist auch die Ausrüstungstruhe. Okay. Dann, äh, lauf mal links nach oben. Die Tür geht nicht auf, leider. Ja, das wäre auch zu einfach. Ganz nach oben? Ja. Perfekt. So, und jetzt müssen wir irgendwie... Oh. Hier hochkommen. Oh. Habt's doch, ich habe ein Schiebrill auf. Ja. Aber ich finde es cool, dass du Sachen einfach ausblenden kannst oder da ein Skin draufsetzen kannst. Ja. Oh. Oh. Sphären. Hm. Das wäre doch zu einfach, wenn wir da jetzt wieder rauskommen würden. Was erwartest du denn bitte? Jetzt müssen wir nur noch einen Elite-Gegner besiegen. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich glaube, den kriegen wir mit der Quest zusammen. Meinst du? Ja. Würde ich jetzt eben, oder? Ja, das sieht so aus. Okay, gut. Dann erst mal zu dem Questboppel da hinten. Ja. Du hast ihm den Arm abgeschossen. Oder warte mal hier geradeaus. Ähm. Höh! Mistfie! Wow. Wunderbar. Ich kenne es nochmal trotzdem noch eben fertig, oder? Wenn wir schon einmal hier sind. Ja. Ich kann hier nicht F drücken. Ich musste nach oben gucken, ja. Ja okay, jetzt wieder zurück. Ja, wollen wir dann eben den Spaltanker holen? Den hast du noch nicht aktiviert. Ne, den, oh. Verdammt. Ich dachte, weil du da eben doch hingelaufen bist. Ne, ne. Ich bin umgedreht. Oh, okay. Ja, ich bin da direkt hingelaufen, als du das Erz geholt hast. Weil ich dachte, dass du den dann auch direkt mitnimmst. He, he. Vielleicht. Oh. Ich habe was gefunden. Ich komme. Nee, das ist so. Hier stehen gerade irgendwie zehn Erze rum. Oh. Naja, ich komme eben zu dir, oder? Das mit der Sternenstaubverschmutzung ist halt gar nicht so wahnsinnig geil, weil, äh, dadurch unsere mentale Gesundheit halt vorunter geht. Mhm. Wir können auch eben, äh, zurück teleportieren. Dann gleich. Ja, ich würde jetzt erstmal noch die Quest auf jeden Fall fertig machen. Ja, ich meine, bevor wir die Hauptquest oder so machen. Ach so. Ja, das wäre, denke ich mal, ganz gut. Ich habe so grundsätzlich kein Problem mit den Viechern. Aber wenn die anfangen zu laufen, dann ist bei mir vorbei. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Neue Belohnung. Neue Belohnung. Alle abholen. Nice. Oh, hier sitzt jemand, der noch lebt. Erstmal Truhe looten. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ja, da kann man ja hinfahren. Oh, was ist das? Ah, Erinnerungen. Achso, ja, kann man hinfahren, genau. Oh, genau. Geh dann zu Fuß. Aber das ist auf jeden Fall voll okay. Sind nur noch 500 Meter, dann bin ich ja sowieso da. Also von daher, außerdem kann ich dann hier die Kofferräume, sofern was da ist, noch looten. Okay. Okay, vielleicht auch nicht. Na ja, aber meine Nase kribbelt. Oh, shoot. Kannst du hier aufspringen? Nein. Echt nicht? Bei dem, ähm, nee, nee, bei dem Auto, da könnte ich mitfahren. Ah. Deswegen, da muss ich jetzt leider Gottes echt zu Fuß hinlaufen. Und wenn du dich nach Hause teleportierst, dein Motorrad reparierst und dann, äh, zu Meiers Market teleportierst? Nee, ich laufe die 300 Meter eben noch zu Fuß. Okay. Das passt schon. So weit ist es ja nicht. Dann, äh, teleportier ich mich kurz nach Hause. Ähm, dann, äh, repariere ich mein Motorrad und, äh, gucke, dass ich mein Leben eben wieder vollkriege. Und dann können wir die Hauptquests weitermachen. Ja. Ich wollte noch mal gucken, ob ich die verbesserten Stationen bauen kann, sodass ich mir eine andere Pickaxe bauen kann. Wie müsstest du eigentlich hin... Äh! Warum zur Hölle konnte ich wie denn jetzt nicht benutzen? Der ist mitten im Flug weggegangen. Hm. Hä, jetzt geht's wieder. Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich, weil du Kuh offen hattest oder sowas. Oder geh. Ja, das kann sein. Aber das ist ganz gut, dass wir hier sind. Wow. Hm? Rat mal, wer keinen Sprit mehr hat. Naja, wenigstens bis in der Stadt angekommen. Ja, das dachte ich mir auch grad. Gucken, ob Kätzchen jetzt da ist. Nice. Keine Götze für mich. Lootest du denn gerade leer? Ich kauf mir da grad Sachen, weil ich die, äh, weil ich diese Stern-Sachen bekommen hab. Hm. Ja, leider gibt's da nichts für die Pistole. Mh. Bisschen schade. Boah, dann kann ich die Scar ein wenig aufbessern. Mh-hm. Das ist geil. So, dann ab nach Hause. Motorrad reparieren. Und neue Dingsens bauen. Hm. Schut. Bitte sag mir, dass irgendeiner meiner Miner jetzt Eisen gefarmt hat. Ein Traum. Wobei ich mein Inventar auf jeden Fall noch leer machen muss, weil, äh, so lauf ich nirgendswohin. So, Stahlbarren. Kann ich noch acht Stück machen, das passt. Ähm. Gut, ich hab auch noch einiges im Inventar, aber ich konnte zumindest schon mal ein bisschen was zerlegen. Beziehungsweise ich kann ja noch an die Demontage-Werkbank gehen. Weil alles, was ich hier rauskriege, müsste ich schon irgendwo in der Truhe haben. Ja. Wunderbar. Oh, ich sollte vorher an die Demontage gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch ne Axt bauen kann. Leider können wir uns die weiterentwickelten, äh, Ausrüstungs- und Werkzeugbänke noch nicht machen, weil dafür noch Material fehlt. Ja, ich hab'n Haufen Ausrüstung bekommen, was ich gar nicht mitbekommen hab. Hm. Okay, mir fehlt wieder Stahlbarren. Ich kann mir noch keine Spitzhacke machen. Okay, ich hab' bessere Ausrüstung. Oh mein Gott, das... Nee, das geht nicht. Guck mal, bei mir ein Stream. Oh, bitte... Oh... Oh... Ja... Oh, nee... Die finde ich ganz geil, aber... Ja gut, du musst beachten, dass sie auch noch... Achso, die ist schon kalifriert, ja okay. Aber die andere hat auch einen Mod drin, ne? Nimm den Mod mal raus. Achso, meine Haare sind übrigens nicht fertig, falls das so ausschaut. Ähm... Ja, genau. Und jetzt pack den in die Hose rein, dann ist die nämlich ein bisschen besser. Oh ja, dankeschön. Die sieht nämlich auch besser aus. Und du sprichst aus Verfahrung? Ja, vielleicht. So, wo ist denn der Monolith, wo wir überhaupt hin müssen? Ach, ich glaub, das war der, wo ich versucht habe... ...an den Teleportationsturm dran zu kommen. Ja. Also theoretisch könnten wir bei der Hauptfest oben dran fahren, den Monolithen machen und nach den Monolithen dann das Gebiet unten drunter mit dem Teleportationsturm, dem Spaltanker und... ...ääh, den Kisten und so. Ja. Ich will aber eben noch, ähm... ...gucken, ob ich, äh... ...äh, wie heißt das, die... ...äh... ...mir fällt der Name nicht ein. ...er die verbesserte Spitzhacke herstellen kann. Mhm. Cool, und ich, äh, werte mal eben den Bauplan meiner Pistole auf. Mhm. Und, ach ne, das geht leider nicht nochmal, schade. Aber, dann baue ich mir die eben nochmal. Weil, die hat jetzt nicht nur einen, sondern gleich drei Sterne. Ja, das habe ich auch gemacht. Sollte dann wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Ja. Ähm... So, der Mod wird hier jetzt erstmal wieder weggenommen. So, dann bist du ausgerüstet. Und ja, es ist vollkommen normal, dass die jetzt gerade noch schlechter ist. Auch ohne Mod. Weil... ...ääh, ich die noch kalibrieren muss. Jetzt ist die ohne Kalibrierung genauso stark wie die, äh, eben. Ähm... So, das hier. Oh! Ich habe zwei Überlebenssachen abgeschlossen. Oh, sehr cool. Drei. Oh, ich habe auch ultra viele neue Belohnungen. Ich habe Saisonzieler. Oh, ja, wow. Mal wieder nur im ersten. Oh! Und der Einlog-Bonus ist da. Welcher Einlog-Bonus? Von Samstag. Was für ein Einlog-Bonus von Samstag? Äh, unter... ...Events. Äh, ja. Und dann Event, direkt. Ah. Dongo. Bitte. Ähm... noch ein paar Sachen bei der Reise, die ich abgeben kann. cool. Was ich natürlich noch gucken kann, ist, ob ich den... Kann ich nicht verbessern? Kann ich nicht verbessern. Den kann ich verbessern. Okay, dann habe ich das schon... Ja, habe ich schon gemacht. Sehr gut. Äh, jetzt habe ich noch Schiffren. Ähm... So, wichtigste, erst mal den Elektrosatz geholt. Weicher-Batterie. Oh, ich kann eine Überwachungskamera machen. Nein, das ist ein dynamischer Sensor. Naja, egal. Konnte auch hier, glaube ich, noch was auswählen, ne? Naja... Da wusste ich nicht, was ich nehmen soll, weil den elektrischen Bohrer benutze ich nicht. Keine Ahnung, was da... Ich nehme einfach das mit der Claymore-Mine. Fernstomp, Wasserpumpen. Ah, doch, dann nehme ich das hier. Lol. Hm? Ich habe ein mobiles MG aufgestellt, aus Versehen. Na, cool. Hm? Hm? Her-Dame. uncommon, ja, ganz weiß. Verstehen sich also. coded dürfen, saden sich drauf. Wes? 6. Yerder, Sollte ich mir Gedanken machen, wenn der Hund mit seiner Nase auf meine Füße tippt und dann auf einmal anfängt zu husten? Eigentlich war ich gerade duschen. Tja, der riecht den Pilz, ne? Äh, äh. Ja, ich steh schon mal auf der Straße. Ja, war der eben? Ja, das sieht geil aus. Äh, Moment. Äh. Äh, wo konnte man noch seine, äh, Skills betrachten? War das unter O? Wiege? Ah ja, hier, Spezialisierung. Drei Stück verfügbar. Oh Gott. Oh ja. Äh. Minus 30% Ressourcenverbrauch. Gartenhandschuhe. Was hast du da genommen? Äh, das ist bei jedem anders, aber ich habe, äh, bei dem dritten. Ja. Äh, Schmelzer. Okay, das wollte ich nämlich auch. Beim vierten habe ich nochmal Schmelzer. Heidungsbums. Aber Sintern, das ist, dass du, äh, achso, ne, du hast was anderes, okay. Ich habe, äh, dass ich mehr, äh, Sitterziegel herstellen kann. Hm. Mache ich uns mal ein bisschen Musik an, während wir warten. Oh, hast du den, äh, äh, oh nice. Ändert das was? Äh, ich muss nochmal eine Runde pennen gehen. Mhm. Und wo bist du? Ach, du bist da. Wieso bist du da? Wieso hast du dich nicht nach oben teleportiert zu... ...den Teleportationsturm? So teuer. Und dann einfach rüberjumpen. Ist mir nicht so teuer. Willst du das machen? Dann fahre ich los. Kostet 148. Ja, ich, äh, habe das Gefühl, dass ich das Geld noch brauchen werde. Ich hab 20k. Ja, ich auch. Okay. Meine Katze heilt mich. Wait a moment. Ja, ich, äh, brauch's sowieso länger, weil ich verfahre. Deswegen ist... Ah, okay. 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 Und dein Motorrad hattest du auch... Ja, hast du. Äh. Ähm. Äh. Ich hab'n Bus gefunden. Ja, hab' ich grad gesehen. Wolltest du den nicht looten? Den kann man nicht looten. Also ich kann den nicht looten. Ah, das sah so aus, als ob du da rein kannst. Was hab' ich denn hier gefunden, bitte? Oha. Ein Freighthof. Ich komm' jetzt auch mit'n Motorrad hinterher. Oh, teleportierst du dich doch nicht? Na, ich bin nur zum Meyers Market. Das war kostenlos. Hm. Oh, und hier ist der Bus. Okay. Er ist wieder aufgestanden. Schade. Mhm. Na doch. Oh. Bei mir war hier ne Quest. Oh, ich bin einfach dran vorbeigefahren. Ja. Cool. Naja, egal. Ich werde da bestimmt nochmal vorbeikommen. Oh mein Gott, ist das ne nervige Quest. Gut, dass ich die nicht gemacht hab'. Oh, gab ne Truhe. Ne Beutekiste. Hm. Nice. Oh, ein Camp aufstellen ist wahrscheinlich ne verdammt schlaue Idee, wenn ich ne Spitzhacke hätte. Ach nee, Moment, das geht ja auch ohne. Ja. Aber nach wie vor finde ich die, äh, visuelle Darstellung echt geil. Vor allem auch, wie die Welt dargestellt wird. Hm. 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 So, mein Respawn-Punkt ist erstellt. Ach ja. Während du fährst, komm ich, äh, bin ich mal kurz AFK und, äh, such mir noch was Neues zu stabilieren. Bis gleich. Bis gleich. Ultifere imped, äh, ah. Zähne. Jetzt geht's mich mal kurz, eh mal kurz Fähne retirieren. ỹ piano. Bis gleichmal vielleicht? Da war ja genauWar이십. Da bin ich wieder. Das ging ja schnell. Ich habe eine Packung Würstchen gefunden. Okay. Wie konnte man nochmal Überlebenscamp bauen? Mit T. Aber ich habe nicht genügend Ressourcen. Ich habe nicht genügend Ressourcen. Ich habe nicht genügend Ressourcen. Was hast du denn jetzt gekauft? Ähm, im Saisonshop habe ich mir neue Einrichtungsgegenstände gekauft. Ganz unten. Nice. Nur noch ein bisschen und dann habe ich da auch fast alle. Ich hätte mir nicht die Beutekisten kaufen können, aber jetzt für 2000 könnte man da richtig reingehen. Ähm, die Beutekisten, die kaufst du nicht mit den lilanen. Die kaufst du mit dem blauen rechts daneben. Oh. Zugriff? Äh, Momento. Ich wollte nochmal eben kurz gucken, was ähm, noch so... ...an Sachen erledigt werden müssen. Okay. Ja gut, da wo du jetzt gerade drin bist, das bringt ja gar nicht mehr so viel, außer von den blauen Punkten ein bisschen. Ja, ja. 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 Okay. Ähm Ähm Was brauchen wir denn hier rein Ja Vielleicht müssen wir erst den Äh Anker und so weiter fertig machen Ähm Ne hier ist der Eingang Na okay Dann lass uns eben den Teleporter noch holen Who the fuck was that Ah Ja hier laufen jetzt echte Menschen rum Ja Nice Uhu Jetzt hab ich 13 von 20 für die Saison Noch nicer Hm Kannst du einen kurzen Moment warten Na klar Dann aber nicht hier drin Weil hier kriegen wir seelischen Schaden Okay Ich muss nämlich mal eben Andere Musik einstellen Mhm Fast fröhliche Musik Nicht so ganz zu dem Bossfight Nee es ist nicht fröhlich Sondern Ja Ja komisch irgendwie Hm Ich habe keine Ahnung was uns jetzt hier erwartet So weit habe ich in der Beta nämlich nicht gespielt Und Not Ist Ja, jetzt heißt die Musikrichtung Warzone. Oh, ja, das passt. Hier rechts und links sind auf jeden Fall noch Truhen, sehe ich gerade. Oh, ja. Oh, Ausrüstungskiste, perfekt. Nice. Unten ist auch noch eine Truhe. Moment, hier war doch... Achso, hier ist noch ein Medkit. Hm. Noch ein Medkit. Und unten war noch irgendwas, ne? Ja, genau. Vielleicht müsstest du denen als ITler mal sagen, wie die das Ding hier richtig einstellen, damit man auch was lesen kann. Ist ja furchtbar. Holy. Genau, jetzt... Oh. Jetzt nach unten. Da ist noch ein Medkit. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel will uns was sagen. Na was? Von einem Bossgegner? Hm. Oh, oh. Ich habe was falsch eingestellt. Darf ich schon drücken? Weißt du, wie man die Kameraseite wechseln kann? Nein. Oh, nö. Hast du wieder auf irgendeiner Taste rumgedrückt? Ja. Ups. Jetzt ist der Charakter auf der rechten Seite. Oh Gott. Moment, das muss ich wirklich einstellen. Mhm. Vielleicht unter Gameplay tatsächlich? Okay. Mal. Hast du die Einstellung gefunden? Nö. Warte mal einen Moment. Von left to right. Ähm. Caps. Es ist Caps Lock. Ja. Ich hab's grad unten im Menü gesehen, wenn du einfach nur in der Gegend rumstehst, steht da einfach Kamera wechselnd Caps. Mhm. Du musst übrigens auch annehmen, ne? Hab ich. Bewusst. Hh wrống... Hrff. Hrrrr. Gä IL W tweets Oh, wir müssen jetzt gegen das Riesenvieh kämpfen, oder? Bis jetzt mussten wir immer gegen Riesenviecher kämpfen. Ja, aber gegen das, wo wir gerade auf der anderen Ebene auch waren. Wo wir da nur diesen Schatten bekämpft haben. Jetzt müssen wir das Richtige bekämpfen, glaube ich. Meinst du? Mhm. Hey, bei dem Grab war ich doch gerade. Denen habe ich doch geholfen. Oh. Ja. Das machen wir dann aber mit Rogen zusammen, oder? Meinst du? Ich weiß nicht. Da stand empfohlene Spieleranzahl 2. Mhm. Ach, der sieht doch freundlich aus. Richtig schönes Kuscheltier. Okay, Immun. Ja, dann müssen wir diese... ...die Ranken außenrum felgt machen. Meine Güte. Nee, driving. Eller, dass das soalnya ist. Jaw colum. Der trifyl gange. Ich seh'n noch irgendwo was. Ich glaube nicht. Nein, er steht auf. Ja, was muss ich tun? Meine Fresse. Kann ich hier noch hoch? Ne, kann ich nicht. Ist tragisch. Oh, shit. Wir bleiben noch 20, oh Gott. Hast du oben links gesehen? Ja. Oh, Immun. Ah, jetzt sind die Dinger wieder respawned, ne? Ja. Ja. Aha. So, jetzt müsste der doch eigentlich wiederbelebt werden hier. Ja. Genau. Spiel, Satz und Sieg. Ja. Oh, oh. Wir kriegen ne Mutation. Nice. Glaube ich hab ne, äh, Sniper bekommen. Oh, nein, 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 nein. Nicht nochmal herausfordern, bitte. Du möchtest einfach nur verlassen, bitte. Danke. Hast du den Gesamtanteil des Schadens gesehen? Mhm. Du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht als ich. 70 Prozent. Ja. Jetzt können wir nochmal mit Mizuko reden, ne? Mhm. Gnade. 苗. Gnade. 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 Are you? Gnade. Gnademere. Gnade. 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 Und salami. Was? Du hättest ruhig sagen können, dass man die ganze Zeit was gehört hat. Von dem, dass du ne Pizza mit Käse willst? Fast nee. Keine Pizza mit Käse. Oh, Tiefkühlpizza. Ich hole mal eben was zu trinken. Mach das. Hallo. Hallo. Ja. 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 Natürlich wartet sie auf uns. Jedes Mal, wenn wir zu ihr kommen, haben wir so einen Monolithen zerstört und sie wieder stärker gemacht. Ja. Das ist so... Dann würde ich auch auf mich warten. Der finale Aufbau zum Endgegner. Superbösewichten. Ja, ja, genau. Meinst du echt, dass wir hinterher gegen Mitsuko spielen müssen? Ja. Ach, wirklich? Ich hoffe nicht. Also ich meine, rein technisch würde es tatsächlich Sinn machen, aber ich hoffe wirklich nicht. Weil ich vermute, die kann irgendwann mit der Kraft, kommt die nicht mehr klar, die sie bekommt, weil sie freigesetzt wird und dann muss man sie aufhalten. Ja, das kann gut sein. Oh ne, da hab ich keine Lust drauf. Ich möchte gerne, dass das nicht so ist. Oh. Oh. What the... Hm? Ich bin technisch gerade eben echt begeistert worden. Wenn du jetzt runterläufst, lehnt sich der Charakter leicht nach hinten und stoppelt so runter. Mhm. Ach, dass sowas in einem Free-to-Play-Game drin ist, muss man ja nochmal dazu sagen, ne? Ja. Ich bin technisch gerade. Ich hab die mystische Truhe gefunden. Sehr gut. Oh ja, ich seh sie. Hm. Aber ich find das Game grundsätzlich für ein Free-to-Play-Game echt richtig gut gemacht. Ja. Draußen ist noch ein Mad-Kit. Ah, danke. Na, danke. Ansonsten ist hier Grinnen gar nicht so viel Ich glaube hier bin ich eben gestorben Aber wie kommen wir denn jetzt da hoch Ja Ich hab ne Idee Oh Ich würde vermuten von hier Meinst du das sah so prädestiniert dafür aus? Mhm Schon Und hat auch erstaunlich gut geklappt Ja Okay Ich muss hier jetzt tatsächlich nur noch den Spaltanker aktivieren Und du so? Ähm Ich muss noch Sechs Gegner töten Also geh ich mal eben da drüben hin Ja da hinten ist auch noch ne Kiste Oben Hier sind sogar noch zwei Kissen Ach sehr gut Ach so genau Ausrüstungskiste noch So jetzt brauche ich auch nur noch den Spaltanker Das ist gut Der ist da drüben Und hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück Na komm Oh Oh Was für ein Ziel habe ich abgeschlossen? Herausforderung Das hat gezählt Obwohl du den umgebracht hast Hab ich die Belohnung dafür Ähm In der Saison bekommen Sehr gut Oh Kacke Hier Beseitige während der Herausforderung Baumhürte Den Boss den wir gerade gemacht haben Eine verschlungene Ranke mit einem Modertoff-Cocktail Hm Hm So ich befürchte Dass wir an den Spaltanker auch nur von oben wieder drankommen Where is he? Ah da Also mir sagt er ich soll laufen Ja das hat er mir auch gesagt Aber du kannst leider keine Berge hochlaufen Nur versteht das das Spiel teilweise nicht so wahnsinnig gut Ah ok Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen Dass wir von hier aus zum Spaltanker müssen Hm Oh oh Vielleicht auch nicht Ich glaube der Spaltanker ist Ja der ist unter der Erde Wir müssen den Eingang in der Höhle finden Ich habe einen Eingang in der Höhle gefunden Ach cool ich komme eben zu dir ja Zu dem Eingang in die Höhle Ja Ich stehe hier Das wäre jetzt lustig wie ich so platsch Mhm Platschtot Ja ja wir müssen hier auf jeden Fall dann links Aber natürlich erstmal looten Ja Ach hier war ich doch eben auch schon drin Ähm Geil Hier ist eine Waffenkiste Mhm Aber da sind Ranken drum herum Es kann sein dass wir jetzt den Spaltanker aktivieren müssen Oder Mordertopf Cocktail drauf werfen Hast du einen? Mhm Oh warte ich habe auch einen Haha Oh oh Ähm Warte mal eben Saisonziel abgeschlossen Das war natürlich absolut absichtlich und ich wollte nur dass du das halt auch abschließt Weil ich habe das halt schon Mhm Das wäre halt doof wenn du es dann noch nicht hättest nur deswegen wollte ich nur dass du es auch abschließen kannst Mhm Ich hätte ja gern die Rüstung von denen Mhm Mhm So hier können wir jetzt gleich runter gehen Oh Truhe Ich bin hier komplett fertig Ich jetzt auch Und da oben Ich sehe nichts hier hat doch eben der schrank noch geleuchtet perfekt und hier hinten ist noch ja das liegt daran dass wir ein bisschen von der falschen seite hier reingegangen sind soja und fällt gar nicht auf so wo müssen wir denn jetzt hin zu meyers market wieder ok heißt erstmal nach hause und dann zu meyers market ja ich muss eben munition herstellen ja ich eigentlich auch aber ich habe glaube ich ein stahl mehr gucken ob meine sicher schon mal gesammelt haben das sieht gut aus sehr gut kann es sein dass wir ein bisschen wenig leben haben was ach ich weiß nicht dein bildschirm hat so komisch rot geleuchtet geleuchtet ja so ein bisschen hallo rot voxie hallo rot voxie sorry wenn ich jetzt erst reagiere ich weiß nicht genau wann du geschrieben hast weil ich hatte discord über meinem stream drüber was man kennt so ich möchte gerne munition herstellen aber auf jeden fall stahl boah es ist so elendig warm ich mache mein fenster auf in der hoffnung dass ein bisschen frische luft reingeschrieben ist die nachrichten vor fünf minuten geschrieben oh ups es tut mir wahnsinnig leid sorry ich habe es auch nicht gelesen das ding ist in dem multi stream habe ich halt deinen chat offen und meinen habe ich in obs offen aber von meinem obs war halt gerade discord ja deswegen habe ich schatterino als schmales fenster ganz rechts angepinnt und alles andere links daneben also ein geteilter bildschirm naja es kommt ein bisschen kühle luft hier rein ist das angenehm ach wer braucht denn schon den chat ich brauche den chat ich brauche ihn ja 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 und sonst ist gut bei euch bei uns ist alle super abgesehen davon dass wir echt viel schwitzen und es echt warm ist ja 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 das klingt genau was nach was wo ich gerne hinmöchte ich kann gerade auch nur die wärmebahn standen ja es ist auch wirklich warm also theoretisch könnten wir jetzt gucken dass wir wenn du die quest äh dann soweit abgegeben hast dass wir uns zu dem ähm alten monolithen das ist doch der alte oder da waren wir doch gerade ja äh dass wir uns zu dem ja ja ich hätte noch einen anderen vorschlag mhm äh und zwar dass wir vielleicht oben links wo wir gestern aufgehört haben weitermachen die mission dann noch abklappern oder oder willst du hauptmission machen äh 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 ist mir egal wo genau wir haben ja noch die zeichnung eines kontrollpunktes ne das ist doch die einzige quest die wir dann noch offen haben und halt die beiden ausrufe zeichen noch ja und äh links bei dem krankenhaus stimmt oberhalb des monolithen ja ähm ich überlege gerade äh die lage in meyer os marcus hat sich beruhigt folge b nach iron river und suche dort nach hinweisen zu den monolithen ähm wir können uns ja zu dem teleportationsturm am monolithen teleportieren äh monolith der gier dann gehen wir nach rechts und machen äh das mit dem kontrollpunkt mhm dann äh machen wir das krankenhaus beziehungsweise holen erst die aufgabe und machen dann das krankenhaus äh und dann können wir mal vielleicht ganz kurz nach oben durchmarschieren weil ich glaube dass das eine neue stadt ist wo wir äh dann einen neuen teleportpunkt freischalten mhm wir müssen nur eben kurz noch warten dass ich die munition hier her fertig stelle mach ganz in Ruhe oh kacke das nächste ding sind aluminium barren was ich freischalten muss und die ähm fortgeschrittenen munition 2 dann habe ich nämlich ap stahl mhm dann kann ich die munition besser herstellen genau weil ich glaube dass da oben dann auch eisenerz ist wodurch wir ähm mehr stahl bekommen wie warm ist es denn so bei euch äh zu warm äh ja genau ne ich wollte erdgeschoss also draußen sind es 30 grad bei mir in der wohnung sind es 24 ja bei mir ist es genauso warm wie draußen äh ja so ich guck jetzt mal ob ich noch geile lakritze hier drin habe weil ich befürchte fast nicht wenn ich gleich so ganz ganz komisch mein gesicht passiert dann hat es nicht lecker geschmeckt ok 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 so ok 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 so eine schrotplinte werde ich nicht benutzen sie konnte ich werde angerufen ja rot foxy erdgeschoss ist maximal geil und bei mir der große vorteil ist auch noch ich habe ungefähr 60 zentimeter dicke wände und das echt vorteile dass die kälte hier drin gehalten wird einsames licht ja keller wäre auf jeden fall besser ich könnte auch noch eine klimaanlage anschließen wenn ich will aber das würde dann hier hart rauschen so you're finally back my people will deaf here oh manny 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 hier oben hier oben hier oben hier oben hol 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 hörst du mich ja sie hört mich gut glückwunsch jetzt bist du in dem club der pussis danke ist das ekelhaft meine ich schwitze am arsch tja da bist du warst du bist am arsch sorry so saison zine saison shop inhalte anlage möblierung weil ich kann mir jetzt noch zeugs hier kaufen wie sieht das aus kann ich eine vorschau machen ne leider nicht ich glaube das spar ich mal damit ich mir noch meinen plüsch hier kaufen kann lama plüsch hier ok so also dann auf zum warte eben ich will noch mal hier in den laden reingucken mach das ich teleportiere dann schon mal meine freundin bringt mir ganz viele gummibärchen mit ok das hat sich erst so angehört hat angehört so meine freundin bringt mich um ach so nee zum glück nicht ach die mission machen wir ok gut ja ich sehe von hier aus eine truhe bordet loot so du musst jetzt mal auf ipad weichen sonst leckt der stream gleich bei mir oh no oh 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 truhen ich glaube da fängt jetzt jemand an zu spielen vielleicht wie bei mir einfach nur die erfahrung reinglitscht oh truhe ich hab'n teddybär gefunden ein signalium teddybär das so gesund ist weiß ich ja nicht ich glaube eher weniger teddybär hier ist ein kreis der teddybären das sieht ein bisschen aus wie friedhof der kuscheltiere ok so ich hole mir noch eben die truhe hier oben hier ist noch ein mülleimer und irgendwie ist da noch eine truhe drinne oh ne aufbewahrungsküste ok wie kommt man denn da hin? ins haus rein und dann die treppe runter ok so der wechsel war erfolgreich sehr gut ach spinne oh ekelhaft ist wie stell dich mal in den kreis ach so ja habe ich schon gemacht und du hast auch den teddy platziert? ja und mit dem mädchen geredet okay so was jetzt? das krankenhaus? ähm ja würde ich sagen beziehungsweise ich würde erstmal zu der quest fahren ach ja macht Sinn ne? ja falls die quest uns ins krankenhaus führt das wäre halt sehr doof eh ja ach da oben ok mach du erstmal fertig hier war es doch eben mhm loot das finde ich cool gemacht guck mal ein bisschen weiter nach oben das hat bei mir geholfen alter mhm mhm oh mhm 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 Oh, kacke. Endlich. Na, hast du das auch endlich mal geschafft? Ja? Ja, ja, ja. Hm. Hat länger gedauert, was? Ich hab dich nur am Bildschirmrand die ganze Zeit hin und her husteln sehen. Ja, total nervig. Dönt er mir erst mal fett ins Ohr. Oh Gott. Ja, du siehst aber nicht so gesund aus. Hier oben ist eine Aufbewahrungskiste und ein Kühlschrank. Ja, gut, dass wir die Quest vorher angenommen haben. Ja. Aufbewahrungskiste. Oh. Sollen wir erst mal auf der Seite hier alle Gebäude durchgehen, bevor wir dann ins Krankenhaus selber gehen? Ja. Ja, macht Sinn. Hier hinter ist was. Aufbewahrungskiste. Hm. Und jetzt hier rüber rein? Äh, hier hinter ist noch ein Gebäude. Ah, okay. Hier hinter ist noch ziemlich viel. Hm. Hab ich auch grad gesehen. Und jetzt hier hinter ist noch ein Gebäude. Ja, das war's auch. Ja. 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 So, an dem Lagerhaus, da waren wir gerade. Ja, genau. Die Frage ist, ob wir das Gebäude hier rechts schon komplett haben. Weil das sieht irgendwie so riesig aus. Mhm. Aber gefühlt würde ich ja sagen. Ja gut, okay. Gut, wenn man hier natürlich nicht weiterkommt, klar. Mhm. Könnte natürlich noch hier rechts alles abbauen. Äh, absuchen, nicht abbauen. Oh boy. Ich befürchte, dass wir das müssen. Naja, gehen wir erstmal nach hier. Oh. Darf ich dich bitte aktivieren, Spaltanker? Danke. Wir haben ja noch nicht eine Truhe gefunden. Nö, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es hier full im Krankenhaus ist. Hm. Oh, guck mal hier. Auf Bewahrungstruhe. Gefühlt mehr als alles andere hier. Hm. Hier geht's wieder raus. Hm. Alter, dann anscheinend noch was. Da ist noch was. Anscheinend noch oben. Hier ist ein Medkit. Ja, das habe ich schon. Hier sind noch zwei Sachen. Hier hinter irgendwo. Muss man von der anderen Seite ran. Ja. Oh, oder über den Balkon. Jupp. Hier ist die Ausrüstungskiste. Und Notfallkit. Hm. So, aber da war noch irgendwas. Ich glaube, oben ist noch was. Ach so, das ist oben. Hier ist einfach ein Hubschrauber im Raum. Hier ist noch ein Medkit. Hier hinter ist noch was. Okay. Oh, aber nur eine kleine Truhe. Oh. 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 Noch weiter oben ist noch was. Ja, dann hier hoch. Ach so. Oh. Wow. Ja. Oh ja. Mystische Truhe. Wunderbar. Dann fehlt uns nur noch eine Küste. Ja, ich denke mal, die ist da bei dem Questgeber irgendwo in der Nähe. Ja. Aber wir müssen noch die Notfallmedikamente finden. Ja, die ist hier auf der anderen Seite. Wir müssen unten in den Tunnel rein. Also zwei Stockwerke. Zwei Stockwerke nach unten. Dann, glaube ich, hier lang. Ja. Oh. 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 Es passieren Dinge. Ja, du bist bei mir einfach verschwunden. Ich dachte, du bist durch die Welt gefallen. Nee. Oh, ist das jetzt? Oh, Scheiß, wenn mich hier jetzt gleich irgendwas anspringt, ne? Ich schwör's, ich schrei euch sowas von dermaßen komplett ins Ohr. Ja, natürlich. Oh, was? Hä? 24, okay. Hä? Oh, nee. Hm. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Ich, ich laufe immer nur durch dieselben Räume. Ja, du kannst am Kalender sehen, was für'n Tag es ist. 22. 24. 21. Und, und was, was sagt mir das jetzt? Weiß ich nicht. 24. Immer noch 24. Bei mir ist immer der 24. Bei mir ist jetzt der 16. Nee, jetzt ist der 23. Da geh ich mal wieder zurück. Ich denk mal, ich muss... Der 24. Der 24. Okay, cool. Jetzt ist... Der 25. Der 25. Der 25. Der 24. Der 24. 13. Was? Zu welchem Datum müssen wir denn hin? 15. Der 9. Oh. Ich bin im Monat 4. Also, wenn du links reinläufst, gehst du im Monat zurück. Ich muss aber Monat nach vor. Ja, dann würde ich mal rechts reinlaufen. Ja, okay. Monat. 7. 8. 15. 9. War das, ne? Oh ja, 15. 9. Ups. So, das hab ich. 23. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist... 22. Okay, jetzt muss ich die ganze Zeit nur noch geradeaus gehen. 16. So. Und nö, jetzt bin ich am 15. 9. Angekommen. Jetzt hab ich hier ne Pflegerin, die ich rufen kann. Aha, aha. Oh, Mutation. Oh, das ist der, ist der Würfel, mit dem wir uns zueinander teleportieren können. Deswegen hat er das, äh, konnte er, äh, Throgan das schon machen, weil er den Würfel schon hatte. Ja. Cool. Hm, das meint er gestern auch mit den Türen, die sich öffnen und schließen. Mhm. Mhm. Okay, das ist der, ist der, ist der, ist der, ist der, ist der. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem Typen zurück und geben die Quest ab. Wir müssen ihm leider mitteilen, dass seine Frau verstorben ist. Truhe. Was ist so dunkel? Ach ja, das war so klar. Mistviecher. Gut, uns fehlt aber immer noch eine Waffenkiste, ne? Hm. Ja, ich denke, die wird hier hinten irgendwo sein, in den Parkhäusern vielleicht. Da waren wir ja noch nicht drin. Oh. Ich guck mal das hier hinten an. Ich guck mal das hier hinten. So, dann gehe ich jetzt mal in das Parkhaus hier vorne. Wow. Ich guck mal. Ich guck mal. Wow, am Ende des Weges ist ein Wasserkocher. Wow. Ich habe hier eine Aufbewahrungstruhe. Ja, bei denen hatte ich jetzt nicht Bescheid gesagt, weil das irgendwie vier oder fünf Stück waren. Ach so. Okay, sie geht gar nicht höher als der zweite Stock, glaube ich. Ne. Ne, höher kommt man hier gar nicht. Dann ist hier nichts drin. Dann gebe ich mal eben fix die Quest ab. Mhm. Oh, ich habe glaube... Warte mal. Ich habe sie gefunden. Okay, ich gebe eben nicht die Quest ab. Ja. Ja, ich habe es bei dir im Stream gesehen. So, dann können wir doch jetzt theoretisch eben hochfahren zu der Hauptfestboppel, oder? Ja, ich gebe nur eben die Quest noch ab. Auf jeden Fall. Nein, jetzt ist mein Discord schon wieder vor meinem Stream. Ah, shooty booty. Oh, danke. Oh, danke. Oh, hier. Oh, hier. Moment. Oh, ich wollte doch von mir eine Kamera machen. Hä? Äh. Ein Foto. Nichts. Welche Quest ist denn das bei dir Reich der Albträume? Äh, die Hauptquest? Ja, ich habe zwei. Äh. Warum hast du zwei? Äh. Ah. Es ist reichte Albträume, ja. Was ist die andere? Ah, ich habe noch eine andere. Oh, ich habe auch noch, äh, der Teufel steckt im Detail. Genau. Äh. Wo ist denn die? Naja, ich, äh. Ich glaube, wir fahren erstmal hoch zum Reich der Albträume. Auch wenn ich da gar nicht hin will. Hm. Aber irgendwie funktioniert meine Navigation nicht. Hm. Hast du denn auch schönes Licht an beim Motorradfahren? Ja. Sehr gut. Vorzüglich. Weil dann können wir uns hier oben nämlich auch schon fast eine neue Area suchen, wo wir bauen. Äh, warte mal. Ach. Stopp, 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 stopp. Anker werfen. Halt abgebogen. Hä? Ne, äh, stopp, 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 weil hier ist ein Teleporter. Was? Wenn man da schon 2,50 Meter neben, äh, vorbeifährt, äh. Nimmt man den natürlich gerne mit. Ja. Ich muss mal eben, äh, helfen Einkäufe hochtragen. Ja, mach mal. Ich komm gleich wieder, bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! 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 Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Hilfe. Okay. Okay. Warte. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob es eine Once-Human-Playlist gibt. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Aber ich weiß, aber ich weiß, ist das ist, der führt, der führt, der führt, der führt, das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Ach, jetzt hat er den Weg. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab' dir ne Bewerbung geschickt, drück mal J. Ey, Y. Achso. Das war'n anderer Spieler. Kannst du mal aufhören, mich hier ständig zu rammen, ey? Mich hat's total zerlegt. Oh, nee. Guck mal, unser bester Freund ist wieder hier. Wie kriegt der eigentlich... Wollen wir die Quest jetzt noch nicht annehmen? Okay. Nicht? Ich hätte jetzt erstmal gesagt, alle anderen Quests, die wir auf der anderen Karte haben, fertig machen und dann hier oben weiter, oder? Oh ja, das können wir auch machen. Ich würde nur noch eben hier oben mit dem Typen quatschen. Ja, und ich habe dann eine Quest zum Abgeben. Ach, weil hier Claire steht, okay. Mit Hotdog? Jetzt müssen wir wegen dem nochmal in dieses Hospital? Oh mein Gott. Bitte nicht. Nee, ist ein anderes. Ja, ist ein anderes. Okay, ähm... Oh, Minigame. Was? Wo? Dieser Autobahn. Mhm. Nice. Wow, das hat 2000 Pfund diese Punkten gekostet. Mhm. Ich guck mal eben, was ich hier kaufen kann, ob die vielleicht irgendwas für mich haben. Okay. Okay. Und jetzt ist es so schön. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube ich habe das, was ich auf meine Katze Oh, noch ein Saisonsziel abgeschlossen Was? Erhalte eine Mutation mit einer höheren Mutationsbewertung als 2 Puti puti, die habe ich auch noch offen So, ich möchte mal eben gucken, wo die andere Hauptquest liegt Ich glaube, der war sich kurz nicht einig, wo die liegt Ach, die ist ganz unten Da waren wir sogar schon Oder Ja Hä, warum ist der gesperrt? Startpunkt gesperrt, verstehe ich nicht Ja, wahrscheinlich, weil da irgendwas passiert Wo ist denn hier eigentlich der Teleporter? Stimmt Äh Achso, mitten auf dem Oh, wow Das war Nummer 15 Ähm, ja, dann würde ich sagen Wirklich hier unten noch die Quests machen Auf jeden Fall Also, äh, Zeichnung eines Kontrollpunkts, ne? Welche? Und Jagd nach der Vergangenheit Ähm Ja, dann können wir ja Wenn wir nach Deadspiel Genau Deadspiel Und dann Auf geht's Ah, das war Okay Oh, ich muss noch eben meine Waffen upgraden Ich hab mir schon wieder Schwachsinn gekauft Hm Und zwar ein vergrößertes Magazin Nice Und eine Reise abgeschlossen Und ein Saisonstiel abgeschlossen Alter Oh Und hier kann ich schon den ersten Stern abholen Nice Ach, das ist die Mission mit den Kontrollpunkten Okay Ja, warte Achso, Moment Ich hab hier noch eben Äh, ich hab vergessen hier mit Äh Wer muss ich denn reden? Mit Low? Aufgabe abgeschlossen, okay Dann noch kurz mit ihr hier quatschen Da hab ich dann wahrscheinlich die nächste Aufgabe abgeschlossen Ja Ist natürlich auch gut, wenn man die ganzen Quests ständig macht, aber nie abschließt Mhm Warte mal Was? Warte mal Was? Warte mal Was? What the fuck Ist das bei dir auch? Hä? Ja Äh Okay, cool Jetzt stehen wir beide ineinander Und jetzt ist hier wieder die Kamera Okay, cool Ich weiß nicht, ob mich das verstört oder Oder nicht Hallo Jaffa Hallo Jaffa Ach, das war da Ah, versteckte Kiste Und weiter zum nächsten Ähm, Momento Wie hast du das aktiviert? Mit Q Oh mein Gott Oh Ich glaub ich möchte ganz gerne wieder auf die Straße Das löne uns nicht ganz gut Ich brauch dreckiges Wasser Haha Hehe No Man's Sky ist im Sale Okay Ach Ich besitze das aber schon, seit es rausgekommen ist Ich nicht Okay Aber ich, äh, hab auch diesen Monat definitiv alles, aber kein Geld mehr dafür Oh mein Gott Ja Ja Ich weiß nicht, ähас So, und wo müssen wir jetzt hin? Äh, wir müssen glaub ich noch irgendwas machen. Ne, wieder hoch zum Teleporter. Achso. Ich hab das Ding nicht aufgehoben. Was meinst du mit... Einmal wieder querfeldein, was? Neuer Mapteil Jafar? Wow, mein Navi macht mich fertig echt. Mhm. Achso, du meinst... Ja, er meint nicht in No Man's Sky, sondern er meint hier im Spiel. No one's human. Ah, Phase 3, okay. Crucifix. Meine Güte. Was? Oops. Den hab sogar ich getroffen. So, was haben wir denn noch für Quests? Nur die unten, ne? Äh, bei... Ähm... Verlorene Dame. Ach nee, Moment, wir haben hier noch richtig viele Quests. Also, wir könnten jetzt hier verlorene Dame, göttliche Eigenschaft, dann rüber auf die Insel, dann kann ich den Leuchtturm abschließen. Mhm. Und dann könnten wir eigentlich runter in das zweite Gebiet. Ja. Und dann unten nicht abgeschlossene Expedition und dann den, äh, Spaltanker da noch machen, ne? Genau. Und ich hab hier oben noch eine Mission beim Sicherungssiegel, äh, Silo Sigma mit T austauschen. Warte, 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 warte. Ach, warte, ich zeig's. Das ist hier. Ach, das war's gar nicht, du. Oh, wow. Ich bin hier hinter... Oh, wow. Ja. Moment. Du müsstest mir das nochmal zeigen, weil ich habe nicht hingeguckt, weil ich dachte, dass du von mir wegrennst. Ach so. Äh, hier müsste ich noch irgendwann hin. Ähm... Das habt ihr, glaub ich, äh, gestern erledigt gehabt. Ach so, ja, klar, können wir machen. Okay, also jetzt, äh, zu eine verlorene Dame. Ach so, ja stimmt, wir haben den Teleportationsturm ja direkt hier neben. Genau. Oh mein Gott. Wo fährst du denn lang? Okay, egal. Da, wo mein Navi mich langschickt. Ach, shoot. Kann das sein, der schickt dich, äh, nicht zur Mission, sondern zur Hauptmission? Moment, hier kann ich aber kurz mehr fahren. Ja. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Mhm. Dann wär ja langweilig. Richtig, einfach kann jeder. Ja. So, wo muss ich hin? Ähm, zu dem Turm. Genau. Genau, dann einfach zu mir hin, da. Und du kannst auch auf diese Ausrufezeichen rechtsklick machen, ne? Dann schick dich das Navi dahin. Mhm. Hast du, das untere hast du noch nicht angeklickt, oder? Nee. Jetzt hab ich Schluck auf, perfekt. Wo ist denn die Quest jetzt hin? Ach so, oh. Hallo, Drakon. Äh, ach, du bist ja gar kein Affiliate mehr. Arsch. Hallo, Drakon. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich das nicht in näherer Zukunft nochmal, äh, beim Twitch-Support anfragen soll, ob man das nicht doch nochmal aktivieren kann. Aber dafür muss ich erst zum Steuerberater. Oh, da muss ich auch noch hin. Ach, Moment, wo muss ich denn hin, wenn ich, äh, mit jemandem sprechen will und fragen will, ob ich ein Gewerbe anmelden muss? Dann muss ich wahrscheinlich googeln bei mir in der Stadt. Wird wahrscheinlich bei jemandem unterschiedlich sein. Äh, Steuerberater auf jeden Fall. Wollte keine Alert aktivieren, um dich zu erschrecken. Dafür der Cheer, aber hat ja dann nicht funktioniert. Hm. Wegen Schluck auf. Ach so. I see. Ja. Also der Steuerberater macht das auch mit dem Gewerbeanmelden? Nee, der kann dir sagen, ob du ein Gewerbe brauchst. Aber Gewerbeanmeldung machst du eigentlich beim Gewerbeamt. Okay. Ah, jetzt will ich erst den Steuerberater. Zum Steuerberater will ich halt, weil ich rausfinden will, ähm, also den, der soll die Steuern für mich machen. Hm. Ja gut, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach, also so kompliziert wird es schon nicht sein, denke ich. Nee, denke ich auch. Nee, und dann kann er auch meine Allgemeinsteuern machen, also dann privat und gewerblich gesehen. Ach so. Ja, ich lieb's das selber zu machen. Ja, ich hab keinen Plan, was ich mache, deswegen. Ich würde jetzt auch noch nicht von mir behaupten, dass ich absoluten Plan davon habe. Aber, äh, ich krieg meine Steuererklärung zumindest jedes Jahr hin. Bist du sadistisch veranlagt? Wieso? Hä? Aber die Steuererklärung ist doch popels einfach. Ja, die mach ich mit ner App, aber die kannst du halt nicht mit, ähm, mit Gewerbe machen. Dafür gibt's doch ne extra App, oder? Ja, muss ich nochmal reingucken. Mhm. Ich meine von Wieso-Steuer zum Beispiel, das nutze ich. Mhm. Da müsste es ne, äh, separate App geben. Junge, ich seh einfach nix mehr. Ja. Okay, dann muss ich da mal reingucken. Ich meine, dass es, äh, also ja, es ist richtig, du kannst es nicht mit der normalen machen. Mhm. Aber ich meine, die hätten da sonst extra Ding für. Okay, sauber. Muss ich noch. Muss meine noch machen. Ja, ich mach das immer direkt, wenn ich, äh, sobald ich alle Daten zusammen hab, also ich hab meine meistens schon im, äh, Februar, Februar, März fertig. Je nachdem wann ich die Sachen von der Firma krieg. Ich auch. Scheiß Mistfeed Ruhe. Hahaha. Aber der Schluckoff ist weg. Ja. Trotzdem scheiß Mistfeed Ruhe. Ach, hier waren wir doch auch schon mal. Ja. Aber die Ausrüstungstrue kann man trotzdem mal mitnehmen. Ja. Oh. Da muss man ja jetzt zum Glück gar nicht so viel machen. Ja. Ich hab mich auf. Ja. Ich hab mich auf. Ja. Also. Oh, hier ist ne Truhe. Ok, wir müssen irgendwie nach oben. Ja, ich glaube da ist irgendwo ne Außentreppe. Hm. Ja. Jetzt wieder nach unten. Alter. Und jetzt wieder zurück. Ah, die alten Bücher von oben hattest du genommen? Mhm. Ok, die hab ich nämlich nicht genommen. Und jetzt wieder zur Oma oder was? Mhm. Oh Mann. Oh Gott. Ist er. Ich hab mich grad gewundert, was du hier machst. Gluten. Gluten gut. Ach Gott sei Dank, ich seh endlich wieder, was das war ja grauenhaft. Oh. Oh. Oh wow. Wirklich jetzt. Ja, das ist in Meyers Market, da fahren wir nicht hin. Wollen wir unten die Mission machen, äh göttliche Eigenschaften? Ja. 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 Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Quests uns sehr gerne einmal quer across the map schicken. Ja. Ich dachte, das wäre, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. I'm fuck as fast. Oh no. Ich bin vom Weg abgekommen. Warte. Oh, warte. Hier gibt es eine Quest. Oh, ich habe Steine zerlegt. Hier gibt es eine Quest. Ich habe hier Volturleiche. Oh. 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 Was ist das? Ich habe ihnen ein zweites Popo-Loch geschossen. Wow. Und ihm habe ich den Schnipel abgeballert. Und ihm habe ich den Schnipel geflogen. Oh, nice. Hm, shoot. Die Quest ist doch unten. Ja, hab ich auch grad gesehen. Und jetzt ist sie oben. Oh wow, hier ist noch ne Kiste. Oh, hier ist ein Medi-Kit. Das sieht sehr kulturell hier aus, muss ich sagen. Mhm. Ah, Aufgabe abgeschlossen, das war's schon. Sauber. So, wo war jetzt die andere Quest, wo wir ursprünglich hinwollten? Ganz rechts auf der Karte. Ach, da. Ja. 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 Oh, ich hab ne Höhle gefunden. Nice. Oha. Ah, ich glaub da hinten ist auch unser Questziel. Oh. Kontaminiertes Wasser. Kontaminiertes Wasser. Ist hier irgendein Wasser, was nicht kontaminiert ist? Ich glaube nicht. Die leuchtende Statue sieht irgendwie verdächtig aus. Und wieso klingelt hier ein Telefon? Oh, Silbererz. Ich komm gleich zur Unterstützung, ich wurde abgelenkt. Mhm. Silber oder Zinn? Silber. Hm. Hallo. Ich möchte hier entbeten. Pilger, lass deine aufrichtige Haltung. Ah, ich verstehe. Warte. War das... Ich glaube X. Was? War's das? Nee. Äh... Es gibt Beeten. Flehen. Jo. Oh, abgeschlossen. Nice. Nice. So. Heißt, wir müssen jetzt nach Meyers Market und da die Quest... Ne, nach Deadsville? Ja, nach Deadsville, aber ich müsste eigentlich noch den Leuchtturm machen. Wo sind wir denn gerade? Ja, sollen wir zum Teleporter und dann, äh... Na welchen, welchen Leuchtturm? Unten rechts hier. Den hattet ihr schon erledigt. Achso, ja, dann können wir uns doch, äh... Gehen wir jetzt hier zu dem Teleporter und teleporten uns dann nach da unten und dann gehen wir rüber und machen den Leuchtturm noch. Hm? Oh Gott, warum leuchten die denn alle? Oh Gott, warum leuchten die denn alle? Ich muss mal aber eben, äh... Andere Musik, das hört sich grad... Nach Hochzeit an. Oh, schön. Ach, ich glaub, bei dem Leuchtturm musstest du... ...meine ich auch nur kurz mit einem quatschen. Und ne richtige Antwort geben. Und es war die letzte. Okay. Einen Moment doch, eben wieder um... So. Schwimmst du da grad hin? Ja. Oh ja. Anders kommt man nicht auf die Insel. Leider Gottes. Sonst würde ich für den Zeitpunkt, weil du da... Du musst wirklich nur mit dem quatschen, würde ich mal eben nach Hause gehen und gucken, ob ich mir noch was herstellen kann. Ja. Ich meine, ich hätte, äh, ein Präzisionsgewehr-Dingsbums da freigeschalten, das würde ich ganz gerne machen. Ja, gerne. Mir ist kalt. Ja, das ist nicht schlimm. Stell ich mich so an. Ja. So. Das ist jetzt schon besser... Fast besser als das, was ich hier habe und hier ist noch ne Mod drauf. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Das hat jetzt ne Wertung von 502. Nice. Hm. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich dafür noch ein bisschen... Heißt, er hat noch Kupfer gesammelt. Was hast du für mich? Schwefel. Gut. Oh, ich muss drauf achten. Rotes Licht, Musik schalte das Radio an und höre Musik. Oh, ja, okay. Kann ich schon ein Radio bauen? Ähm, Wohnanlagen ist das hier drunter? Ne, das sind die Generatoren, da werde ich es nicht finden. So, wo finde ich das Radio? Die Einrichtung, in der die Drohne zur Holzernte eingesetzt werden. Diese Einrichtung erfordert jemand, der sie bedient. Oh, du kannst hier hinterher brauen. Ja, habe ich schon gesehen. Ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich die, äh, wo ich das Radio herkriegen soll. Kann ich dir auch nicht sagen. Wahrscheinlich unter Deko oder sowas. Die Einrichtung. Ähm, Heimunterhaltung. Da ist das Radio. Nein. Aber ich mache gerade dasselbe wie du, ich wollte die jetzt nämlich auch alle einmal beleuchten. Die will leuchten. Ja, du musst sie auch noch mit unterschiedlichen Farben anleuchten. Unterschiedliche Farben gebe es nicht. Doch, leider schon. Ja, aber ich habe keinen Strom. Ich glaube, die Farben sind in dem Fall sogar egal. Nee, nicht zwingend. Also, äh, ich meine, der Strom ist in dem Fall egal. Achso. Kann ich die verschieben? Ah. Nice. Ja, dafür brauche ich eine Decke. Ja, die habe ich gerade extra dafür gebaut. Okay, Abgrund ist was für dich vielleicht an Musik, aber nicht unbedingt meins. Sollte mal was zu essen machen. Hm. Oh, ich hoffe, dass Jackie gleich Essen gemacht hat. So schlimm? Mhm. Aber ich habe Bock auf Tomate, Mozzarella. Oh, nice. Mhm. Ich sollte mein Haus mal bauen. Damit das hier nicht alles so nur so hingerotzt ausschaut. Mhm. 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 So ein Glück habe ich nicht, dass mir jemand Essen macht. Ja, also wir wechseln uns auch schon ab, aber wenn ich streame, macht sie halt meistens Essen. Das ist richtig nice. Ich komme gleich wieder. Ich frage bei ihm nach, wann Essen fertig ist. Wow. Mhm. 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 Wie? Ja, mit dem. Okay. 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 So, das werde ich doch mal eben nachgucken. Und zwar die Twitch-Drops. Genau, alle abholen. Okay. 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 Das war's für heute. So, Aufgaben geschafft. Medizin an der Synthese-Werkbank. Ah, ich konnte mal eben Wasser herstellen. Den Trolls holen. Ich habe zurückgekehrt. Willkommen zurückgekehrt. Danke. Ich habe doch noch ganz kurz beim Essen machen geholfen. Nice. Ein bisschen Mozzarella geschnippelt. Ich muss noch eben warten, bis mein Essen fertig ist. Ja, ja, ganz in Ruhe. Ja, ganz in Ruhe. Ja, ganz in Ruhe. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber ich hab nichts, woran ich sie setzen kann Ach, du hast keine Decke, okay Ja, ich hab eben fix ne hässliche Decke gebaut Hm So Aber eben ins Bett legen Wir können nicht morgen Offstream dann mit Äh Ja, ich hab doch den Kopfhörer Ich hab das hergestellt, wo sind die jetzt hin? Hm Äh, mit dem Hausbaugeschäftigen Äh Äh Achso Du musst die einfach nur unten, genau Ähm Ich würd mal eben auf Klo verschwinden Viel Spaß, bleibt nicht stecken Ja, danke Ja, danke Ja, danke Ja, danke Ja, danke beim haus bauen muss ich auch nicht nachdenken das ist nicht sonderlich spannend und wenn ich dann am dienstag den stream anschmeiße dann habt ihr da können wir meine schöne putze dann betrachten die ich bis dahin gebastelt habe ich werde sehr 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 viel stein fahren müssen bis dahin weil für das was ich vorher brauche ich ein bisschen was es ist Ich wollte schon sagen, hier sind doch jetzt bitte nicht alle Steine abgefarmt. Ich brauche auch immer noch das Lederhäschen, ne? Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, damit den Hasen abzuknallen, aber egal. Warum ätzeln sie Hasen nieder? Weil ich das Killerhäschen haben will. Oh. Verständliche Reaktion. Was mir automatisch Leder farmt. Oh. Oh ja. So, und das kriegt man halt aus Häschen raus, also müssen die wohl oder übel leiden. Hm. Kann ich verstehen. Äh, ich bringe eben die Steine weg und dann können wir Lotz. Aber es ist so cool, auch den Unterschied zur Demo zu sehen, was alles dazu gekommen ist. Mhm. Gerade was das Bauen und so angeht, da waren ja gar nicht so viele Sachen wie jetzt damit bei. Ja. Hase. Oh. So. Ja, hier noch eben alles zerlegen und nochmal wegräumen, damit ich wieder genug Platz im Inventar habe. Äh, dann... Das einmal ansetzen. Und ganz wichtig, die Sinterziegel einmal ansetzen. So, ich glaube, wir können, äh, Dinge tun. Was wollen wir machen? Äh, wir müssen jetzt als erstes hoch nach Deadsville. Ja, ich hab hier, äh, ich hab hier, hast du das auch materielle Nöte? Äh, ja, aber ich mein, äh, äh, erst mal die anderen Quests abgeben, dass wir da durch sind. Und dann machen wir die da unten, würde ich sagen. Okay. Ist ja eine gute Idee, marken wir zu. Oh, ich hab noch ganz viel Kaffee. Nice! Wir können heute richtig eskalieren. Oh mein Gott. Jetzt, das wird wieder ein Stream bis 1, 2 Uhr. Oh, ja, wird hier nicht ins Bett gegangen. Okay. Ich will ordentlich was geschafft bekommen. Dass ich nicht morgen wirklich rein auf Häusle-Bauung konzentrieren kann. So, wo haben wir denn hier Quests zum Abgeben? Ist doch nur eine, oder? Mhm, ja. Bei der Gutschen hier. Ich geh mal alle, äh, Quests, äh, ne, alle Sprachoptionen durch, weil bei der einen eben gerade kommt man dann auch noch weitermachen. So, hier haben wir ja dann jetzt nichts mehr. Nee. Dann haben wir einmal noch Essen für die Kinder und materielle Nöte. Boah, guck dir das an. Zehn Weltenaufgaben. Mhm. Ähm, können wir eben zu dem Teleportationsturm hier, dass ich hier den Tochtergruß abschließen kann? Äh, natürlich. Warte, 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 wo muss ich hin? Äh, oben, direkt links neben der Zuhause. Ja. Da. Dankeschön. Ja, dankeschön. Halt die Fresse. Oder sieht es gut aus? Zum Glück mag ich keine Tomaten, aber es sieht gut aus. Entschuldigung. So, wir wollen zu dem, äh, Sigma-Gedöns, ne? Mhm. Äh. Moment, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Andy da. Hm. 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 Bei mir kommt grad Entspannungsmusik. Hm. Das ist scheiße. Hm. Und von Metalcore gibts nur drei Lieder. Hm, hm. Hm. Ah, das Ding, ja, das war cool. Okay. Da werden dann auch in den verschiedenen Phasen, ähm, neue Schwierigkeitsstufen freigeschalten. Uh. Wow. Aber Stufe 2 ist schon Level 50 und empfohlene Spielerzahl 3. Und das letzte ist Level 60, empfohlene Spielerzahl 4. Oh. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich das mache. Hm? Rein da. Oh, nur du kannst das. Oh. Oh, nur du kannst das. Oh. 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 Wo kam der denn her? Ich hab absolut keine Ahnung. Wahrscheinlich leckt der Server grad ein bisschen. Na, was? Nichts. Komm mal nach hier hinten, hier ist noch ne Waffenkiste. Ja, ey, Momento. Oh. 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 Oh wow Was ist hier? Weiß es nicht Du bist gleich tot Ja, hab ich auch gemerkt Alter Okay Hier hinten ist die Belohnungskiste Ja, ich hatte hier aber eine Tür aufgemacht Da wollte ich noch reingucken Ja Die hatte ich nämlich mit Throgan letztens auch nicht aufgemacht, glaube ich Ich bin in einem Spielzimmer Oh mein Gott, ist das geil Guten Abend, Zuschauer Hallo Oh mein Gott, du bist winzig klein Ich werde auch winzig klein Oh ja Guten Abend, Zuschauer Oh mein Gott Hä, hier waren wir gar nicht drin Hm Und was sollen wir jetzt hier drinnen machen? Weiß nicht. Aber das sieht aus wie so ein Spielzimmer, wo man beobachtet wird, ne? Mhm. Welcome the playground. Oh, ich glaub, wir müssen hier den Automaten bespielen. Ah, ich glaub, wir müssen hier drinnen bleiben. Oh, was ist das? Das ist ekelhaft. Wow. Oh, nee. Ja, warte. Die sind an mir vorbeigelaufen. Die droppen Teddybären, die sind gruselig. Äh, kannst du einmal zurückkommen? Wir müssen beide im Kreis bleiben. Oh. Du läufst schon wieder aus dem Kreis raus. Hä? Nein. Ah, dicke Moppelchen. Was passiert hier zur Hölle? Oh, ich bin gleich tot. Ist das so ein Baby von dem Bus? Hm. Nennt sich Gatchamaschine. Oh, oh, hinter dir. Ja. Jetzt dürfen wir raus, oder jetzt? Belohnung abholen. Ah. Ah. Oh. Das müssen wir ja, Throne, auf jeden Fall auch noch zeigen. Auf jeden. Voll gut. Ja. Voll cool gemacht auch, ne? So, und jetzt muss ich mir die andere Kiste noch holen. Ja, die hab ich auch noch nicht. Ah. Aber dafür brauchte ich so ein... Äh, du hebst doch zwischendurch diese Rosetta-Chips auf, ne? Ja. Zugangskarten und so weiter. Hä? Was ist jetzt passiert? Wir sind raus. Hätten wir das zuerst einsammeln müssen? Wahrscheinlich. Hm. Schön, dich zu treffen. Ah, ich danke dir für das... Oh, liebe. Oh, wie immer. Und natürlich in der Zukunft. Wollen wir das nochmal machen, damit wir die Sachen bekommen? Oder eher in anderem ist so... Oh, Bauplanfragment Barrett. Ich mein, wir müssen ja das Spielzimmer nicht nochmal machen. Ne. Hä? Äh, warte mal, geh mal wieder raus. Kannst du rausgehen? Mhm. Müsste ich. Wir sind in kein... Hä? Warum, warum bist du nicht mehr in meinem Team? Hm? Nehme mal die Einladung an. Kann ich nicht. Hab keine gekriegt. Ich hab dir eine Anfrage geschickt. Äh, achso. Dies ist im, äh, Palis nicht möglich. Kann ich das Verlies einfach wieder verlassen? Oder muss ich das jetzt spielen? Hm. Drück mal Escape und unten links. Ah, Verlies verlassen. Oh, wow. Da steht sonst Spiel verlassen. Deswegen hab ich, äh... Hm. Gar nicht so richtig hingeguckt. Hm. Ich hab dir eine Bewerbung geschickt. Oder so. Ypsilon? Entschuldigung. Jetzt schnetzeln wir da einmal schnell durch. Hm? Oh. Oh. aber die kisten können wir nicht noch mal holen jetzt okay das ist aber nicht schlimm aber auch im chat stand drin du hast das team verlassen also ich denke mal wir haben das gecrasht also hier nee nee komm mal hier her und du sammelst ja immer diese zugangskarten ein also jetzt nicht aktivieren aber da steht zum beispiel bei mir ich habe keine mehr aber anscheinend ja gut kann natürlich auch sein dass wir du hast mir das pass aus der hand geschossen jetzt ist die belohnung nämlich hier hinten ich habe eine staubige bekommen ne was ne staubige ne eine waffe mit einem skin und der war staubig glaube ich es hat sich gereikt ja so dann würde ich jetzt sagen ab nach hause und was für eine quest hast du da oben materielle nöte habe ich gar nicht du hast doch die andere quest ach so doch die ist bei dir da nur noch als ausrufezeichen ne ja 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 würde ich sagen nach hause und dann machen wir hier nicht abgeschlossene expedition ich denke mal dafür müssen wir dann rüber auf die insel davon gehe ich mal aus und ich gucke mir vorher noch die pistole an wow meine navigation funktioniert auch nicht mehr ja also bei mir hat wirklich nur geholfen einmal das spiel neu zu starten ich habe jetzt keine lust das spiel neu zu starten dann halt ohne navigation ok ok jetzt Okay. Ich geh grad mal davon aus, dass das oben beim Leuchtturm ist, die Quest. Jo. Loot. Oh wow, ganz da oben. Oh wow. Alter. Mhm. Herzlich willkommen bei Kreislaufsimulator. Ähm, das ist hier aber nicht so ne Schleife oder sowas, ne? Oh ne. Ja, das passt doch, da wollten wir doch eh hin. Ja. Okay. Stimmt. Oh, man kann noch höher. Oh, ne. Okay. Oh, schade. Oh. 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 Die Frage ist jetzt, wie man auf das Schiff kommt. Weil da drauf landen, hat schon mal nicht geklappt. Okay. Welche Farbe kommt ihr als erstes in den Kopf? Blau. Okay. Warum? Oh, wow. Hä? Ich weiß nicht, wie wir da drauf. Es kann sein, dass wir von der Insel von einem hohen Punkt oder so abspringen müssen. Nee, da ist kein hoher Punkt. Also nicht so hoch. Ja, ich habe eben gerade schon mal den Teleporter aktiviert. Oh, Gegner. Blau ist mir auch nur als erstes in den Kopf gekommen, weil ich in einem blauen Wasser geschwommen bin. Ansonsten wäre es wahrscheinlich orange gewesen. Ich habe den hohen Punkt gefunden. Ja, ich muss mal eben kurz gucken, wo ich hier hochkomme. Okay. Ich glaube, orange wird ein bisschen schwer. Wie sieht das aus im Stream? Ja, doch, das geht. Ja. Perfekt. Aber man sieht sofort, wie warm es in der Wohnung ist. Hä? Ich glänze. Äh. Oh, was hast du denn gemacht? Ja, weiß ich nicht. Ach, du warst erschöpft. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel mag Leuchttürme. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Wo? Also, hier ist absolut gar nichts. Cool. Mhm. Okay. So, der nächste Punkt ist da oben. Ansonsten war hier auch gar nichts an Truhen oder so, ne? Weil wir sind hier ja schon in dem Gebiet drin, wo wir für den Spaltanker sammeln müssen. Ja. Ich guck hier noch links eben. Äh, rechts. Ne, hier ist auch nix. Cool. Da oben ist was. Oh wow, ne Aufbewahrungskiste. Wow. Und da unten sind noch zwei. S-Bahn-Lupen, die können so lange schießen. Ja. Weil wenigstens gibt's hier relativ viel Loot. Das Problem ist nur, wir müssten halt für den Loot, den wir ja wirklich brauchen, in das neue Gebot gehen. Ja. Oh, Kiste. Hier ist eine weiß ich nicht was Kiste und ich weiß auch nicht wie wir da reinkommen. Doch. Oh, ich hab Dosenobst gefunden. Oh. Ich hab die Waffenkiste und die ähm, mystische Kiste gefunden. Jo, I'm Eile. Und wir müssen da eh einen da drüber. Hier ist noch ne kleine Aufbewahrungskiste. Oh, ich hab ne AKM bekommen. Oh ne. Hm? Mein Lieblingsspiel. Oh. Oh. Das ging erstaunlich einfach dieses Mal. Haha. Okay. Heißt hier fehlen noch ein Spaltanker und ein Elite Gegner. Ansonsten haben wir alles. Ja. Hier hinten sind noch zwei Kisten. Oh wow. Oh wow. Naja, irgendwie schon. So, hier hinten ist nichts. Oh, da liegt noch was. Ein Roboterfisch. Oh geil. Und da liegt noch was. Äh, ich hab den Elite-Gegner gefunden. Oh. Willst du auch noch einmal draufhauen? Ja. Und hier ist so eine Glitzer-Truhe. Ja. Ja. Uy. Ja. 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 Wenn wir die Quest fertig haben, noch den Spaltanker eben einmal aktivieren. Und dann sind wir hier in dem Gebiet, da sind wir ja schon wieder durch. Jo. Meine Güte, ich stehe zwei Zentimeter vor den Viechern und ich treffe sie nicht. Ist der Wahnsinn. Hä? Ich bin verwirrt, wie komm ich denn hier in das Gebäude rein? Äh, gute Frage. Weil der Questboppel ist hier. Aber ich komm da nicht rein. Und vielleicht Untergrundeingang? Ja, ich, da war grad irgendeine Nachricht von V, aber ich hab die nicht lesen können. Oh. Äh. Finde Rosettas Forschungsdokument her. Okay, gut. Das wird... Hm. Oh. 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 Warte. Oh, warte. Jetzt schrubst mich doch nicht. Haben Sie vergessen, da eine Tür anzubringen? Äh, nö. Oh mein Gott. Hast du Q gedrückt? Nein. Viel Spaß dabei. Das ist doch deine Lieblingsaufgabe, sowas. Wo hast du dich denn ungefähr hingestellt? Das ist schwierig zu sagen, weil ich das Bild nicht mehr sehe. Ah. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber auf jeden Fall genau ein Stückchen weiter vorne, nicht so weit hier hinten. Oh. Ich hätte nur länger in derselben Position stehen bleiben müssen. Ah, ja. Wie ich mir einfach immer noch kein Essen gemacht habe. Husch. Oh mein Gott. Und mach dir Essen. Ja. Äh, so. Dann. Ähm. Können wir jetzt den Teleportationsturm runter? Äh, das mach ich aber nicht. Mit dem Motorrad, da flieg ich runter. Oder doch? Ja. Oh. Unfall. Tut mir nicht leid. Oh Gott, mein Motorrad wird sowas von Leiden darunter. Nicht du? Ich lass es. Ne, ne. Nur mein Motorrad. Oh. Na ja. Vielleicht auch ich. Oh mein Gott. Ich hab Bronco Stiefel erhalten. Ich hab Bronco Stiefel erhalten. Ja, oder Broco Stiefel. Ja, oder Broco. Ja, oder Broco. Ah, Bronco. Okay. Unfall. Ja, so. Hallo Kredusch. Hallo, hallo. Hallo, Kredusch. Hü Af. Töne. Auf. Töne. Töne. Äh, so. Jetzt habe ich noch... Äh, und... Genau, Essen für Kinder, da müsste ich noch einmal hin. Ja, okay, da müsste ich auch hin. Oh. Unfall? Ja. Ups. Oh, ich hole mir nochmal eben den Biber. Mach das. Ich habe die falsche Abbiegung genommen. Ja, dasselbe ist mir auch passiert. Unfall! Hast du gesehen, was der Typ da ans Meer gebaut hat? An den Fluss? Ja. Das geht auch mal gar nicht. Ich habe heute mit Alu begonnen. Äh, der vierte Boss ist einfach viel einfacher als die Spinne. Oh, ich habe schon gar keine Lust auf die Spinne. Ja. Oh. Da ist ein Bus. Kannst du dem was machen? Ja, ich wollte es ausprobieren. Weil ich jetzt spore einen Haufen Gegner. Ich würde mitmachen, aber Cross-Server-Zeugs. Oh ja, hier ist eine Truhe drin in dem Bus. Was? Ja. Oh, einmal pro Tag kann man die Truhe plündern. Also muss ich warten, bis er sich wieder hinhofft. Ja. Ja. Weh, der macht mich meinen Motorrad kaputt. Glück ab. Ja, hallo. Oh, guck mal. Kannst du einsteigen? Jau. Das war zum Glück überhaupt nicht laut oder so. Das war so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, du musst nicht mitmeckern. Das können die anderen ganz alleine. Oh mein Gott. So, was war das jetzt? Oh ne, vier Ziffern. Fünf. Nein, ihr habt nichts gehört. Gar nichts. Ja. Das finde ich lustig. Äh, lila Superstar. Oh ja. Also das denkt sie nur wahrscheinlich. Äh, ich aktiviere mal schon mal den Spaltanker, ja? Ja, das habe ich auch eben gerade gemacht. Ich habe auch ein bisschen was gefunden. Äh, der Gebieter. Was für eine Anspielung ist denn das? Adobe oder was? Komm mal hier in das Basketballfeld. Äh, du läufst vorbei. Hey. Nein. Ach, da bist du. Äh, ich dachte, die wäre für dich. Ja, die habe ich schon getrunken. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist Mission Impossible. Hm. Ah, okay. Fehlen uns noch zwei Truhen. Ja, und die, äh, Quest mit den blauen Boppeln, mit den Notizen, ne? Ja. Und, äh, wieso fehlen uns zwei Truhen? Äh, eine mysteriöse und, äh, eine Ausrüstung. Ja. Habe aber auch Sachen von Stanley Parabel oder Backrooms gesehen. Äh. Sagt mir beides nicht. Hilfe. Äh. I think I find a bug. You think so? Ja, die Grafiken werden nicht geladen. Und hier ist kein Boden. Ich glaube, ich habe aber eine Truhe gefunden. Oh, ja. Die Frage ist nur, wie wir da drankommen. Nein. Das hat nicht geklappt. Hm. Andere Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Oh Gott. Ich Idiot. Äh, ich hatte dann an Stuck gesagt. Nicht bewegen. Kannst du die Truhe öffnen? Ja. Ja. Das Grafikproblem hatte ich auch sehr vereinzelt. Ein Server-Neustart wäre wohl gut. Mhm. Stanley Parabel ist so ein Spiel mit optischen Täuschungen. Oh, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Ja, ich glaube, das ist das Kinderzimmer, was wir hatten. Das ist... Oh ja, das kann sein. Wo du von groß zu klein wirst. Das mit dem Befreien hat nur so mäßig gut geklappt. Wow. Oh, ich will mich jetzt aber nicht zurück zum Haus teleportieren. Das war voll weit der Weg. Ja, wenn wir da nach hoch... Äh, hochkommen, dann passt das ja. Oh. Aber da sieht man mal, wie lustig das aussieht, wenn, äh, wie die Umgebung gebaut wird. Ja. Ähm, wenn hier noch quasi Häuser und so hinkommen. Ja, gut, uns bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als uns eben nach Hause zu teleportieren. Weile, weile, weile. Zu spät. Fuck. Warum? Hm. War noch eben da, vorbei. Auch meine Navigation funktioniert im Übrigen wieder. Mh, weil die Quest hast du schon gemacht. Ja. Kann ich dir auch noch eben machen. Ja, Kinder, äh, Nöte oder so, Nöte der Kinder, irgendwie sowas. Okay. Irgendeine Quest habe ich die du schon gemacht hast. Und das war die da oben. Mhm. Aber ich weiß auch schon, was wir gleich als nächstes machen. Och, Mila! Oh mein Gott. Dieser Hund. Ja. 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 Die muss immer das letzte Wort haben. Deine Freundin oder der Hund? Der Hund. Ja. Mh? Hä? Was, 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 was will der denn haben? Ausgezeichnet. Baumaterialien sollte sich brauchen. Noch so viel mehr. Äh. Was für Baumaterialien will der denn haben? Wahrscheinlich Steine und, äh, Holz, ne? Ja, das kann gut sein. Ja, Zuschauer, das trifft voll und ganz zu. Hä, 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 hä. Kann sich der Hund das nicht gefallen lassen. Mhm. Nee, das Ding ist immer, wenn die müde wird, fängt die... Ach, fünf Glas und fünf Bronze. Warum willst du mich verarschen? Ah. Ja, okay. Da war aber schon der richtige Tab gerade ausgewählt, oder? Nee, aber hab ich trotzdem nicht dabei. Ergalitsch. Ja. Ich würde dir was abgeben. Ich brauche erstmal kein Bronze mehr. Ja, Bronze brauche ich auch nicht. Ich brauche eine ganze große Menge an Stahl. Das wäre mir gerade wichtiger. Oh, die habe ich auch noch nicht. Deswegen wird die mir auch nicht angezeigt. Oh. Ja, Bronze und Glas. Jeweils fünf Stück. Das macht gar nicht so viel Schaden. Könntest du eigentlich deinen Pin von der Karte entfernen? Äh, ja. Oder ist es meiner? Ich habe meinen jetzt gelöscht. Ja, es war deiner. Der ist nämlich zwischendurch einfach mitten durch meinen Bildschirm durchge... ...geflummt. Du hast auch eine Bergbauachse in der Hand. Ja, ich weiß. Ich wollte mal gucken, wie viel Schaden das macht. Aber das war enttäuschend. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. 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 Bei Bronzebarmen müsste ich noch fünf haben, irgendwo. Vielleicht. Da. Und wieder zu der Quest. Aber da könntest du dann gleich eben kurz warten dann. Ja klar. Na klar. Super. Und wegen dir kille ich jetzt übrigens jedes Kaninchen auf dem Weg. Versteh ich nicht warum. Nur weiß ich auch nicht. Ja. Was? Ja, wir wollen das Kaninchen des Grauens haben. Das ist die Sache dahinter. Oh nein. Ja, das Killer Kaninchen, das wird gefordert. So, wir könnten jetzt zu Duke fahren. Mhm. Okay, das ist ja echt easy. Und dann will er gleich noch auf dem Weg gehen. Und dann will er noch bestimmt 15 weitere Sachen haben. Ich befürchte schon. Grundfall. Uh. Nice. Abgeschlossen. Wo sind die Bronzebarren hin? Das ist jetzt bitte nicht dein fucking Ernst. Hast du noch fünf Bronzebarren für mich? Wie? Kann man irgendwie handeln? Ja. Ich hab doch Bronzebarren dabei. Warte mal. Hier bin ich blöd. Sind die unter einem anderen Tab? Hä? Ne, die sind eigentlich unter den Schrauben. Hä? Aber ihr habt doch grad... Ich hab... Ja. Ich starte mal über ein Spiel neu. Okay. Und mach Licht an. Ja, ich starte auch mal eben neu. Weil ich hab... ...Klägern, die werden anscheinend nicht alle auf der Karte dargestellt. Mhm. Also ich mein, man kann ja so grob nach... ...nach Level einteilen. Ähm. Ja, ja. Aber die werden halt... Einige Quests werden einfach so auf der Karte dargestellt, wo du hin musst. Mhm. Und andere nicht. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das daran liegt, dass man die Verfolgung vielleicht noch nicht aktiv hat oder so. Wir werden die Bronzebarren immer noch nicht angezeigt, wenn ich den deppert. Scroll mal einfach runter. Hast du dein Inventar vielleicht nicht sortiert? Ja. Möchtest du dich äußern oder... ...belassen wir es einfach jetzt dabei? Wir belassen es bitte einfach dabei, okay? Ja, ja. Gut. So. Aufgaben. So. Dem Wahn verfallen. Das müsste auch noch irgendwo hier unten sein. Vielleicht. Ja, das ist die Schatzkarte. Ach so. Hä? Aber wenn... Wenn das so ein niedriges Level hat, dann muss das irgendwo hier unten sein. Ja. Und den Schatz der Kultisten war da. Ich guck mir die nochmal an. Vor allem dieses Gekringelte. Und das... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Okay, dann, äh... Machen wir erst die Stadt. Ja. Äh, also das Dorf hier. Ja, ja. Gut. Nicht, dass wir die dann hinterher auch noch in der Stadt oben abgeben müssen, das wäre ja dann voll... Ja. ...die durchlegen Hin- und Her-Rennerei. Hä? Ah, Unfall. Ach, ich habe kein Sprit mehr, okay. Ach, ich habe kein Sprit mehr, okay. Ah, 5, 8. 21. 21. Was zur Hölle? Äh... ...dass ich weiß, was mir aufgefallen ist. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich dich auf der Karte nicht sehe. Und, hast du das richtige Kennwort eingegeben? Nö. Möchtest du mir kurz sagen, welches das richtige ist? Oh. Da muss ich eben gucken. Oh. 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 Ja. 5897. Oh ja, steht im Questlog. Oh ja, steht im Questlog. Oh, Stufe 30. Nee. So, und jetzt noch die mystische Truhe finden. Stimmt. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das da oben irgendwo ist. Was? Geht dein Hund wieder hemmen? Äh, nee, das ist nicht meiner. Oh. Das sind die draußen, die meine mal anstiften. Oh. Hm. Nee, seitdem meiner im Kennel ist, äh, langsam, im Kennel ist, äh, schläft die. Was ist ein Kennel? Eine Gitterbox. Ah. Ja. Weil, ähm, naja, Australian Shepherds haben so Ansicht, dass sie ziemlich schlecht und ziemlich schwer zur Ruhe kommen. Ja. Und ohne diese Box würde sie halt einfach überhaupt nicht schlafen. Ja. Kenne ich. Auch wenn ganz viele sagen, nein, das dürft ihr nicht und auf gar keinen Fall ganz zumachen. Der Hund muss da immer rauskommen, aber dann würde sie halt einfach nicht schlafen. Und, äh, ja, man hat eben gehört, was daraus resultiert, wenn dieser Hund nicht schläft. Hm. Äh. Und ich hätte jetzt hier weiter links noch, hier gibt es einen Drachen. Ja, ich müsste noch den Teleporter hier oben holen. Und dann könnten wir weiter, es gibt noch einen Drachen. Jo. Ich folge dir unauffällig. Oh, Kiste. Blut muss natürlich immer mitgenommen werden, vor allem wenn es WLAN-Router beinhaltet. Wow. Ich hoffe wirklich so sehr, dass ich, äh, die auf der Arbeit davon überzeugen kann, in unsere Straße auch noch, äh, Glasfaser zu legen. Und ich betreue da die Hausanschlüsse. Dann weiß ich auch, wann alles fertig ist. Und, äh, wenn wir das bei mir in der Firma buchen, ist der Anschluss günstiger als das, was ich jetzt für weniger Leistung bezahle. Ja. Dann würde ich effektiv für 300k 52 Euro im Monat bezahlen. Okay. Ich zahle jetzt 59 Euro für 500. Hm. Ja, 500 bieten wir, glaub ich, aktuell noch nicht an. Ich weiß auch nicht, wie es ausschaut, ob ich dann nicht noch, äh, gegebenenfalls Mitarbeiter-Rabatt krieg. Oh. Nähe Kassel ist unverschämt, was die nehmen. Okay. Also bei mir hält sich's wirklich um Grenzen, zum Glück. Du hast schon wieder irgendwo einen Marker hingesetzt. Ich hab keinen Marker gesetzt. Achso, ja doch, klar. Ich hab einen Marker hinten in, äh, den anderen Teil der Map gesetzt. Ah, okay. Nein, hat keiner gehört. Oh. 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 Äh. Oh. 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 Das ist pathetic. Ey, ja woher soll ich denn wissen, was ich kochen soll? Und? fluids,en, und, im! Oh. Und, im! Und, im! Satisfied? Wo ist die Zutaten von meinem Leben wert? Zeig mir! Diese Sache ist sicherlich nicht mit der Zutaten. Bist du sicher, dass du es für sie kochen willst? Entschuldigung, dass du die Zutaten hier rausgenommen hast. Welche Zutaten? Aus der Truhe hinter dir. Ja. Ist das dieses Rindfleisch-Gedöns? Mhm. Wo ist es denn hin? Ich habe es doch gerade gekocht, oder nicht? Hä, bin ich doof? Jetzt wird mir das auch nicht angezeigt, oder was? Ich habe das doch gerade gekocht. Da ist es doch. Aber ich kann das nicht reintun. Das Rindfleisch-Gericht. Also bei mir wollte er... Jetzt kann ich dieses... Nicht Rindfleisch, sondern der will gebratenes Fleisch haben. Bitte? Gebratenes Fleisch. Geröstetes Fleisch. Ja, das wollte er bei mir nicht haben. Okay. Also doch. Ach so. Ja, wow. Jetzt will er das andere haben. Ja. Nicht schlecht. Okay, perfekt. Ich habe einen Kochosaurus-Rex bekommen. So, und jetzt können wir zurück in die Stadt, weil wir da jetzt schon zwei Quests abgeben können, richtig? Ja, aber wir könnten hier noch die komplette Umgebung freischalten. Jo. Ach, stimmt. Kiste, normale Gegner, und noch mehr Kisten. Jo. War das Gewitter gerade im Spiel, oder? Nein, das war hier. Ich muss mal kurz, äh, einen Kopfhörer abnehmen, weil wenn es anfängt zu regnen, muss ich hier ganz schnell alles zumachen. Äh, reden wir von Internet? Ja, davon haben wir gerade geredet. Genau. Warte, ich muss mal Wetter kontrollieren. Wie es bei mir denn hier aussieht. Okay, da oben ist auf jeden Fall was drin. Hehehe. Äh, na gut, dass, äh, ich meine, eine Gigabyte Leitung habe. Ja. Ja, die habe ich abgegeben. Und Zuschauer schreibt gerade, die nehmen glatte 70 Euro für eine 500er. Was? Äh, äh, und wenn du nur... Ist das ein Handy? DS Gigabit Tarif kostet. 120 für ein Gigabit. Alter. Junge, Junge, Junge. Ne, äh, ne, äh, ich weiß nicht, vielleicht, also für Großkunden bieten wir ja auch mehr an. Da bieten wir bis zu 700, äh, an. Aber ich glaube für Privatkunden aktuell nur, äh, nur 300. Jetzt hat mich dieses kleine Kackkind schon wieder niedergemetzelt. Könntest du mich bitte eben aufheben? Äh, ich renne. Mistvieh. Ich mach mal eben Fenster zu. Jo. Mal eben noch aus dem Fenster geguckt, also bei Handy zahle ich 40 Euro für unbegrenzt Datenvolumen. Oder wovon reden wir die ganze Zeit? Ähm. Deutsche Glasfaser. Oh Gott. Ich, also ich rede von, von dem Zuhause-Internet, was aus dem Kabel kommt. Ja. Ich auch. Ähm. Oh, Zuschauer. Schreibt, äh, so, nein, Deutsche Glasfaser, nimmst du kleinere Tarife, kein Telefonflat. Ja, ich hab bei mir das Telefon komplett rausgenommen. Ich hab noch ne Kiste ge... Äh, was? Ah. Genau, also ich nehm zum Beispiel, äh, überhaupt kein Telefon drin, ne? Da ist vor... Ja gut, bei uns ist es zum Beispiel kostenlos mit drin, bis zu drei Rufnummern. Ja. Ich würd den Scheiß gerne am liebsten komplett loswerden. Ja, dann meckern sie doch wieder alle. Wie, du hast kein Festnetz-Telefon? Ich denk mir nur so, ja, du faxt wahrscheinlich auch noch. Ne, ich hab wirklich kein Festnetz-Telefon. Äh... Ich auch nicht, ich hab meins ausgesteckt, nachdem Jackys Opa das dritte Mal angerufen hat. Oh. Wenn er was will, kann er auf WhatsApp schreiben oder mich auf dem Handy anrufen. Aber nicht über dieses direkt Festnetz-Telefon. Oh, hier, Rezept. Da muss ich ja mal drauf achten, dass das draufgeladen ist. Oh, sehr nice. Äh... Was hat... Ja. Ich hab meine Festnetz-Nummern, die drei Stück, die sind auf die EWE-Hotline jetzt umgeleitet. So, jetzt fehlt hier nur noch die mystische Truhe, ne? Ja. Oh, gefunden. Oh, sehr gut. Wo? Warte. Da. Oh. Ja. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir da hochkommen. War nicht wieder so richtig eklig. Und die ganzen Nachbarscheibenfolge mit Mas noch auf Glasfaser ist bekannt. Super stabile VDSL. 100 MB VDSL Eilita Schwede ist es. Äh, vielleicht hier über den Turm irgendwie? Sekunde, ich werd angerufen. Wow. questa ist ja schon nochmal. Putz Hermana цел którym, ich werde jetzt auch sehen. Tömer, ganz schön. Tömer, ganz張, ganz schön. Jetzt hat Bennettくwindet, du bist das Ding, ich auch hier überras enmigert. Oh, neue Belohnung. Da bin ich wieder. Mein Papa hat nur nachgefragt, ob wir zu Hause sind und ob wir die Fenster zu haben wegen dem Gewitter jetzt. Oh, nice. Hm. Äh, einfach hochgesprungen. Ja, ich muss aber sagen, ich finde VDSL nicht nice. Ähm, ich weiß, wie wir da hochkommen. Oh. Nein, nein. Oh, schuldig. Nee, ich glaube nicht, dass das die anerkannte Methode ist. You sure about that? Ja. Nein. Shoot. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Leiter, die hier steht. Das können wir natürlich auch machen. Oh, kacke. Müssen wir da nur irgendwie hochkommen. Got it. Nice. Äh... Mein Internet zu Hause ist unlimited LTE, weil es keine Kabelverbindung gibt bis hierher. Oh, wow. Oh, das ist nice. Aber besser wird's vorerst nicht. Hm. Ja. Können wir eine ganz kurze Pause machen? Ich glaube, ich muss mal meinen PC neu starten. Ich habe hier andauernd irgendwelche Flickerings. Ich habe die auch. Oh. Also eben irgendwie, dass der Bildschirm kurz schwarz wird. Ja, habe ich auch. Oh, okay. Gut. Ich hatte schon Panik, dass mein CPU oder sonst was überhitzt, aber der lümmelt bei so und so viel Grad. Äh, 55 Grad. Jetzt geht's bei uns richtig los mit dem Gewitter endlich. Dann kühlt's endlich mal wieder ab. Wenn's aufgehört hat zur Regnung, reise ich erstmal alles auf, was da ist. Ja. So, äh, wo... Jetzt wolltest du in die Stadt? Mhm. Wollen wir nicht nach unten? Guck mal hier. Hier ist nämlich auch noch eine Quest. Wo? Warte. Ohne Tüte. Äh, Tüte. Warte, ich... Ich werde gerade hier abgemolkst. Wow. Was machst du denn? Könntest du bitte die Adrenalinsprisze nehmen? Was ist denn mit dir? Hä? Ich kann nichts machen. Meine Güte. So, welche Quest meinst du jetzt? Links unten. Ich hab keine mehr. Oder meinst du die ganz, ganz links unten? Ganz, ganz links unten. Oh, geht mir das hier auf den Sack. So. Ähm, hast du den Teleporter da unten schon? Nee, du? Ja, war klar. Ja, ich hab, äh, heute nichts anderes gemacht als, äh... Ja. Die Dinge abgehakt. Aber ich fahr dir einfach hinterher. Alter Schwede. Ich glaub, das ist der Schatten. Und die Nacht, die hier... Alter. Kann ich jetzt bitte den Treibstoff benutzen? Du, äh, du hättest da rechts runterfahren müssen. Oh. Das musst du... Ach, ich dachte, du fährst zu mir hin. Ja, mach ich auch. Ich muss nur noch mal eben in Sicherheit, äh... Okay. Um mich wieder ein bisschen aufzuhallen. Ja, dann brauch ich dich für ein Experiment. Okay. Guck mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Ja, das kriegst du hin. Du musst dich mal neben mir stellen. Ich glaub, ich starte mal meinen Computer neu. Was sagst du? Hä, wieso? Äh. Also, irgendwie hast du nur so einen halben Körper. Kann das sein? Hm. Mhm. Ja, und das meinte ich mit Flickering. Okay. Nee, das hatte ich... Ich hatte nur, dass der Bild schon ganz kurz schwarz wurde. Ja, bei mir ist es halt noch... Genau an dieser Position... Jetzt hab ich wieder eine Hose. Oh, nee. Guck mal mit der Kamera auf den Arsch. Äh, auf deinen Arsch. Nee, passiert nichts. Also, bei mir... Ja. Ich, äh, würde mal eben... Ich glaub, ich mach ne ganz fixe Pause mit... Äh, eben alle Fenster aufreißen, auf Klo... Alles drum und dran und Rechner neu starten. Dann passt das ja. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willkommen zu der Carnival von DOOM! Das ist gut. Die Züge sind, und nur eine empty. Eine wunderschöne 1 in 6 Chance für Sie sich wünschen Sie. Lass die Zahlen in Ihren favorieren. Jetzt, die Spaß beginnen! Ah, die erste Unlucky-Soul. So sorry, I guess none of that military training came in handy. Bye-bye! Who's next? Come on, don't be shy! How about you? You! You! Well, 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 it seems none of you held the winning card! Hold on, there's one more guest who hasn't played yet! My sincerest apologies for such a mistake! Allow me to make it up to you! How about we start a new round between you and me? Now the odds are down to 15! One shot for you, one shot for me! Binde gegen Chuckles. Was zur Hölle? I can't wait to see how the wheel of guests will be kissed by that. You decide who to pull the trigger! That should be long enough! Tell me your choice! Hast du den Abzug gezogen oder er? Ich. Oh ne, ich will mir das jetzt aber nicht nochmal angucken! I'll be delighted to determine your fate! Oh, verdammt! Failed! Hä? Ja, ich hab aber was mit Q entdeckt. Kann das sein, dass das so ein Ding ist, egal was du machst, du kannst nur verlieren? Ja. Ach, das ist doch das Spielzimmer, an dem wir eben auch schon waren, ne? Mhm. Was muss ich denn hier machen? Ich weiß es nicht, ich bin auch grad am suchen. Ah, jetzt ist der rote Punkt bei mir über Chuckles. Oh. Ah, jetzt hatte man ne extra Option noch. Ja. Oh, jetzt wirkt man wieder so unfassbar klein im Gegensatz zu allem anderen. Äh, was muss ich denn tun? Ich kann den ja nicht abschießen. Drück mal 3. Oh. Drück mal! J IPPE Ich kann nicht erwarten, wie die Gäste, die du entscheidest. Das sollte sein. Geh kontrolliert dein eigenes Geist. Sehr brav. Wenn wir diesen Horror-Klauen gleich als Migration bekommen, werde ich den Garantien niemals in meinem Gebäude einsetzen. Das wäre... Oh ja. Das war aber einer der Elite-Gegner, die wir töten mussten. Ah, cool. Ja. Nee, ist nur eine Voodoo-Puppe. Okay. Das ist in Ordnung. Solange es nicht dieser Horror-Klauen ist, den will ich nicht haben. Ehrlich, ich hasse Clowns. Ganz furchtbar. Also ich habe noch keinen Elite-Gegner besiegt. Nee, hast recht. War fast die Ausrüstungskiste hier übersehen. Oh. Hast du die? Ja. Oh. 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 wir müssen jetzt nur noch die beiden elite gegner und ein paar normale gegner richtig das klang als hättest du dir gerade alles gebrochen was du an deinem körper besitzt oh da unten ist was oh 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 ob er macht gut schaden ja habe ich dann auch festgestellt ich glaube das ist so ein elite gegner ja wo ist er denn hin ich hebe ich dann mal auf hier ok cool also nur noch eine lite gegner dann sind wir hier durch die truhe hast du auch ausrüstung natürlich nicht hier oben gibt es noch einen eingang ah das ist nur ein notfallkoffer jetzt weiter elite gegner wo möchtest du denn jetzt sein warte hier ist noch was drin in dem gebäude ist noch irgendwas hier irgendwie runter oder von hier rein nö hä war das eine kiste drin äh hier wenn ich doof hier war ich eben ja nein runter oh wow und wenn es nur eine aufbewahrungskiste ist loot ist wichtig ja vor allem weil das hier jetzt glaube ich mittlerweile auch stufe 2 loot ist ich glaube ich habe den elite gegner gefunden bist du ein elite gegner ne bist du nicht guck mal in dein postfach rein deposit function ko oh 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 loot oh ja so jetzt fehlt uns aber immer noch ein elite gegner ja wir können ja mal auf anderen seite gucken ne ja könnten wir mal machen das ist eine fantastische idee ich hatte irgendwie gehofft dass jetzt durch das gewitter ein bisschen mehr wind geht und hier mal kühlluft rein gepustet wird aber irgendwie oh der war easy ja auf jeden fall einfacher als der andere hallo kannst du auch für mich wegzuschieben ich war noch nicht fertig mit looten prügelt der mich across the map ne du wurdest da nicht angezeigt ja das würde ich dann auch sagen ausreden alles ausreden was sind eigentlich diese einzelnen häuser auf der karte was für einzelne häuser hier so was hier kommt mal auf meine karte oh ja lass uns da mal hin teleportieren können wir gleich gerne machen ah du bist schon okay okay das hier ist echt super ober mega krass was die psychische krankheit aus aus angeht meine güter wir können es mal probieren ich glaube nicht dass ich bis dahinten hin komme also ja 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 Oh, boy. Oh. Whoa. Oh, boy. Okay. Ich denk dran dich zu heilen. Oh ja, danke. Wenn ich mir bei einem sicher bin, dann ist es, dass ich dich jetzt nicht aufheben kann. Stell dich mal in so ne, äh, dingstens rein. In so ne Bubble, die auftaucht. Kommen die hier nicht rein? Ja. Und dein, äh, dein Wahnsinn geht nach unten. Oh, das ist gut. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das war's für heute. Achso, dann werden die wieder so komisch weiß. Ja. Nice. Oh, und hier liegt sehr viel Super-Loot rum. Oh ja, richtig gut. Ja, voll cool. Das hat sich mega gelohnt. Ja. Besser auf, dass wir jetzt echt mit der geistigen Gesundheit zu kämpfen haben. Achso, ja, vielleicht sollten wir mal aus dem Gebiet hier rausgehen. Ja. Beziehungsweise nicht in diesen komischen Pfützen stehen. Oh, toter Baum. Wow. Nein. Hilfe. 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 Ich bin gleich tot. Oh, du bist auch fast tot, ne? Ja. Ja. Wollen wir eben nach Hause reisen und dann weitere Entscheidungen treffen? Auf jeden Fall. Das macht sehr, sehr viel Sinn tatsächlich. Ja. Ja. Ja, ich weiß, dass das nichts Neues ist. Oh, ich hatte nur noch ein Balken. Ja. Ja. So, wie krieg ich den Wahnsinn jetzt wieder weg? Ja, du musst dich ins Bett legen. Ah, okay. Oder halt Medikamente nehmen. Ja, ich habe keine mehr. Ja. Ich hätte gerne mal ein besseres Bett gebaut, aber dafür brauche ich Kohlefasern und die haben wir noch nicht. Ja. So, jetzt können wir doch dann im Prinzip erstmal die ganzen Quests in der Stadt abgeben. Mhm. Wir könnten aber auch eben mal, wenn du L drückst. Vergleich. Äh, ja genau. Ich habe noch Zwangsarbeit. Habe ich auch, aber das ist Level 22. Warte. Am nächsten, ja gut, das ist Abgeben, das ist Abgeben. Ja, und die anderen, die sind alle 3,9 Kilometer weit entfernt. Oh ja. Beziehungsweise einer, ja gut, ne. Ja. Ja. Ja, die sind alle da in der Stadt. Die müssen wir da erst annehmen, in der neuen Stadt glaube ich. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ähm. Ja. Die sind alle da in der Stadt. Außer Rache-Experte, der ist woanders. Aber der ist halt auch, ja voll doch, die sind 25. Ja, ich muss aber eben noch neue, ähm, Dingses herstellen. Neue Munition. Munition, ja. Muss ich auch machen. Aber dann kann man doch eben mal fix, äh, wir haben doch irgendwelche Truhen bekommen. Ja, hier. Wow, Granat. Gertze. Granat, Gernat, 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 Gernat. Ja. 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 Ja, ja. 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 Tschüssi, Katze. Tau, Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Tau, Tau. Oder Früchtetee vom Herd. Das ist gut zu wissen, davon kann ich auch welche herstellen. Dann mache ich das nämlich zur Not, damit ich... ...damit ich mich immer mal wieder davon heilen kann. Vielleicht mache ich den auch nicht, weil ich kein Holz mehr habe. Selbst wenn, habe ich nur noch einen Salbei. Okay, gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Okay. 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 So, ich gehe mal eben Holz hacken, damit ich... ...Ding ins Kirchen machen kann. Kohle. Mhm. Mhm. Und das nächste Ziel ist, glaube ich, wirklich so ein elektrischer Ofen oder sowas. ...Ja. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So. Kann ich nicht schon... ...doch kann ich... ...die nächste Stufe an Munition freischalten. ...Ja, alle Aufgaben abgeschlossen. Wie, alle... Ach... ...alle wöchentlichen, oder was? Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du es noch abgeben. Es gibt nochmal 13.000 Erfahrungspunkte. Ja, wir wollen ja eh in die Stadt, dann passt das. Ja. Nein, eine Chiffre fehlt mir für den, äh, Hydraulikgenerator. Macht Energie von strömendem Wasser für eine, äh, für eine stabile Stromversorgung. Das ist voll gut für uns. Mhm. Das knalle ich mir dann hier, nehme ich einfach ans Haus dran. Naja, oder, ich meine, ich habe bisher, naja, einen Türrahmen platziert. Das ist mein ganzes Haus bis jetzt. Wow. Ja. Ja. Aber, jetzt kann ich hier die Stahl-Munition herstellen. Oha, ich habe ein Spielzeug gesetzt. Was? Ja, ich nehme das von der Pistole. 240 von den besseren Kugeln. Ist zumindest schon mal ein bisschen was. Mhm. Dann sollten wir wirklich langsam sehen, dass wir irgendwo in eine Region ziehen, wo man Eisen abbauen kann, weil so ist das gerade super ätzend. Ja. Wow. Ich schieße die ganze Zeit mit Kupfer-Munition. Honk. Ich habe so viel Stahl-Munition. Okay, die Waffe ist doch besser. Ja. Ja, nun. Also, vielleicht habe ich die ganze Zeit mit einer Kack-Munition gespielt und mich gewundert, warum ich keinen Schaden mache. Okay. Ich sage dazu nichts, ne? Ja. Ist, ähm, besser. So, wir wollten jetzt zur Stadt, richtig? Hm. Warte, ich mache noch eben meine Tore. Frühen leer? Mhm. Das hat einfach keiner gesehen. So schlimm. Hm. Ich meine, ich schieße die ganze Zeit mit der schlechtesten Munition und wundere mich, warum ich so wenig Schaden mache. Ja. Soft-Munition ist nur, dass die Gegner länger leiden. Keiner ist der Bruder von niemandem. Hm. Okay. Ah, faszinierend, little, you must... Once again, as you may have guessed, your payment, I will throw in some additional compensation. Habe ich hier noch irgendeine Mission? Oh ja. Aber ich weiß, was wir vorher noch machen können, bevor wir ins neue Gebiet rüber sind. Hm? Äh, unten links gab es noch eine weitere Hauptmission. Stimmt. So, ich habe jetzt aber hier... Bei der da noch... Irgendwas anderes bekommen. Aber keine Ahnung was. Dann machen wir als nächstes erstmal die da. Oh, Moment. Oh, Moment. Wo bist du denn jetzt hin teleportiert? In die Nähe von der Hauptpest. Warte. Ich muss erstmal meine Dailies abgeben. Du meinst die wöchentlichen. Das sind doch auch wöchentlich, oder nicht? Ja, jetzt muss ich irgendwie ein Bier mit ihm trinken. Hä? Hundertsechs Stunden. Okay. Hundertsechs Stunden. Okay. Okay. Oh, ich kann eine neue Spezialisierung. Okay, ich musste kein Bier mit ihm trinken. Oh. Jetzt ist... Ich glaube, ich mache das mit den Sonnenkollektoren. Funkenschmied. 10 Watt mehr Erzeugungsleistung. Ja. Macht Sinn. Habe ich einen neuen? Nee. Oh. Hast du mal auf die Wiege selbst geguckt? Ah, stimmt. Wir können jetzt was Neues machen, ne? Ja. Oh. Ja. Hmm. Oh. RPG. Revolver. Kurzer Schalldämpfer. Und nix für die Scar. Ich muss gleich auf jeden Fall noch eine Rüstung vor mir reparieren, weil dann habe ich die... das ganze Ding in der... in der Reise fertig. Einen kompletten Kasten. Welche denn? Handwerksmeister? Waffentechniker. Waffentechniker. Oh, hier. Oh ja, muss ich auch. Wow. Okay. Aber das ist ja nicht schwer. Wow, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich warte dann hier. Dann kannst du den erst noch freischalten. Okay. Wollen wir uns hier treffen? Kontrollpunkt 024. Wo? Achso, ja, können wir machen. Voll der Umweg. Ja, eher, weil ich wissen will, ob das eine... Spezialmission ist, oder einfach nur... in dem Haus kannst du folgenden Loot finden. Oh, ich glaube, das ist einfach nur... das ist einfach nur ein Dorf, was so heißt. Okay. Okay. Aber ich komme trotzdem dahin. Den Rest fahren wir dann eben zusammen. Okay. 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 So, okay. Können bitte keine roten Meldungen bei mir aufploppen, wenn ich gerade mitten in der Luft fliege? Rote Meldung? Ja, du bist durstig. Achso, ja, hatte ich auch. So, aber wenn ich gerade mitten in der Luft bin, finde ich das ein bisschen beunruhigend. Muss ich zugeben. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist wirklich nur, diesen Loot kannst du hier finden und fertig. Mhm. Also, falls du mal spezielle Sachen suchst, wahrscheinlich. Oh wow, auf einmal sind die Gegner wieder wohnen, Hit. Woran könnte das bloß liegen? So. Wo wolltest du denn hin? Oh, das finde ich nicht so gut. Finde ich aber auch cool, dass man dann einfach was sehen kann. Okay, hier kriegst du im Allgemeinen diesen Loot. Hm. Okay. So. Okay. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall Absicht, dass ich da so mitten durch die Bäume durchgekommen bin, ohne auch nur ein Stückchen davon zu rammen. Das war purer Skill, was ihr gerade gesehen habt. Was denn sonst? Äh, joa. Siehste, da fällt dir halt auch nichts mehr zu ein. Ja, ja. Ich hab irgendwie dezent das Gefühl, dass der Server ein wenig komisch wird. Ach, findest du? Hm. Ich hab eben, als ich dem Server joinen wollte, einen X-Star gehabt. Oh. Zuschauer schreibt unverschämtes Streamer-Glück. Hm. Nächster, alle Skill. Ach so, du fährst noch zu dem Teleporter oben, ne? Ja. Markt ziehen, Markt ziehen. Malでは, alles ang Strandingin. Hierzu einfach nur das Ding auf hab ich gemerkt hab. Ja. Alsχ In der Zeit mute ich dann mal hier das Haus. Ja. Hier, da war nichts drüber. Das wird wahrscheinlich eine Fake-Truhe sein. Oder auch nicht. Wohl. Opa. Dass mein Motorrad so dampft, das muss übrigens genau so sein. Okay. Sicher, Digga. Na, auf jeden. Wollen wir hier noch ein Safety-Camp hinstellen? Ja. Nicht genügend Materialien. Same. Königspalme. Kann man hier noch? Ne. Schade. Warte, warte mal. Ich wollte gucken, ob man Sachen reparieren kann. Hm. Just in time. Hope you got ammo. Like I said, it's a Rosetta Research Center. Used to study transcendence and deviations. Those even if that's not the case. Thanks. It's a good thing I met you. Fighting isn't my strong suit. Good luck in there. Ich muss mal eben was essen. So. So. Oh, Explosionsmasker. Aber die habe ich glaube ich schon. Nice. So, hier oben ist, ist dann glaube ich gar nichts mehr, oder? Nö. Ja, da müssen wir eine Station weiter runter. Oh, krass. Hm? Eine komplette Military Base. Mhm. Ach genau, hier ist auch ein Spalt anfang und alles. Ja, ich see, ich see. Oh boy, das ist echt riesig. Das wird lustig, da irgendwas zu finden. Mhm. Nein. Oh, sie hat's geschafft. Okay, ich habe den schon aktiviert. Cool. Und das gleiche habe ich schon mal ein paar Gegner mitgenommen. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir hier links irgendwann rein müssen. Oh, eine Papierfigur. Oh, toll. Kann man die auch irgendwie opfern? Weiß ich nicht, müsste man mal nachgucken. Wäre ja ganz gut, weil man braucht ja nicht 50 Stück von den Viechern. Ja, ich dachte so wie in Pal World. Ich weiß nicht, wie weit du das gespielt hast. Ja. Einfach zusammenmanschen. Ja. 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 Madaaa! Was? Machen wir erst die Mission und dann suchen wir die restlichen Sachen zusammen? Ja, würd ich sagen, aber... Okay. Wir haben den Feuer! Nevermind! Open fire! Now! Knock knock, it's me! Der Ausrüstungstruhe. Was zur Hölle war das denn gerade? Wo war die Ausrüstungstruhe? Hier in dem Kasten. Ah ja. Ops! Ja! Oh! 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 Da ist jemand ganz schnell geflüchtet. Okay, ich bin wieder da. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Es hört sich ein bisschen an wie Feuerwerk, aber irgendwie auch nicht. Okay. Ja, Jackie denkt auch, es wäre Feuerwerk. Oh, geil. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja gerade irgendwo so ein Elektrokasten hochgeflogen. Das pritzelt ja immer so. Ja, genau so hat sich das angehört. Aber das wären dann jetzt fünf oder sechs Stück hintereinander gewesen. Oh. Deswegen, das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Ja. Oder ja, genau wie diese Glitzerraketen, die goldenen. So hört sich das an. Vielleicht schießt sie gerade jemand rum. Ja, natürlich. Weil das Gewitter ja noch nicht laut genug ist. Oh, habt ihr irgendwo Stahlhallen bei euch? Die so mit Wellblech? Ähm, ja, kann sein. Das kann sein, dass der Donner, also der Schall davon, so wieder vibriert. Ha. Oh, Ausrüstungstruhe. Mhm. Wow. Nervt mich. Was ist das los? Wir können es nicht in den Händen der Evolutionisten fallen lassen. Haha. Was ist das? Ah, gut. Hat sie auf dem Balkon gequietscht oder was? Ja. Hahaha. Ausrüstungstruhe? Äh, warte, ich komme zu dir. KVD-Eisenbrecher. Ah, schon wieder so ein Kack-Elite-Ding. Stirb. Hier ist Elite-Loot. Mhm. Ah. Ah. So, jetzt wird uns nur noch die mysteriöse Truhe und halt die Quest noch. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass wir die mysteriöse Truhe im Laufe der Quest einfach finden. Das wäre sehr schön. Hier sind zumindest diese Dokumente. Ja, die habe ich schon. Ah. Ich habe aufgemacht, das Tor. Ich habe die mysteriöse Truhe gefunden. Und die haben hier diese weiblichen Bäume eingesperrt. Oh, stimmt. Aber das mit der mysteriösen Truhe lief jetzt, äh, deutlich schneller als ich dachte. Ja. 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 Das war so klar. Ja. Aber ich müsste gleich nach Hause und ohne Flax Waffen reparieren. Das habe ich zum Glück eben schon gemacht. Oh, mit der Stahlhacke kann man Sternspurerz abbauen. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, jetzt müssen wir in die Ehe in die neue Welt Ach, sehr gut Dann können wir uns ja quasi von unserem Zuhause aus oben in die neue Stadt teleportieren und dann sind wir ja quasi schon da und dann können wir uns ein schönes Plätzchen suchen, wo wir da bauen Am besten irgendwo, wo Wasser ist, damit ich meine Wassergeneratoren anschmeißen kann Heißt, erstmal zurück nach Hause Ja So, jetzt kann ich jetzt allererstes mal wieder Büschelzeug zerlegen Oh Gott Ja, 42 Sachen Ja, bei mir waren es nicht ganz so viele Ja, und noch die ganzen zusätzlichen Munitionen, die man nicht braucht Hm Oh, ich habe auch einen Biomassegenerator, aber den kann ich so gar nicht bauen Hier fehlen mir feuerfester Plastik veredelte Teile Sicherung kann ich herstellen und Stahlbaren habe ich auch keine mehr Ja, wir müssen ganz dringend ins neue Gebiet oben umziehen Ja So, morgen off-stream kümmere ich mich dann darum, dass mein Haus schick aussieht und meine ganzen Arbeiter ein bisschen effizienter arbeiten Ja Das werde ich, das werde ich jetzt nicht in diesem Scream noch machen Nicht? Weiß ja nicht, je nachdem wie lange wir noch machen Vielleicht schon so zum Ende hin, wenn man sowieso schon total fertig ist, dass man dann einfach nur noch ein bisschen Häusle baut Ja Oh, Aluminium-Barren. Theoretisch kann ich Aluminium-Barren schon herstellen, aber ich habe keinen Strom. Und ich brauche für die Elektro-Raffinerierung Strom, offensichtlich, weil Elektro davor steht. Äh, so. So, Solarbohrer. Der Solarbohrer lädt sich an sonnigen Tagen selbst auf. Profitiere von plus 15 bis 40 Prozent Ertrag beim Abbauen von Kupfererz, Zinnerz, Eisenerz, Aluminiumerz und Wolframerz. Ja, das ist eigentlich gar nicht dumm, oder? Äh, ja. Anlagen-Bundesgenerator plus 1 Max-Generator-Anzahl um und plus 2 Watt Erzeugung. Obwohl, das ist nicht so viel. Ich glaube, ich nehme den Schürfer. Ja. So, jetzt muss ich noch eine Rüstung reparieren für die Reise. Und weil meine Rüstung gefühlt fast komplett kaputt ist. Oh ja, gut, dass ich das gerade bei dir sehe. Ich muss ein paar Ausrüstungsgegenstelle herstellen. So, das ist Pistole. Das ist Pistole. Trotze brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Oh, ich habe ein mobiles MG-Geschütz. Ja, hatte ich auch schon. So, hier habe ich nichts, was ich zerlegen kann. Das kann ich zerlegen. Hier habe ich, glaube ich, nichts Neues dazu bekommen. Oh, da kann ich auch mal gucken, dass ich die ganzen Sachen noch weiter zerlege. Ähm, sollte meine... Warte mal, die Sachen kann ich dann doch zerlegen. Oh, ich habe eine AKM-Crank. Die ist lila. Okay. Hm, zerlegen. Brauche ich nicht. Bin ich sowieso nicht mit. Ja, ich habe die auch zerlegt. Hm. Oh, nice. Hat das gerade bei dir gedonnert? Das war im Spiel. Oh, okay. Das hatte sich ein bisschen danach angehört. Uh. Ja. Nee, nee, das ist aber tatsächlich im Spiel gerade. Okay, ich passe dich. Ich habe dir das colaborativ. Sie hat es schneller. Ich habe es immer. Ich habe es nicht. Ich habe es mir... Ich habe es gar nicht mehr. Ich habe es etwas. Ich habe es ganz genauer. Ich habe es mir... Ich habe es mir, es mir mir. Und ich habe es mir! Es ist mir, es mir stolz. So, hier hätte ich jetzt eigentlich gerne das hier drin. Könntest du bitte... Danke. Nicht genügend Materialien. Was fehlt mir? Wahrscheinlich die Sinterziegel wieder. Stimmt. Garantiert. Was sollte mir sonst fehlen? Ja, ich habe keine Sinterziegel mehr. Ja, ich werde morgen als allererstes, denke ich mal, Stein farmen gehen. Aber hey, zumindest steht meine Garage schon fast. Mh, Anlagen, Funktionsanlagen? Nein, da war es nicht. So, jetzt könnte ich auch direkt mal eben... Nein! ...mein Motorrad wieder reparieren, weil das auch schon wieder fast hinüber ist. Obwohl ich glaube, ich brauche dafür Stahlbarren ungünstig. Fürs Motorrad? Hm. Ich habe einen Stahlmotor drin. Oh. Oh. Mhm. Okay. Würde ich jetzt auch gerne bauen, aber... Was, kein Stahl mehr? Ich habe... Ich habe... Äh, nee, ich habe keine... Oh, nice. Äh, ich habe keine... Dingestens mehr. Wie heißt das? Äh, keine Chiffrin. Würde ganz rein theoretisch... Okay, das würde hier wahrscheinlich nicht so ganz daneben passen. Nee. Heißt... Ich werde das anders machen. Boah, ich brauche eine zweite Truhe. What the fuck. Gibt es auch so kleine, äh... Wände? Also nicht halb hoch, sondern... Halb breit. Quasi. Äh, das weiß ich nicht. Weil wenn ich das jetzt hier hin platziere... Ja. Dann habe ich ja immer eine Lücke offen. Okay, das ist schlecht. Mhm. Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich hier... Kleinen rausnehme. Ah, das kleine hätte ich da lassen können. Naja, egal. Und hier... Große dran setze. Das war Dreieck, das wollte ich nicht. So. Und dass ich dann hier... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch welche habe. Na doch, bisschen. Bisschen habe ich noch. So, jetzt habe ich keine mehr. Dass ich dann, äh... Ich hier einen größer baue. Und hier vorne wieder ankommen. Dann passt die mittlere Garage hier nämlich auch noch neben. Und ich glaube, wenn ich die kleine wegmache, könnte ich vielleicht auch die mittlere und die große dann da reinkriegen. Obwohl, ich brauche ja auch die kleine. Mhm. Dann werde ich danach da anbauen müssen. Ganz einfach. Die Garage wird dann einfach immer größer. Das passt schon. Hahaha. Also, das Gewitter hört sich fucking echt an. Ja, ne? Vor allem, weil es hier halt bei uns auch bis gerade eben noch gewittert hat. Oh ja, das wollte ich schon die ganze Zeit nachgucken, dann habe ich es vergessen. Der gute alt Regenradar. Hm, hm, hm. Über Münster kommt was her. Okay, vielleicht habe ich Glück. Oh ja. Hm, hm, hm. Okay, wo bist du denn? Äh, in der Stadt. In der Neuen. Ah. Hättest ja auch mal Bescheid sagen können. Achso, ja, du warst ja noch Sachen am machen. Deswegen, ich habe gedacht, ich wollte mich hier schon mal hin. Ey, ich habe beim Regenradar geguckt. Ach, übrigens, ich habe mich hier in die neue Stadt geportet. Uh! Äh, wo hast du eigentlich, äh, das Kätzchen gefunden? Äh, direkt in dem ersten Haus da, hinter dem Teleporter. Ich muss jetzt doch nochmal eben was bauen. In dem ersten Häuschen, direkt hinter dem Teleporter. Das Ding ist, ich finde hier gerade gar nichts mehr. Ja. Das war, glaube ich, hier oben, oder? Ja. Oh, hier ist noch ein Rezept. Okay. Katze. Bleib hier, Katze. Ja. Mit Wunsch. Kango. Yes, 40 Chiffrin. Juhu. Neu, neu. Ähm. Heißt. Ich kann hier... Wo war das denn mit dem, äh... Ich nehme schon mal die Nebenmissionen hier an, ne? Ja, ja, macht das. Äh... Und ich glaube, die Missionsabgabe bei Claire ist bugged. Nee. Hotdog. Hydraulikgenerator, da war es. Das hätte ich gerne. Äh, außerdem... habe ich gerade gesehen, Kettensäge habe ich schon freigeschaltet. Holzfällplattform produziert Holz, äh, das auf der Art der umliegenden Bäume basiert. Arbeitet mit dem Holzfällerbiber zusammen, um automatisch zu sammeln. Hä, voll geil. Ja. Genauso wie der elektrische Bohrer, den hätte ich nämlich auch gern. Dann brauche ich nur ganz viel Strom. So, ich denke nicht, dass ich, äh, die Wolframmbaren schon brauche. Äh, weil ich erstmal gucken muss, dass ich halt Strom zusammenkriege und verlohne. Strom funktioniert der ganze Boomstil nämlich gar nicht. Ja. Ähm. So, und dann möchte ich die restlichen acht ganz gerne hier irgendwo ausgeben. Kleine Steinlecher brauche ich nicht. Machen wir das hier. Was habe ich denn jetzt bei den Bauplänen noch? Die brauche ich nicht, heißt, ich kann vielleicht gucken, ob ich das hier noch verbessert bekomme. Hm. Ne. Ach ja, man kann ja auch noch Rezepte verbessern, das war ja noch was. Mhm. Das kann ich nicht verbessern. Das kann ich nicht verbessern. Überfall, Explo-Maske. Das kann ich verbessern. So kann ich das vielleicht nochmal verbessern. Ne. Chat, öh. Aber die Handschuhe kann ich verbessern. Hm, nice. Gut, dann gehe ich jetzt mal nach da unten. Wohin gehst du? Äh, unten zu der Hauptquest zu Mary und quatsch kurz mit der. Und dann gucke ich mir an, wo die ganzen, ähm, Nebenquests sind. Genau, die trifft mich da, um mir überhaupt nicht zu helfen. So wie jedes Mal quasi. Oh ja. Warte mal eben. Äh. Ich muss da oben nur noch eben die Nebenquests annehmen. Ah, okay. Bei Löwpf dann, ne? Hm. Äh. Das ist alles Iron River, Daytona-Yoon, Bruchdelta. Ah, okay. Oh, ne. Bei Claire. Ja. Die hat schon wieder was für dich? Ja. Ja, vielleicht habe ich das in einer anderen Stadt schon angenommen gehabt oder so. Das kann sein. Hm. Oh. Ich brauch noch eine Ahnung. Kann ich mal?- Ich mach mich. Und ich mach mal. Wenn ich mir auf. littlemente Schließend? Ich mach mal, die obvioren. nein, ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Oh, das machen wir. Was denn? Rauchexperte? Nee, Rache. Ah, Rauchexperte. Oh, wow, ja. Nee, doch schon bin ich. So, habe ich hier jetzt rein zufällig noch irgendwo. Da ist noch eine Bestie, die ich annehmen kann, glaube ich. Die könnte bei Low sein. Ist die hier unten? Nee. Der sitzt hier etwas abgeschieden auf seinem Stuhl. Ah, du kannst auch mit dem Roboter sprechen. Ja, dann war das die Quest. Ja, aber der Roboter hat keine Quest für mich, oder? Ach doch, da. So, aber Low habe ich jetzt noch nicht gefunden. Mir wird ja auch nicht angezeigt, dass ich hier noch eine Quest habe. Wie heißt die denn? Weißt du das zufällig? Moment. Äh. Nee. Dann machen wir jetzt, äh, Rache-Experte. Warte, ich muss hier nochmal eben mit dem Hammer wo drauf kloppen. Das ist ja der Hammer. Mhm. Oh ja, oh ja, ich möchte auch. Kann ich das gleichzeitig benutzen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Oh. Problem. Dafür gebe ich kein Geld aus. Oh. Nichts bekommen. Okay. Are you ready? No. Hm. Are you jetzt ready? Äh, nee. Moment. Kosmetischer Inhalt. Schuhe. Ja. Äh. Warte, ich wollte noch einmal in den Saisonshop gucken. Stimmt, da könnte ich auch nochmal reinschauen. Da habe ich auch neue Belohnungen. Ja, aber das ist die so... Ich habe schon überlegt, je nachdem wie weit ich hier komme, überlege ich mir tatsächlich, ob ich das, äh, noch hole. Und was genau? Den, äh, Pfad hier. Was kann man mit den kosmetischen Marken eigentlich machen? Was für kosmetische Marken? Die erhält man, wenn man, ähm, Saisonshop, äh, Müll erhält. Ach so, ähm. Okay, vielleicht kaufe ich das doch nicht, weil das brauche ich nicht. Waffenskin kannst du knicken, sobald das Updatescope drauf ist, ist der Skin ruiniert. Okay, gut, dann lasse ich das und das hier brauche ich auch nicht, also brauche ich mir das auch nicht kaufen. Ähm, du kannst im Laden... Ne, das sind andere Sachen. Hm. Zum Einlösen im Laden für seltene Gegenstände durch das Zerlegen von Aussehen erhältlich. Kosmetische Inhalte. Das Matrix gibt es unter Events für Ome. Was? Ah! Ich gucke nur gerade, wo wir die kosmetischen Marken einlösen können. Weil hier geht ja irgendwie... Oha! Oha! Schau's dir an. Oh, wo bist du da hin? Äh, da musst du aber Geld für ausgeben, ne? Also echtes. Oh. Ja. Aber das ist schon geil. Auch das sieht übel gut aus. Hab das alles schon über 100 Euro gelassen. Hm. Ja. Hm. 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 Ja, ich hab'n Smiley bekommen. Ne, nur Aktivitätsbelohnung. Okay, so. Irgendwo muss man doch diese Marken einsetzen können. Ja, ich habe sie gefunden. Oh. Im Laden unter Sonstiges und kosmetische Marken. Ah. Ich habe 123. Ich habe 37. Wow, man kann regal... Hey, guck mal. Ja, das eine sieht voll geil aus. Ja, da werde ich noch ein bisschen sparen müssen. Boah, man kann eine Bar kaufen. Mhm. Bin da leider anfällig für solche Shops. Äh, wenn es kein Pay-to-Win ist. Ich meine, irgendwo... Also... Also irgendwo ist das ja auch gut für die, die nicht so viel da rein investieren können oder wollen. Weil dadurch finanziert sich das Spiel halt, ne? Dadurch ist es halt kostenlos. Und dadurch wird es halt weiterentwickelt. Oder die müssen sich keinen Pay-to-Win-Inhalt ausdenken, weil das so gerade nicht läuft, wie sie es sich gedacht haben. Ja. Wobei man immer aufpassen muss, dass es nicht überhand nimmt. So, wie sieht es aus? Sind sie bereit? Nein, nein, sind sie nicht. Du siehst aber auch schon so aus, als würdest du überlegen. Ich? Nee. Also bei mir ist das, ähm... Kommt es auf die... Ah, wie kann man das gut beschreiben? Äh, bei Free-to-Play würde ich jetzt zum Beispiel in diesem Fall hier maximal aktuell ein, ähm... Den Season Pass zum Beispiel kaufen. Also diesen normalen Pass, den es da gibt. Den für 9,99 oder so. Aber sonst den Rest, ähm... Da sehe ich es eher... Ich habe Angst, dass ich das wirklich nur eine Runde spiele. Und dann habe ich zu viel dafür ausgegeben. Ja. Du hättest ruhig Bescheid sagen können, dass du schon losgefahren bist, ne? Ich fahre gerade zu dir. Oh. Ich bin gegen eine Mini-Tanne gefahren. Die sind aber auch gefährlich. Die schmeißen sich immer so in den Weg. Ja. So. Hätte hier nicht schon ein anderer Spieler gebaut, hätte ich gesagt, das claimen wir uns hier. Das sieht voll hübsch aus. Ich glaube, hier irgendwas mit einem Fluss zu finden, wird eher kritisch. Äh, der ist rechts. Der Fluss? Ja. Oh wow, ja, aber so weit unten. Oh ja, Dungeon! Ja, ja, deswegen wollte ich hier hin. T-Man. I have to say, you came at a perfect moment. Na klar, ich bin immer ready. Ich bin ready geworden. It's related to a caravan from Greywater. The murderer is a sneaky deviant. The mother of Robin Crichton, Madeleine Crichton. In Richtung 9. As you might have noticed, Madeleine says this bounty must be carried out by a Mayfly. Miss Crichton has created you. She told me that revenge should always be carried out by an expert. To be honest, I've never met a lady more elegant than her. Although bearing the intolerable sorrow, she still restrained herself and acted so calmly. Da können wir gleich mal, nachdem wir das gemacht haben, eben vorbeischauen. Ja. Das Spiel hat noch kein DirectX 12. Markus kommt in Performance Patch, der auch... Ah. Hier ist eine Truhe. Oh. Alter, Braut. Wie viel. Mhm. Ist man gar nicht mehr gewöhnt. Nö. Aber gut, dafür gibt's hier jetzt auch so langsam Lut, äh... ...dass wir neue Bänke und so herstellen können, ne? Ja. Hinter dir. Ja. Hallo, Lala. Hallo, Lala. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Und Sie hatten bisher einen schönen Abend. Deswegen muss ich ab jetzt auch wieder jedlichen Lut mitnehmen, der hier irgendwo liegt. Jupp. Oh. So viel liegen lassen. Mülleimer. Und hier ist eine Truhe. Hast du die gesehen? Äh, ja, die hab ich schon. Und nicht Bescheid gesagt. War ja klar. Ich hab Bescheid gesagt. Du warst aber beschäftigt. Haha, ich fand schon Monster angegriffen. Sag ich ja. Du hast mir nur nicht zugehört. Daran liegt es nämlich. Mhm. Wollen wir durch diese Tür hier gehen? Mhm. Oha. Wohl einmal. Wohl einmal. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Da müssen wir dann später durch. Ah, okay. Yo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marona, alles fit bei dir? Na klar. Und selber? Ja, auch. Lala fragt nach. Ja, ja. Ich hab gesehen. Ah. Und selber, Lala? Keiner. Ausnahmslos keiner nennt mich Marona. Außer Lala. Deswegen. Immer, immer wenn das, äh, so kommt, dann weiß ich schon, wer geschrieben hat. Wir können dich auch Ellie nennen. Nein. Aber sag mir bitte nicht, dass irgendjemand aus deiner Verwandtschaft so heißt. Dann würde ich auch definitiv nein sagen. Nein, aber einer aus meinem Fußballverein heißt die nicht. Oh mein Gott. Also, nein, die heißt nicht Ellie, aber das ist ihr Spitzname. Und ist sie eine Schreckschraube? Nein. Okay. Ich hab den Fahrstuhl gerufen. Oh, hast du Modotov-Cocktails? Nein. Hm. Du? Wait a moment. Ja. Sehr gut. Dann knall auf damit. Achso, Moment, braucht man gar nicht. Ja, vielleicht erst ausbrennen lassen. Weißt du? Weil ich hab gehört, dass es heiß ist. Uh. Weil ich gebrannt hab, hab ich den Mod Flammenresonanz bekommen. Hm. Oh. Das hier ist wieder ein... Hast du eine... Uh, nice. Ja, warte, dann lass mich mal eben noch heilen. Oh, shoot. Ich bin voll... Ich hab voll die, äh... Dingsvergiftung. Aber die krieg ich nicht weg. Naja, musst du mich halt aufheben. Oh, Lala fühlt sich unsterblich. Wie kommt's? Mülleimer. Truhe. Prügel mich doch nicht beim Looten weg. Hast du auch getan. Gibt's gar nicht. Oha. Dingsvergiftung. Auch. Ja, ich hab nicht luego... Es war nicht. Er ist eine Anhützge. Oha. Dingsvergiftung. Waffe ich eben wieder. När's jemanden durch? Er ist ein. Ich bin dann. Mülleimer. Oh ja. Knauze. Nix hast du zu melden, gar nix. Habe ich an der Dampfe gezogen? Sorry. Ich habe jetzt sieben Stunden gestreamt, ohne das Mikro ausschalten zu müssen. Das... Es werden noch mehr angezogen. Was machst du denn? Oh. Ein Grabstein. Hm. Oh oh. Moment. Ich muss mich mal eben teilen. Man muss unten auf den komischen Sack schießen. Ja, ich wurde hier gerade nur von vielen Monstern verfolgt. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo bist du? Ich stehe schon wieder. Oh, super. Wow. Ja, dann lootet sie eine Truhe, ist klar. Uh. Oh. Shoot. Ah, dann würde ich hier aber noch die ganzen Truhen looten. Auf jeden Fall. Ich habe einen Hackeball bekommen. Nice. Ich habe ein Warnschild bekommen. Oh, und ich habe einen, äh, lilanen Mod bekommen. Habe ich drei Stück. Ah, verdammt. Okay, Lala, ich versuche wieder darauf zu achten. Ähm, lass mal nochmal zurückgehen und gucken, ob die eine Tür jetzt auf ist. Ja, ich wollte noch eben die Ausrüstungstruhen. Oh, ich weiß, warum das so... Guck mal oben links. Ja. Und wir haben das letzte Mal erst, ähm... Wie jetzt auch erst den Hauptboss gekillt. Und dann sind wir in die Dingsons rein. Hm. Aber lass uns eben bei der Tür gucken. Ja, ich, äh, habe hier noch Truhen übersehen. Ah, okay. Hallo, hallo, hallo! Und ich werde den Loot definitiv brauchen für bessere Aufwertungsbänke. Wieso funktioniert denn das schon wieder nicht? Ah, die Seite ist abgestürzt, okay. Ah, ne, ich hatte den Rechner neu gestartet. Moment, einmal eben testen. Nein, vielleicht nicht. Das Ding ist, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, wo die Tür war. Ah. Jetzt funktioniert's wieder. War doch, glaube ich, hier hinten rein. Hier und dann... Hier hinten. Weil... Genau, da sind nämlich noch ganz viele Truhen. Und ganz viele Gegner. Ja. Was gar nicht so gut ist. Ich hab nichts gehört, deswegen. Geh mal weiter. Danke. Achso. Wir müssen uns beeilen. Stimmt. Wir haben noch zwei Minuten 22. Er ist sowieso der letzte Raum hier. Ah, okay. Das war nur noch der eine Raum. Hallo Spaddy. Hallo Spaddy. Ja, ich kann noch nix dafür. Ich bin unschuldig. Das ist Spiel schuld. Sad, but true. Okay, wunderbar. Jetzt können wir rausgehen. Können wir unten einfach Verlies verlassen oder wird dann alles resettet? Ich würde, äh, lieber auf die normale Art und Weise das Ding hier verlassen. Okay, dann machen wir das so. What the hell? Lala, warum? Weil er kann. Und dann nur Huhu schreien? Dankeschön. Nein, what the fuck. Dankeschön. Das freut mich. Okay. Okay. Oh voilà, falsche Taste. Den hätte ich eben gebrauchen können. Oh ja. Ich habe alle... Äh, ich habe alle Zeiten versucht. Das freut mich, danke. Drei Uhr nachts, sieben Uhr morgens, immer voll. Ach, shoot. Das ist natürlich mega ärgerlich. Japp. Hallo, Mayfly. Ich glaube, die Server sind per Slots eingestellt. Das kann natürlich sein. Ich weiß, was getan ist, getan. Wenn du Robin sehen möchtest, sag ihm, nach ihm selbst. Ist das eigentlich eine Cola-Werbung, weil unten drunter Coke steht? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie das einfach so dahin schreiben dürfen, oder? Ja, doch. Coca-Cola ist ja geschützt, aber nicht Coke. Ja, okay. Äh, nächstes Season dann. Zuschauer, gute Nacht und schlaf gut und dann bis morgen. Und na, bye-bye. Schlafens gut. Bei mir nicht bis morgen. Außer schriftlich im Chat. Oh. Die Cookies waren nicht so eine gute Idee. Was? Cookies? Ja. Cookies sind immer eine gute Idee. Hä? Verstehe ich nicht. Oh, ja. Oh. Oh. Äh, ich muss mal hier ganz kurz eben, äh, Ausrüstung, Waffe. Oh, kann es sein, dass ich nur Mods reinmachen kann, die die gleiche Farbe oder schlechter haben wie die Waffe? Ne, Moment. Hm. Hä? Oder habe ich gerade Mods bekommen, die nicht für meine Waffen, sondern für meine Ausrüstung sind? Das kann natürlich auch sein. Ja. Oh ja, alles in Ausrüstung. Ne, mir werden meine lila Mods nicht angezeigt. Also, ich habe auch ein Lidermod in meiner Pistole drin. Ich habe noch gerade welche bekommen oder habe ich nur... Ich bin verwirrt. Und fast tot im Übrigen. So, äh, wo war das, wo du hinbauen wolltest? Hier, ne? Mittelalter, Marc, war aber mega. Das freut mich. Erzähl mal, was, äh, was, was hat man da so gemacht? Ich war auf sowas noch nie. Echt nicht? Nein. Hier gibt es sowas nicht. Und ich habe keine Lust für sowas so ewig weit zu fahren. Bei mir ist ungelogen, 500 Meter vor der Tür ist der. Jedes Jahr. Ja, bei mir nicht. Hexen verbrennen. Ja, das war es mit meinem Fahrzeug. Du bist gegen Stein gefahren. Ich gehe dann wohl den Rest zu Fuß. Ah, ich habe die ganze Zeit diese Kampfmusik, weil ich so wenig Leben noch habe. Bei dir ist Safe auch einer. Äh, sogar einer der größten. Danke, Lala. You sure about that? Ähm, das, das Ding ist jetzt halt, wenn ich jetzt da durchschwimme, das kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt da durchschwimme, bin ich tot. Ich muss auf jeden Fall außen rumlaufen. Ja, da haben aber schon so viele gebaut. Ich weiß nicht, ob wir hier links zum Beispiel dann bauen. Das könnten wir natürlich auch machen. Die Frage ist, was ist das hier für ein Erz? Zinn. Ist hier irgendwo auch ein schönes Erz in der Nähe? Da hinten. Das ist, glaube ich, auch Zinn. You sure about that? Ja, es ist Zinn, Erz. Hm, verdammt. Warte mal, es gibt doch bestimmt. What's human resource map? Äh. Hast du gelesen, was Kredosch geschrieben hat? Äh, nein. Fahrzeuge probieren sich automatisch, nachdem sie zerstört wurden. Stand mal irgendwo in einem Ladescreen. Ah. Ist so ein Erz? Ich sage, wie sie mehr für alle ist, außer Ressourcen. Ich brauche aber Ressourcen. Der Rest ist mir gerade egal. Wow. One's human map. Ist da irgendwas? Oh, Wolfram-Erz. Hm. Äh, wir sind in Red Sands, oder? Nee, gar nicht wahr. Nee. Wir sind in Shark Peak. Nee, wir sind in Iron River. Und Aluminium-Erz. Oh, das ist sehr gut. Wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter gelaufen. Hm. Ah, ich glaube, die Region finde ich eigentlich ganz cool. Ja, hier sieht es auch echt wunderhübsch aus. Vor allem mit diesen, ähm, beiden. Gefällt mir richtig gut. Ich meine jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt später noch Erweiterungen kriegen für die Häuser, aber wir können unsere Häuser ja eigentlich direkt aneinander snappen lassen, oder? Ob wir jetzt die verbinden oder nicht. Äh, guck mal, uns sind überall Eisen in Iron Dings oder höher. Ja, Alu fängt in Chalk an und Wolfram ab Red Sands. Ja, aber wir sind das... Iron River. Ja, gut, das passt. Und hier müsste auch irgendwo Red Sands anfangen, also von daher... Ah, Alu-Erz. Ja. Sollen wir hierhin verlegen? Dann, äh, sagen wir Throgan dann Bescheid, damit er dann auch, äh, zu uns kommen kann. Ja. Aber irgendwie kann ich hier nicht bauen. Ich auch nicht. Was steht da? Kann aufgrund von möglichen schwebenden Objekten nicht gebaut werden. Ja, dann kann ich das halt nicht direkt ins Wasser bauen, ne? Ja. Ja, freut mich. Dann lurk mal weiter. Ah. Wie kann man denn in den Flugmodus übergehen? Ich bin halt hier. Wie kann man denn in den Flugmodus übergehen? Alles. Kein Kass. Ja, beides ich. Ich bin halt hier. Ja, ja. Ich bin halt hier. wie kannst du das von dir wegschieben meinst du so indem ich die maus bewegen das was links angezeigt wird es amerikanisches layout wie soll ich das jetzt für mich herausfinden wie ich dann ich hab kein ich weiß doch nicht wie das funktioniert ja er hat geschrieben oh wow danke genau hier hätte ich das gerne hin ja bei mir dasselbe ich mach erstmal die bäume hier weg ja bei mir liegt es wohl daran dass irgendwas am schweben ist aber ich weiß nicht was ich weiß was was denn ich habe bei meiner alten base hinten konnte man nicht mehr ins wasser bauen also habe ich da decken hingesetzt die schweben natürlich jetzt meint steht bisschen hoch aber hier kann ich dann eine treppe runter zum wasser machen so jetzt sollte das theoretisch auch schon fast hier mit der höhe von der garage auch guck mal das perfekt herr voll geil ja das ist doch jetzt kacke ach spartig wie war eigentlich denn stream noch falls du gerade noch da bist das clipping vorne irgend ignorieren wir mal ach das hier so easy fix dass das ignorieren wir oder meinst du meinst du diese kleine kante hier das ist in ordnung beziehungsweise ja doch das ist in ordnung ja bei mir funktioniert gar nichts weil du die bäume weg machen musst nee guck dir das an hier könnte ich bauen und schon kann ich nicht mehr bauen ich bin verwirrt vielleicht musst du es ein stückchen weiter auf dem land machen weil ich musste auch ne das stückchen weiter aufs land ist nein ja das kann ich nicht weg machen oder nee egal das muss genau so sein warte lass mich mal was ausprobieren kann ich da brauche ich mal nur eine holz wand kollision mit anderen kies sammel gegenständen das kann ich echt nicht weg machen oder gut scheiße das ist kacke dass man nicht alles oder das ist nicht automatisch dann einfach verschwindet dann muss ich hier ein stückchen weiter noch nach rechts gehen muss ich hier die bäume dann weg machen und die ärzte und dann ein stückchen weiter nach rechts gehen da ist aber alles machbar so jetzt muss ich mich einmal wieder zu dir teleportieren wow ich muss noch acht minuten warten schweinerei ich sollte mich vielleicht mal hinlegen dann geht auch diese furchtbare musik weg wäre vielleicht ganz gut jetzt muss ich nur zehn minuten warten bis ich das haus noch mal verschieben darf auch weil die steine und danke danke was weil die dingstens da drin sind oder wird die steine ja da kann ich keine wände bauen was ein bisschen ärgerlich ist endlich ist diese furchtbare musik weg aber eigentlich ist es total sinnvoll dass sie dafür eine katze genommen haben weil das schnurren ja auch heilende wirkung haben soll okay und wenn man sich jetzt hinlegt und dann halt man ja schneller durch die katze extra dimensionale katze ja sowohl so wie sie sieht sie halt auch aus ich freue mich schon richtig auf satisfactory ne das wird richtig wild werden auf jeden ich habe heute einen geguckt also ein streamer der das auch der spielt es schon ewigkeiten und drei tage der hat so eine krasse welt schon aufgebaut wie heißt der spiel bär ja ja der wird dann wieder durchdrehen oh ja der hat schon gesagt er macht sich eine separate welt für die neue story aber baut dann in der anderen welt weiter weil er da halt schon alles hat ja wir können uns auch mal eben einfach komplett voll heilen weil umsetzen kann ich jetzt solange ich während der zehn minuten dich warten muss sowieso nicht also von daher da muss ich auch noch warten bis du umsetzt ich hatte jetzt gedacht ich snap bei dir direkt dran ja ne ich würde eben gerne umsetzen damit die steine nicht mehr in meinem haus drin sind ja kann ich verstehen so kann ich das überhaupt versetzen während wenn das so überlappt mit meinem alten überschneidet sich mit fahrzeugen guti guti heißt ich muss das erst woanders hinsetzen und dann kann ich dahin packen wo ich es hinhaben will das hat mich ärgerlich ja vor allem weil ich dann ja wieder zehn minuten warten muss das muss ja dann nicht in seinen abgängszeit nach zwei minuten das ist natürlich höchst ärgerlich das ist natürlich höchst ärgerlich auch feuerfestes plastik habe ich jetzt ganz viel bekommen das ist sehr gut ja durch den ganzen schrott und so weiter ne ja den wir jetzt aus den neuen gebieten bekommen haben ja voll gut ach shoot hier ist auch so ein stein auch so ne scheiße diese kack steine überall ja muss noch ein bisschen höher bauen ja vor allem wie gesagt ich muss das ja jetzt umsetzen um es dann nochmal höher zu legen ja gut aber ist dann halt so aber die bäume geben hier krass viel holz das liegt an deiner spitzhacke und nicht an deinem an den bäumen was du kriegst 18 raus oder ja ja das liegt an der stahl spitzhacke ok wie ein arg ok ich habe arg aber das war nicht sowas für mich würde ich sagen obwohl es bestimmt auch ganz lustig wäre aber irgendwie keine ahnung das hat mich nicht gepackt mich auch nicht so ganz ich habe es ausprobiert aber nach ein paar stunden habe ich es dann wieder sein gelassen weil keine ahnung hat mich hat mich nicht ganz so gecatcht ja dem kann ich zustimmen so jetzt muss ich nochmal 10 minuten warten weil anstatt höher zu setzen ach du konntest das nicht da in den gebiet bauen ne richtig hä achso achso ja gut das waren hier ok ja ähm ne ging nicht weil äh ich mein haus quasi nicht nochmal überlagern konnte einfach oh mein gott dass man das auch nicht einlagern kann oder so ne mhm wollen wir in der zeit irgendwie missionen machen achso ich farm grad ein bisschen eisenerz damit ich äh mir weil wieder eine stahlspitzhacke machen kann und nicht mit dieser kack äh bronze hier rumlaufen muss hier von gut hier gibt es auch safran zum trocken ja also bei mir ist das dasselbe ich hole mir meistens spiele und gucke mir die einmal an und dann ist es ganz oft dass ich die dann nicht weiter spiele ja das geht mir auch des öfteren so ich könnte mal die ganze ähm zerschreddern ja hab ich auch gemacht ich mein gibt nicht wahnsinnig viel wieder aber immerhin besser als nix ja so so äh jetzt sollte man nicht sollen wir gleich mal gucken was da hinten bei diesem bohrding ist und was bei dem bohrteil was da vor unserer haustür steht moment ich weiß gar nicht was du meinst ja ich schau mir ja viele spiele zum beispiel bei grong an und die meisten spiele die der spielt feiere ich dann auch ja das ist ganz cool siehst du auf der karte wo ich bin ja hier ist so ein hoher okay ich weiß aber gar nicht ob hier irgendwas ist ne sieht nicht nur noch aus nicht so wirklich aber wir werden wahrscheinlich irgendwann eine quest haben wo wir hier das ventil oder so zu drehen müssen mhm wow oh wir sind hier tatsächlich in red sand ne ne unser gebiet ist noch iron side aber sobald wir nach oben oh du bist in red sand oh level 45 empfohlen da ist schon fracht gerangel aber das level 40 das vielleicht noch nicht so ganz für uns mhm so ich würd ganz gerne bevor wir quests machen mein territorium noch einmal umverlagern damit ich das äh meins dann gerne da dran snappen lassen mhm oh wieso kommst du mit grong nicht klar lala erzähl mal kann man denn mit dem papa grong nicht klarkommen ja wenns halt so ist dann fertig ja jetzt muss ich dann gleich nur extrem darauf achten dass ich höher als die steine baue mhm damit die nicht schon wieder da drin hocken mhm ja hier ist irgendwie sehr steinig mhm 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 Ja, ähm, hast du zufällig die Mittelteile nicht Fundament? Ich hab alles Fundament. Okay, dann sollte es eigentlich passen. Was für eine Fehlermeldung gibt er dir denn? Ähm, warte. Ähm. Ähm, schwebenden Gebäuden oder Kollisionen in der Umgebung. Warte mal, ist das vielleicht der Baum? Wo bist du denn? Da. Naja, auch wenn ich das neben dem Baum mache, geht das nicht. Hier geht's sowieso schon wieder gar nicht. Vielleicht, weil dein anderes Gebäude zu nah dran ist. Nee. Ja doch, mit dem Territorium außen drumherum. Warte. Ich muss mal kurz ein bisschen weiter nach hier gehen. Achso. Oh, dass das bei Manni nicht funktioniert. Hier zu bauen ist dann doch ein bisschen tückisch, ne? Mhm. Vielleicht, äh, bevor du das baust, reichst du doch eben die Spitze vorne ab, die du da hast. Vielleicht kommst du damit dann besser ran. Meinst du? Ja. Oder der Tümpel ist hier hinten zu tief, aber das sah irgendwie nicht so danach aus. Das war's. Ja. Also. Und dann. Ja. Dann. Ja. Dann. 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 Oh, willst du mich verarschen? Ne, sobald ich höher gehe. Jetzt geht's auch nicht mehr. Oh, einfach komplett unter Wasser. Hm, hab ich mir auch schon gedacht. Aber warum geht es nicht? Versteht es nicht. Bitte pass die Höhe an oder wähle einen anderen Standort. Will ich aber nicht. Ich will das eigentlich ziemlich genau hier hinpacken. Ja, wahrscheinlich ist hinten das Meer zu tief. Oder sowas. Geh mal noch ein Stückchen weiter nach hier drüben. Hier sieht es aus, als könnte das Ganze ein bisschen einfacher sein. Was ist das denn hier? Wolfram. Ach, cool. Guck mal, das sieht doch schon besser aus. Ja, ich weiß, woran es liegt. Woran? Hast du mal gesehen, wie steil das hier runter geht? Hm. Also, sobald du weiter in Richtung Wasser gehst, ne? Hm. Du siehst ja sofort, dass es da nicht mehr... Hä? Jetzt geht's hier nirgendwo mehr. Vielleicht, weil ich da im Weg rumstammt. Dann kommt mein Haus. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ja. Ähm. Nee, da sind... Ja, okay, sobald es weiter... Ja. Das ist dann natürlich ungünstig. Dann muss ich nämlich ein Stückchen weiter vorne bauen. Wenn ich auch noch ein bisschen ins Wasser komme, dann mache ich das... Kannst du mal gucken, die beiden Erze, die jetzt da drin sind, sind das Sachen, die man abbauen kann? Ja, oder? Ich weiß. Die müssten, äh, Erdsteine sein. Ja, du musst auch stehen bleiben, da bett ich das... Das ist Aluminium. Ja. Möchtest du das... Ach so, nee, musst du nicht. Dann, äh... Kommt mein Gebäude hier hin. Ja. So, das Alu, das verschwindet nämlich gleich. Ah, das ist Zinn. Subi! So, jetzt kann ich hier... Möchte ich das so... Nee, möchte... Nee. Nee, möchte ich das... Nee, möchte ich nicht. Ja, ich habe dasselbe Problem. Hier kannst du wahrscheinlich nur Treppen drin machen, ne? Ist das... Ist das... Na gut, das geht auch irgendwie nur so... Gar nicht. Ja, nee. Das wird nicht funktionieren. Und so Rampen gibt's wahrscheinlich auch nicht so ganz, ne? Decke, Wand, Dach... Es gibt ein Marmor-Fundament. Oh, ein Mensch. Oh ja, also noch bin ich ein Mensch. Noch bin ich nicht ganz ein Zombie. Und irgendwas löst hier wieder Kollisionen aus, ey. Das... Ja, das mit dem Territorium platzieren ist ein bisschen, äh... Crap? Ja. Also, ich meine, die könnten ja wenigstens die Objekte anzeigen, die eine Kollision verursachen. Oder genau sagen, warum das nicht geht, weil das zu tief im Wasser ist oder so. Ich glaube, wenn du bei mir dran snippst, dann wird's wieder zu tief im Wasser sein, weil's da auch wieder so schnell runter geht. Jep. Und ich verschwende total viel. Aber ich muss ja nicht unbedingt am Wasser sein. Sehr gut. Alles fit? Ja, so langsam kickt die Müdigkeit ein bisschen. Aber noch... Noch ist alles fit. Und ich hoffe, bei dir auch... Also, ich hoffe, dass bei dir alles fit ist. Nicht, dass bei dir die Müdigkeit kickt. Du weißt, was ich meine. So, kann man davon jetzt die Höhe anpassen? Nein, natürlich nicht. Jo, gerade er ist aufgestanden. Bitte was? Bitte was? Boah, da kriegst du ja jetzt schon wieder Anfälle. Ja, muss um zwei arbeiten. Okay, gut, das ist was anderes. Dann hab ich überhaupt nichts gesagt. Auch jetzt kein Gain zum Töten. Feuer frei. Ja. Wieso kann man keine Treppen von außen ransetzen? Kannst du mir das mal erklären? Nein, absolut nicht. Verstehe ich auch nicht. Okay. 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 Dafür wäre ich auch am besten noch ein bisschen weiter runtergegangen vom Territorium her. Das Problem ist, dass ich dann hier, dass dann hier schon wieder durchgekommen wäre. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das hinkriege. Das ist gut. Man muss ja nur die Kacke hier austricksen. Hehe. Das ist genau das, was ich... Halbe Höhe will es mich verarschen. Ach. Oh, wir haben gegenüber übrigens wieder so ein Lichtbobbel-Event. Ja, hatte ich auch schon gesehen. Wieso funktionierst du... Ah. Da kriegt man ja Anfälle bei. Wieso bist du dreieckig? Dreiecksform. Kleines... Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Ich bin gespannt, wo Throgan seine Base hier hinsetzt. Ja. Der wird wahrscheinlich genauso einen Anfall kriegen, wie wir gerade. Mach ihm mal einen Screenshot, damit er weiß, wo wir gebaut haben. Prost und äh... Borderlands habe ich bis zur Ersäufung getrunken, äh, gespielt. Also, das habe ich für mich, äh, abgeschlossen. Alle Teile, ja. So, das ist wieder klein. Nein, ich möchte es nicht speichern. So. Mietz, mietz. Ja, so klatschig. So, jetzt habe ich doch... Katze, du bist ein bisschen weh. Warten wir noch eben, bis die letzten zwei auch noch fertig sind. Äh, somit ist die ganze Woche ein bisschen lustig mit Aufstehen. So nach dem Motto, wenn du aufstehst, gehe ich erst ins Bett. Ja, glaube ich dir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte keinen Job machen, wo das die Regel ist. Ähm, ich werde... ...bei mir im Job... ...das teilweise auch haben. Wenn ich, äh, irgendwann mal in der Hintergrundrufbereitschaft bin. Ähm, dass ich dann auch gegebenenfalls nachts mal raus muss. Aber das ist eher so die Ausnahme. Ähm, mein Kollege meinte schon, dass das in den zehn Jahren, wo er das jetzt macht, äh, das vielleicht drei oder viermal vorgekommen ist. Ähm, also das ist wirklich selten, dass die Meister dann nachts mit raus müssen. Ähm, aber wenn ich das regelmäßig machen müsste, würde ich, glaube ich, einfach kaputt gehen. Ich kann das nicht. Vor allem dann irgendwann der Wechsel wieder. Das, das wird bei mir überhaupt nicht funktionieren. Wieso kann ich das da nicht unten ran bauen? Nachtsicht ist was Feines. Ja, da hast du recht. Oh. Geht doch. Ich drücke grundsätzlich die falsche Taste. Das ist doch an sich immer normal, oder? Mhm. Irgendwie schon. Oh. Nein, ich wollte nicht noch ein Fenster machen. Äh, ich arbeite praktisch nur nachts, da ich, äh, meine Ruhe habe und meine Arbeit dann am besten machen kann. Ich mache Netzwerk-Updates in einem Rechenzentrum. Ja, okay. Ja, also, ähm, für Leute, die nachts gut arbeiten können, aus genau diesen Gründen, ist das natürlich dann optimal. Wenn ich meine Ruhe auf der Arbeit haben will, tue ich meine Kopfhörer rein. So, da möchte ich gerne ein Fensterchen hinmachen. Hier soll dann ein Fensterchen hin. Aber bin dann mal im Lurki. Alles klar, mach das. Viel Spaß. Also, ich möchte hier und hier ein Fenster hinmachen. Ja, 50... 50% mehr Gehalt. Nur weil man den Tarifbonus hat. Nice. Okay, zwischenzeitlich kotzt einem das Baumenü echt an. Mhm. Nee, das machen wir anders. Wie kann man denn sinken? Ah, mit C. Okay. Und zwar möchte ich das ganz gerne so machen, dass hier... Ähm... Nein. Dreh es doch bitte. Hallo, was ist denn jetzt mit dir? Möchte ich das so machen? Ja, ich glaube, so möchte ich das ganz gerne machen. Willst du mir erzählen, dass man hier noch nicht mal Sachen austauschen kann? Ja, komm. Tüten wir raus. Tüten wir raus. Weil, Kapp, das ist noch ein Teil. Ja, komm. Gib dich auf. Na, wieso hat doch nicht gemeckert. Nein, das ist das Falsche. So. Hier möchte ich in so einen kleinen Balkon hinmachen. Ja, zwei Jahre lang sowas machen es ja immer. Wenn man es kann und da gut... Gut, was bei rumkommt, dann auf jeden. Das stimmt wohl. Äh, das Bauen wirkt eher als Mittel zum Zweck, wenn, äh... ...die das in der Pause entwickeln. Jau. Da kriegst du ja Anfälle bei. Stimmt, ich könnte das auch mal ausprobieren. Warum hab ich... Warum hab ich diese gewölbte Wand noch nicht freigeschalten? Weiß ich nicht. Wo ist das? Ach, gewölbte Strukturen, da. Äh, ich bin noch mal ganz kurz afkar. Der Hund möchte gerne was zu fressen haben. Bis gleich. Oh, ja. 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 Ich bin noch mal ganz kurz. Ich bin noch mal ganz kurz. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Jo. Guten Tag. Oder gute Nacht. Oder wie auch immer. Irgendwie sowas. So, hier möchte ich jetzt gerne... Wie kann ich das mit den gewölbten Wänden denn machen? Wie funktioniert das? Ja, da brauchst du einen gewölbten Boden für. Und das Schlimmste an der ganzen Sache finde ich aktuell... ...dass du viele Sachen nicht einfach austauschen kannst. Äh, als Beispiel... ...du willst, ähm... ...ähm... ...hier, wie heißt das? Ähm... ...ähm... ...ja... ...das finde ich zum Beispiel ziemlich kacke. Hm. Äh, das ist doch keine Steinwand. Oh, es ist eine... Von außen... ...wau... ...ach... ...fake as fuck. Hm. Ungefähr so wie, äh... ...I am fuck as fast. Naja. Ich würde das jetzt gerne da dran snappen, damit ich hier das wieder eckig machen kann. Das... ...wird wohl nix. Wie? Ne, warte, ich will das nicht aus. Jetzt geht doch da hoch! Hallo! Oh! Danke. Dann mach ich das halt so. Guck mal, das... ...würde doch perfekt da dran passen. Ja. Scheiße. Ah, puh. Das... ...das muss genau so aussehen, das ist Kunst. Bitte was? Nichts. Na, okay. So. Ähm... ...Fenster. So. Hier möchte ich eins hin machen. Hier soll eins hin und hier sollen... ...zwei hin. Fuck yeah, das hat funktioniert. Uh. Muss mal eben. Was ist denn heute los? Fusch am Bau. Nix, Fusch am Bau. Das muss ganz genau so sein. Okay. Außerdem kann ich nix dafür, wenn das Spiel mich nicht so bauen lässt, wie ich gern hätte. Oh, wow. Du kannst auch einfach überall Wände hin platzieren und wenn du ein Fenster reinmachen willst, dann... Ja. Nice. Die Frage ist jetzt nur, wo finde ich Türen? Ach, da weiter. Wow. Oh. Eigentlich möchte ich hier lieber so eine Doppeltür haben, ne? Ach, das snappt natürlich nicht dran, oder wie? Das war ja mal wieder so klar. Ja. 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 Ich kann absolut nicht erkennen, was hier innen und was außen ist. Ja, da zeigt immer ein Pfeil hin. Oh, ich hab den Pfeil nicht gesehen. Irgendwie war das klar. Auf Feststellung des Tages, es gibt keine halben Wände. Doch, gibt es. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Ja, dann zeig mal. Du meinst doch halb hohe Wände, oder nicht? Nee. In der Mitte durchgeschnittene Wände. Ach so. Ähm. Warte. Ich hab eben was gesehen, was dem glaube ich ziemlich nah kommt. Äh, wo war das denn? Hm. Naja, wenn du davon zwei übereinander platzierst vielleicht? Oh ja. Danke. Oh, ich hab ein Fenster vergessen einzubauen. D D Welches Wandelement hattest du da genommen? Ähm... Hier, das kleine quadratische Wand. Oh, danke. Mhm. Sieht zwar voll kacke aus, aber... Erfüllt seinen Zweck. Trotzdem finde ich's gar nicht. Ah ja, wenn du zwei davon übereinander brauchst, ja. ... Das war's. Hier kommt jetzt noch eine Tür rein. Hier kann ich der Tür nicht... Achso. Schön. Ich hab auch, äh, dadurch, dass ich jetzt Türen, Fenster und so platziert habe, hab ich, äh, ein paar Sachen bei der, ähm, Reise fertig bekommen. Nice. Es bricht zusammen. Nichts bricht zusammen. Das muss genau so sein. So, Decke. Da hätte ich jetzt gerne eine Holzdecke. Aber eigentlich auch gerne eine hochwertige Holzdecke, ne? Aber dafür bräuch ich Stahlbarren. Und zwar eine Menge. Ich geh mal eben ein bisschen Eisen hacken. Ach, es kommt drauf an, von welcher Seite du an die, an diese Tür dran gehst. Bin ich eingesperrt? Das Türe schließen ist ein bisschen Kacke. Oh, wir haben auch direkt eine, ähm, eine kleine Stadt neben uns, ne? Ja. Wie das rote Haus. Okay. Ich... Hm? Ähm. Ich glaub, das mit dem Bauen muss ich nochmal neu machen, wenn ich... ...damit vernünftig arbeiten will. Hm. Sollen wir noch ein paar Quests machen? Äh, warte eben. Ich wollte noch eben die... ...Viecher beleuchten. Mhm. Ich fahre eben gerade noch ein bisschen Eisen. Damit ich hinterher die, ähm... ...die schöne Holzdecke, oder wie ich sie jetzt machen kann? Weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich hab Orangen gefunden. Nice. Rotes Licht. Rotes Licht. Rotes Licht. Rotes Licht haben, oder reicht es, wenn du eins in der Mitte platzierst und die werden davon alle bestrahlt? Äh, das reicht eigentlich aus. Nur unterschiedliche, äh, Viecher wollen unterschiedliches Licht. Hm. Okay, für Wolfram brauchen wir Alu. Ja. Tschadö. Ja. Ich möchte nicht hier irgendwo noch ein bisschen Eisen stehen. Oh, nicht hier. Ich möchte euch einfach mal ein bisschen verraten. Oh, nein, da sind hier. Ich möchte nicht hier einfach mal ein bisschen verraten. Okay. ich dachte erst das hier wäre wieder diese komische schwarze suppe wo man mentale gesundheit verliert aber das scheint irgendwie ein ausgetrocknetes flussbett oder so oder so zu sein hoffe ich habe vielleicht noch genug kohle um das ganze eisen auch zu schmelzen das wäre ärgerlich hoops Oh Gott, hast du dir mal die Holzfällerplattform angeguckt? Nee. Also nicht von der Größe her auf jeden Fall. Nee, von der Größe habe ich mir das auch noch nicht angeguckt, aber das sieht schon übel aus. Oh, das ist eigentlich ganz süß. Okay, ja, das sehe ich auch gerade. Aber da ich noch keinen Strom habe, bringt mir die leider auch noch nicht so viel. Hm. Was ich mit meinen vorhandenen Stahlbahnen vielleicht machen sollte, ist neue Munition. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so ganz doof. Oh, das brauche ich nicht. Ja, ich habe leider nur noch 51 Kugeln. Das reicht nicht aus, wenn wir gleich noch eine Quest machen wollen. Nee, definitiv nicht. Da darfst du dann ganz schnell ganz alleine draufballern. Das wäre uncool. Mhm. Mhm. Ja. Das passt so gar nicht zu der Musik. Oh Gott, was musst du denn da? Tanzen! Hm, dieser Tanz erinnert mich so an Final Fantasy 7 Remake an Anjan aus dem Honig-Töpfchen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, aber daran erinnert mich dieser Tanz einfach. Ich habe es noch nicht gespielt. Also ich habe den ersten Teil gespielt und mich dann entschieden, okay, ich lege alles zur Seite und warte, bis das Spiel vollständig rauskommt. Also alle Teile, dass ich die in eins wegzocken kann. Ähm, im ersten Teil kam das mit Anjan und dem Honig-Töpfchen doch schon. Ah, okay. Das ist ewig und drei Tage her. Ja. Das war so gut. Ich feiere Anjan einfach richtig. Aber dieser Tanz, der erinnert mich zu 100% an den. Okay. Okay. So, jetzt habe ich wieder 291 Kugeln, das reicht erstmal ein bisschen. Und ich habe noch tausend andere dabei. Die Frage ist jetzt nur, welche Quests genau wollen wir machen? Mh. 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 Wir hätten welche, die sind tatsächlich auch relativ in der Nähe. Morph-Tauschkörper zum Bleistift. Ja, warte eben. Jetzt sag nochmal, du kannst nicht schön bauen, ja? Das ist ja wohl mal sowas von mega die Lüge. Ja, aber das snappt mit nichts zusammen und ist absolut Rotze. Hm. Ich finde es hübsch. Ja, ich wollte eigentlich, dass es dann so hier außen lang geht. Und jetzt bin ich halt am überlegen. Ich glaube, ich muss das ein bisschen weiter hochsetzen. Hm. Weil die Idee wäre dann... Ich glaube, ich baue das hier ein bisschen größer. Mit Vorbereich für Landwirtschaft und sowas. Hm. Ups. So. Was ich da noch gerne machen würde, wäre zum Beispiel, ähm, dass es dann einzelne Räume für einzelne, spezielle Sachen gibt. Ja, das wollte ich auch machen. Deswegen ist mein Haus gerade, sieht das so riesig aus. Hm. Weil jetzt ist es gerade eine riesige Fläche, aber da kommen quasi, kommen noch ganz viele kleine Räume rein. Ich möchte auch die ganzen Dinger hier, hm, also alle Abbaufiecher in einen Raum und alle anderen Viecher in einen Raum. Ja, da dachte ich dann sowas wie, ähm, zum Beispiel, ich will mir eine Werkstatt bauen, wo nur geschmolzen wird und sowas alles. Mhm. Und da wollte ich dann die Abbau-Heinis reinpacken. Mhm. Und dann zum Beispiel bei der Landwirtschaft wollte ich den, äh, Biber und die Biene hinsetzen mit einer Holzplattform. Mhm. Äh, du, es gibt doch eine Bergbau-Plattform, ne? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Die wollte ich vielleicht dann so angrenzend an den Raum setzen. Mhm. Habe ich noch Sinterziegel, rein zufällig. Ja, aber keine Holzblöcke mehr. Fantastisch. Wenn's am einfachsten scheitert. Ist gut. Ich hab nämlich keinen Pfeil, der mir anzeigt, ob's richtig rum ist oder nicht. Hm? Mhm. Ich bin bereit, zu jeder Zeit, bin ich bereit. Hm? Moment. Hm. Wir haben sogar relativ viel Alu hier, äh, bei uns, ne? Ja. Das ist Sinn. Habe ich auch schon gesehen. Hm. Hm. Ich glaube, das Spiel will mir gerade erklären, dass man für das Anmalen Geld ausgeben muss. Hm. Fahrzeug beschädigt, bitte in der Garage reparieren. Das war ne Lüge mit dem, dass sich das automatisch repariert. Hahaha. Oh ja, gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Ich muss noch Wasser mitnehmen. Oh, Dampfer schreibt grad, viele Tapeten kannst du auch in Truhen finden oder bei NPCs kaufen. Oh ja, stimmt, äh, wenn du in den, äh, Season Shop zum Beispiel reingehst, ähm, Jobinhalte und dann Anlagen und Mobilisierung, ähm, da gibt's auch zwei Tapeten. Oh, nice. Okay. Die sehen sogar relativ gut aus. Nice. Dankeschön. Hm. Warte mal eben, ich wollte noch eine Sache ausprobieren. Machens das? Oh, wir haben hier ne schöne Gegend gefunden. Ein bisschen schwierig mit dem Bauen, aber prinzipiell ne schöne Gegend. Mhm. Okay, welche Mission machen wir denn jetzt? Äh, Morph-Tauschkörper. Ah. Die ist bei uns relativ in der Nähe. Jawohl. Rio, BD. Anker werfen. Gut. Will das Spiel uns was sagen, wenn wir ständig Gel bekommen? Oh. Ja, bestimmt. Dampfer schreibt grad noch, man soll ganz viele Pilze sammeln. Da kriegt man auch noch was raus. Pilze? Ja. Was für Pilze? Es wachsen zwischenzeitlich Pilze auf dem Boden. Hm. Noch nie gesehen. Okay. Ja, den Killerhasen hab ich schon, genau. Oh, was? Ja. Du bist so unverschämt. Und ich hab, warte mal, ich will mal eben was ausprobieren. Hahaha. Ich hab'n Straßenschuld. Oh, wow. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hier hinten ist was. Manchmal frag ich mich, ob ich mit einem erwachsenen Mann oder mit einem Kind zusammen spiele. Wieso? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn ich dem Straßenschuld? Ja. Ist doch lustig. Ja, wo kommen die ganzen Alpakas hin? Hold on. Diese sind alle Illusionen. Ich denke, ich habe es. Nur das Gingerbreadhaus ist real. Das Lebkuchenhaus tarnt sich als Alpaka. Verwende das Raum... Verwende die Raumzeit, um es zu suchen. Okay, abknallen kann ich sie nicht. Äh. Gefunden. Wo sind da der Unterschied? Keine Ahnung, ich bin gegen alle Alpakas gegengelaufen. Oh, wow. Muss da gegenlaufen? Ja. Oh. Oh. Äh. Oh. Cool. Auf dem Dach hier ist übrigens noch eine Truhe. Oh, nice. Müssen wir nur gucken, wie wir hochkommen. Ja, ich habe hier eine Möglichkeit gefunden. Oh. Hi. Ich auch. Ja, okay. Verstehe ich schon. Du verprügelt sie lieber mit deinem Straßenschild. Ja, außer das hier. Mal sehen, wie lange das dauert. So, die Quest könnten wir abgeben, aber wir haben direkt hier unterhalb eine neue Quest. Ja, warte, ich bin noch am Kämpfen. Ach so. Guckst du auf meinen Sweep? Was zur Hölle? Ich glaube der ist bugged. Ich glaube auch. Und hier war noch direkt eine weitere Quest. Genau. Direkt gegenüber quasi. Ja. Was zur Hölle? Nein, das ist überhaupt nicht gruselig. Und das haben wir extra für Manier aufgebaut. Halt mich nicht so vom Lapp, ich kann sowas von anzuschreien. Oh ne, kann das bitte aufhören? Kann dieses, kann dieses Gesungen bitte aufhören? Das was? So, oder das Gesinge von dieser Kack. Okay, bei mir ist die Musik aus, deswegen hört man das nicht. Oh, ist das furchtbar. Oh, einfaches Lauchrezept hier. Danke. Warte, bitte. Das war ja zum Glück überhaupt nicht gruselig. Sieh dir die beiden anderen seltsamen Puppen im Haus an. Hm. Möchte ich das? Stimmt. Hä? Hier ist noch eine. Ja, in der Garage ist auch noch irgendwas, was leuchtet. Oh. Ich glaube die Server haben langsam Probleme. Oh ne. Öffne die Kiste der Puppe. Welche Kiste der Puppe? Oh, die ist wahrscheinlich unten gespawnt. Hm. Oh, kann das Gesinge aufhören bitte? Das ist so gruselig. Hahaha. Oh, bitte. Hat's aufgehört? Nein. Zählt das zu Musik? Obviously. Ich geh aus diesem Haus raus. Ich bin Jonathan im Greywater Camp. Okay, gut. Das müssen wir da auch abgeben. Ja, siehste. Ähm. Sollen wir, bevor wir aber in die Stadt gehen, vielleicht nach rechts rüber. Da ist zum einen die Hauptquest, zum anderen ein Nebenquest und ein Spaltanker. Wunderbar. Da düst er davon. Da düst er davon. Also so ne Spille mit Puppenkopf. Oh. Oh. Äh. Ah, da. Das war der Punkt, wo meine Komfortzone aufhört hat. Oh ja, fühle ich. Das fühle ich. Und dann stell dir mal noch das Kinderlied von gerade vor. Oh, ich hab... Moment, da hast du es gar nicht gehört. Hm. Ja, doch. Ich hatte eben gerade den Sound noch aufgedreht. Okay. Und stell dir vor, mit dem Sound kommt diese Spinne mit dem Puppenkopf auf dich zu... Öh. Bin ich ja total anfällig für sowas, ne? Ja. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Könnte ich ja sofort einen Schreikrampf kriegen. Es wird noch besser. Hm. Schön. Ui, toll. Aber, äh, trotz Fenster auf wird es hier nicht besser. Oh, Verkaufsautomat. Was kriegt man da eigentlich? Bei mir ist es besser. Hm. Ich will mal eben abchecken, was man beim Verkaufsautomat machen kann. Gar nichts. Weil alles verdorben ist. Okay. Ich schnetzel dann schon mal ein bisschen. Joa. Da soll dann auch noch Jumpscares und so weiter kommen. Hm. Die Freude ist groß. Warte mal. In dem Spiel hier? Ja. Das wird der Zeitpunkt sein, wo ich mit dem Spiel aufhöre. Ja. Ah, ein Trading Outpost. Okay. Von Spielern für Spieler. Also könnte man da zum Beispiel geil gefundene Waffen, die man nicht mehr braucht, einfach reinsetzen? Oder geht da nur selbst-create-Stuff? Oder geht da nur selbst-create-Stuff? 30. Oh. Welches Level hast du aktuell? 31, aber meine Waffen sind so, naja. Ja, meine auch. Wir sollten zusehen, dass wir die bessere Waffenwerkbank bauen, damit wir uns Tier 3 Waffen machen können. Weil wir laufen halt immer noch mit popeligen Tier 2 Waffen rum. Ja. Das ist halt auch echt gar nicht so gut. Oh. Uh, nice. Okay, alles verkaufen, das ist auch cool. Knack, knack, it's me. Knack, knack? It's me, Mario. Hm. Mit dem Straßenschild sind die One-Hit. Haha. Hier ist ne Aufbewahrungskiste? Ja, hier auch. Genau gegenüber von dir. Hm. Naja, dein ist zumindest ein bisschen größer als die, die ich gefunden hab. Haha. Ich hab so'n Popelsding gefunden. Ja, für zwei Schießpulver. Ja. Ich mach halt echt nicht so viel Schaden. Mhm. Das sollte nach dem hier und vielleicht nach dem Abgeben der Quests dann unsere nächste Mission sein, dass wir uns da um was Besseres kümmern. Waffenkiste? Mhm. Mhm. Flammenresonanz-Talismar. Kiste? Kiste. Oh, ich hab, äh, noch so'ne totale Vernichtungsgedöns erhalten. Und ich glaub' hier drinnen war noch eine? Nee. Mal gucken, in das Gebäude müssten wir eigentlich reinkommen. Jo. Wahrscheinlich von deiner Seite, ne? Und bessere Rüstung. Mhm. Also langsam tut das echt weh, was die einem nicht haben, reindrücken. Ja. Ich kann ja nicht alle zwei Sekunden so'n, äh, Mad-Kit reinhauen. Wieso sind meine Mad-Kids ausgetauscht worden? Wow, ich hab keine Mad-Kids dabei. Du hast da übrigens einen übersehen. Ja, ja, ich weiß, weil ich kurz vorm Sterben war. Oh. Du brauchst keine Angst mehr vor ihm zu haben. Ich habe dich gerettet. Dankeschön. Äh, Suche nach hinterlassenen Dokumenten. Hier ist noch ne Truhe. Ja. Oh, ich hab nen Zeitungsstapel erhalten. Und ne Reklametafel. Oh ja, veredelte Teile. Hast du hier Q gedrückt, hier spawnen? Ja. So, jetzt haben wir die Quest hier auch fertig. Zumindest die, äh, Nebenquest. Jetzt haben wir hier noch die Hauptquest und natürlich... Wir brauchen noch eine Ausrüstungskiste und eine mysteriöse Kiste. Ich hab mich auch irgendwie gewundert, wenn ich über einen Stachelzahn drüber hüpfen kann. Und wir brauchen noch einen Elite-Gegner. Ne. Oh, da oben ist voll die hübsche Wohnsiedlung. Äh, wir sind auf Server 42 in Welt 10. Okay, müssen wir wieder in die andere Richtung laufen. Hier ist noch ein Elite-Gegner, wenn du mir helfen möchtest, weil der macht echt... Ich mache gar keinen Schaden an dem Ding. Oh, zählte das doch dazu? Ja. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Laatmauk. Ja. Aquifilme. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. So, ich glaube tatsächlich, dass bei der Hauptquest die mysteriöse Kiste ist. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Meinst du, dass man da irgendwie in den Untergrund gehen wird oder so? Nee, aber da müssen wir in ein Krankenhaus gehen. Oh. Schon wieder. Ach ja, stimmt, hier sind ja auch noch Häuser. All den Loot mitnehmen, den wir kriegen können. Hm. Sausecke. Haben die Treppe zugebaut. Ja. Oh je, ich hab ein Babyflashchen gefunden. Jetzt kann ich die Welt beherrschen. Oha. Oh, ich glaube, ich hab die Truhe zumindest gefunden. Ähm, und es wird dir nicht gefallen. Oh nee. Okay. Sag sowas bitte nicht. Sieh dir mal das, äh, Dekor der Wände an. Oh nee. Und ich glaube, wir müssen durch das Krankenhaus durch, um darüber zu kommen. Mhm. Hallo. Hallo. Warum ist niemand hier, um mich zu treffen? Hallo. Ist niemand da? Brauchst du das Mad-Kit nicht vielleicht? Ich hab hier schon grad zwei Stück aufgesammelt. Ah, okay. Oh. Mini-Spinn. Hm. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen nur im echten Leben. Das auch. Spinnen. Spinnen. Oh. Ähm. Hast du mal Metro gespielt? Nein. Aber sei froh. Da gibt es eine Sequenz. Äh, hier ist eine Truhe. Äh, da musst du durch einen Tunnel krabbeln. Und da... Äh. Oh nein. Verdammt. Äh. Dahinten leuchtet irgendwas Lilanes. Äh, was wollte ich... Ach. Da laufen die einfach Spinnen über den Helm. Aber das sieht halt aus, als ob die auf dem Bildschirm langlaufen. Äh. Äh. Äh, spielt man sowas? Äh, weil es lustig ist. Ja, klingt so. Oh. So, was ist der letzte Storyboss? Ich glaube, wir sind jetzt in Region Nummer 3. Das heißt, äh... Ich glaube, der Baumhürde war der letzte Storyboss, den wir gekillt haben. Mhm. Ich bin überhaupt nicht angestrengt und ich bin überhaupt nicht gestresst von diesem Spiel gerade. Nö. Nö? Nö. Dann helfe ich dir mal. Spinner. Nö. No supplies. Medicine. Shit, there's nothing useful in this entire place. But Glenn said, this is where to look. Ha! And he saw it in his dream. Oh Gott. Wow. Mega Spinnnets. Äh, Ness. Ah, hier sind die mit den Puppengesichtern. Und ne Ausrüstungstruhe. Oben auf dem Dach. Ich bin auf dem Park... Ja. Oh, ich hab hier Dreißdürer bekommen. Nice. Oh, ich bin auf dem anderen Dach. Und ich hab die mysteriöse Truhe gefunden. Sauber. Dann komm ich gleich mal zu dir rüber. Mhm. Ich weiß nur noch nicht wie. Und, ähm, Bauplan für lilane Handschuhe. Nice, nice. Das ist wirklich nice. Oh, yeah. Und zwar für Grillhandschuhe. Okay, das ist auch nice. Wovon ist denn der Hut, den ich hab? Barrett. Ah, okay. Untersuche das alte Krankenhaus. Das ist okay. Wir müssen... Achso. Soll ich noch warten, bis du... Offenbar nicht. Hä? Achso. Ah, hi. Hi. Oh, wow. Ich hab jetzt Speerjacke Tier 3 bekommen. Den Bauplan. Mhm. Hm. Uh. Grillhandschuhe. Da müssen wir jetzt ein Stockwerk nach unten gehen. Mhm. Und hier kommen immer mehr Spinnenweben. Da unten ist übrigens dieses lila Gedöns, was ich eben meinte. Mhm. Hab ich grad gesehen. Wieso tragen die alle Schutzanzüge? Weiß ich nicht. Aber hier unten wird's echt unangenehm. Mhm. Da kommt schon die erste. Nee. Nee. Nee, find ich nicht gut. Nee. Überhaupt nicht. Ähm. Oh. Oh, ich muss weg. Oh, nee, bitte nicht. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ich will das nicht. Wie soll ich dir denn mit meiner Waffe töten? Das kannst du vergessen. Wie, 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 wie stellt... Wie? Weiß ich nicht. Wie? Je Kämpf mit mir. Ich brauche deine Hilfe ganz dringend. Leider ist das Singleplayer. Ich rede doch nicht von dir. Oh ja, den könnte man echt mal... Nee, hör auf hier irgendwas hin zu kotzen. Finde ich voll eklig. Überhaupt nicht so... Gar nicht in Ordnung. Stirb. Wow. Stirb einfach. Stirb und steh nie wieder auf. Wieso trägt er einen Spaten zu sein, aber er... Spinnen machen doch Spaß. Ja. Find ich auch. Aber nur unter Deo und ein Feuerzeug. Möchte das nie wieder tun. Ach... Jedes Mal, wenn wir gegen Schatten gekämpft haben, war das dann der Endboss. Okay, jetzt können wir rausgehen und das lila Ding holen. Wir sind hier, glaube ich, komplett fertig mit allem. Und den Nerven. Oh, ekelhaft. Ja, damit sowieso. Ach, guck mal. 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 Lächeln? Ja, lächeln kann ich gleich auch wieder. Ähm, sollen wir eben zurück zur Stadt und dann zu unserem Haus? Ich möchte hier bitte so schnell wie möglich einfach nur weg. Ja. Danke. Einfach nur weg möchte ich hier. Nein, nicht Attack. Wir attacken euch auch nicht, also lasst uns bitte einfach in Ruhe. Ja. Oh, war das gerade ekelhaft. Bitte lasst mich, lasst mich dieses Spiel nie wieder gegen so riesen Spinnen kämpfen. Bitte. Das wird doch nichts. Ich habe keinen Bock drauf. Pass auf, nächster Monolith-Boss-Spinne. Ja, ja. Das ist doch klar. Warte mal, wirklich jetzt? Ja. Nee. Weil wir doch gegen diesen Schatten schon mal gekämpft haben. Oh mein Gott. Nein. Oh, nee. Wer baut denn hier sein Camp hin? Fühl ich nicht, muss ich sagen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Hier müssten wir jetzt so zwei, drei Quests abgeben können. Ja. Habe ich jetzt ein neues Fest angenommen? Ehrlich jetzt? Das war mir ja gerade viel zu stressig mit dieser Kackspinne, ne? Hat man gar nicht gewählt. Nicht? Gut. So, Zwangsarbeit kann ich auch noch irgendwas machen. Hast du das hier gesehen? Äh, Wagner? Guidance, Konzept der Materi... Nö. Ich weiß, dass du es geschafft hast. Nicht schlecht. Rosetta looks like he's fast. Ich weiß nicht, dass du hier nicht. Oh Ähm, ich hab Äh, Waffenfragmente bekommen Mhm, ich auch So, jetzt kann ich die verlassene Puppe noch abgeben Und dann bin ich hier, glaub ich, mal durch mit Abgeben von Quests Ja Die Kackpuppe Fand ich auch nicht cool, die Quest Fand ich absolut gar nicht cool So, sollen wir Jetzt Was ist das denn? Ja, gut, läuft aber nur noch drei Minuten Äh, ja, Rüstung haben wir auch schon freigeschaltet Das geht echt gut, klar So, ich bin zurückgereist Ja, ich auch So, und jetzt müsste ich doch theoretisch erstmal zerlegen Oh ja, gute Idee 58 Teile Läuft Ja So Und, äh, Anlagen Weiterentwickelte Ausrüstungswerkbank Ich stelle die jetzt einfach erstmal hier hinten hin Das wird später noch alles Beziehungsweise das werde ich morgen dann alles aufräumen So Und die weiterentwickelte Nachschub Ne, die habe ich schon Ich hatte noch eine fortschrittliche Aber mir fehlen Stahlbachen, du willst mich doch verarschen Eine fortschrittliche? Danke, dass das Spiel nach so vielen Stunden auf die Idee kommt, mir das Menü zu erklären Ja Okay, Lala Gute Nacht dir Schlaf gut Und dann bis morgen oder so Gute Nacht Ja, ich muss erstmal ein paar andere Davor freischalten Viele andere davor Die fortschrittliche Nachschubbergbank habe ich jetzt Warte mal, habe ich immer noch fünf Schiff drin? Ich könnte sogar eine fortschrittliche Ausrüstungswerkbank herstellen Wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe doch eben hier irgendwas Was suchst du denn? Ne, Schut habe ich nicht Ne, ich kann auch nichts fortschrittliches machen Oh wow, die sind einfach Tier 4 Aber ich habe gar keine Baupläne für Tier 4 Waffen So Baupläne Wieso erklärst du mir jetzt das Bauplan? Ja, genau das habe ich mir auch gedacht Das Spiel denkt sich besser spät als nie Hm, ich merks Ja, ich weiß Oh alter, nerv nicht Wow, ich habe überhaupt keine Baupläne Um meine Skar zu upgraden Ich auch nicht Dezent nervig Was ist das denn hier? Das Problem ist, der Text ist so weit oben Dass ich nicht lesen kann, was das für eine Waffe ist Das ist eine DB, eine Schrotflinte Stufe 3 Möchte ich eine Schrotflinte benutzen? Weiß ich nicht Nein, ich auch nicht Weil das ist halt das Beste, was ich aktuell haben kann Weil ich kann ja nichts Besseres herstellen, wenn ich keine Keine Pläne dafür habe Naja, aber du kannst trotzdem die Waffen auf Stufe 3 upgraden Wie? Was meinst du? Hä? Hä? Ich weiß nicht, was dein Problem ist Okay Problem erkannt, Problem gebannt Man kann da draufklicken? Nein Oh mein Gott Man kann da fucking nochmal draufklicken? Ja Das ist ja Das wusste ich natürlich. Ist gar nicht aufgefallen. Dann ist ja gut. Ja. Gerade nochmal gut gegangen. Hast du noch Vanadium-Kristall? Zwei Stück vielleicht, reinzufällig. Boah, musst du in die Truhen mal reingucken. Das wäre ultra gut. Weil dann kann ich mir die lila Handschuhe herstellen, die ich eben gefunden habe. Hm. Deine Katze turnt auf dem Dach rum. Wo auch sonst. Ähm, ich habe keinen Zugriff auf deine Truhen. Wo muss man das einstellen? Ich glaube unter Hive. Nee. Ach, wir sind gar nicht Urlaub. Ja, warte. Äh, Freundschaftsberechtigung. Ähm, Freunde? Ja, und dann musst du mich anklicken. Und dann unter... Oben, oben, unter meinen Logos. Genau. Einmal draufklicken. Ach so. Und da kannst du dann sagen, was gemacht werden darf. Okay. Habe ich bei dir übrigens jetzt auch gemacht. Oder muss man das noch irgendwie... Ah, jetzt darf ich drauf zugreifen. Ach, okay. Hippie. Ich brauche... Ich brauche... Ein Suchfeld. Ich weiß doch nicht, wie die Vanadium-Dinge aussehen. Kann ich dir auch nicht sagen. Warte mal, wenn ich jetzt Zugriff auf dein Lager habe. Ja. Perfekt. Das funktioniert tatsächlich. Hast du jetzt von meinen Materialien geklaut, oder...? Ja. Es kann nur eine Schlüsselrüstung gleichzeitig aus... Willst du mich eigentlich verarschen? Hehehe. Ähm... Möchtest du... Super-Dopa-Mega-Handschuhe haben? Ich habe... Ich habe kleine Sachen... Hm? Ähm... Hast du auch diese... Äh... Das Barrett auf? Ja. Ja, ich glaube, das ist diese Schlüsselrüstung. Ja. Hab ich auch auf. Hm. Ich habe... Okay, cool, dann... Nein, warte, ich geh wieder zu mir rüber, weil sonst verbrauch ich deine Ressourcen. Mhm. Obwohl ich frage mich, ob unsere Lager jetzt auch so zusammenzählen. Nee, ich glaube nicht. Aber eigentlich dürfte das nicht gebietsübergreifend sein, das glaube ich auch nicht. Es könnte natürlich sein, weil wir aneinander kleben, dass es das der Fall ist dann. Mhm. Gut, dann werden es die Sprengstoffhandschuhe... Tier 4 kann ich natürlich noch nicht herstellen, aber Tier 3. Okay. 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 Mhm. Mhm. Ausrüstung. Hier kommt der... Nein. Wie, ich hab da kein... Da ist doch ein Mod drin, ich bin doch nicht blöd. So, da kann jetzt aber ein besserer Mod rein. Oder eine bessere Mod, je nachdem. Wow. Und die ist noch nicht kalibriert. Ja, ich hab mir auch die Pistole hergestellt. Mhm. Und, äh, die ist Hardcore. Es ist so krass, was für einen Unterschied es einfach macht. Mhm. Oh ja. Ja. Auch allein, was die, äh, besseren Mods für einen Unterschied machen. Äh. 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 So, ich muss auch mal pennen. Gute Nacht. Und falls ihr nächste Main-Boss noch angeht, schickt mir einen Timestamp im Wort. Das will ich sehen. Hehehehe. Ja, ich glaub, das kommt erst nächste Woche Dienstag. Ja. Ich glaub, heute Abend um zwei Uhr nachts, ähm, kann man sowas nicht mehr machen. Mhm. So, jetzt kalibriere ich noch, was ich noch kalibrieren kann. Oh, ich muss auch noch eine bessere Waffe bauen. Oh, warte mal, ich hab lila ne Schuhe. Könnte ich natürlich auch mal nehmen, ne? Mhm. 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 Also, Dampfer, ich wünsch dir einen schönen Abend, ne? Und, äh, schlaf gut und und und. Und dann sieht man sich morgen. So, dann habe ich mir doch noch eine neue Pistole hergestellt. Genau. Die kann ich auch noch. Ach, guck mal, die kann ich sogar sieben mal kalibrieren. Dafür brauche ich nur viel mehr Stahl. Ja, das ist Hardcore, was du da brauchst. Äh, Ausrüstung. Äh, dann habe ich da nur ne grüne Mod drin. Äh, hier kann ich bestimmt... Ja. Kommt das rein. Und dann ist das schon deutlich höher als die alte Waffe. Ja. Grass. Ja, ich mach einfach fast 100 ST, äh, 100 Schaden mehr. Ja, bei mir waren es 200. Ja. Ich hab auch S, ich weiß nicht, wie oft hast du kalibriert? Oh, weiß ich grad gar nicht, warte. Äh, viermal. Ja, okay, ich hab S zweimal kalibriert. Mhm. Ja, ich denke, das werde ich dann auch definitiv morgen noch, äh, gucken, dass ich da genug Eisen farme. Das werde ich jetzt nämlich, äh, das kann ich ja lieber morgen nebenbei machen. Ähm, wenn ich da in den Stream gucke oder wenn ich einfach ein bisschen doof vor mich hin daddel, ohne dass, ohne dass mir irgendjemand Fremdes dabei zuguckt. Mhm. Mhm. Das hab ich auch so als Idee. Mhm. Yes. Also ich bräuchte echt eine interaktive Karte, wo auch Ressourcen drauf sind. Das ist echt ein bisschen schade, dass es die nicht gibt. Du kannst dir allen möglichen Scheiß ein- und ausblenden lassen. Jede Kiste, alles. Nur die Ressourcen nicht. Ja, war doch klar. Ja, natürlich. Stimmt, was habe ich eigentlich erwartet? So, da kann ich nochmal 24 herstellen. Dann kann ich meine Waffe nämlich noch ein bisschen aufkalibrieren. Calibrating. Was ich ein bisschen vermisse bei dem ganzen Spaß hier, ist das Snappen. Äh, Snappen. Ja. Dass man alles einfach ein bisschen besser ausrichten kann, ne? Ja. So, 518, 719. Ja, ich mache jetzt auch 200 mehr Schaden. Warum leuchtet es hier? Hier. Hier ist nichts, was noch leuchten könnte. Ich habe alles... Ich war auf allem einmal drauf. Ach, was ich noch machen könnte, ist, ähm... ...die Mods aufzuwerten. Äh, gerade die lilanen. Das müsste eigentlich gehen. Hä? Äh, so. Dann habe ich hier noch einen drin. Und den in meiner Waffe möchte ich auch gerne upgraden. Oh, Moment. 357 Schaden, 481, nee, ich mache jetzt 100 mehr Schaden. Ich habe bei, äh, der Gesamtbewertung von dem Ding geguckt. Oh. Aber... Das Ding hier hat noch eine Mündung drauf. Danke für die Follow, Fenix. So, was kommt hier noch mit drauf? Ja, ich mache jetzt 130 mehr Schaden. Ich glaube, ich rüste die Waffe tatsächlich auch noch mit aus. Anstatt meiner, ähm... Anstatt der, ähm, den Präzisionsgewehr. Mhm. Also, das Präzisionsgewehr würde ich an sich nur nehmen, wenn du keine Pistole hast. Also... Ja. Das hat gerade irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gezeigt. Ja. Oh. B, L. Dafür brauche ich natürlich auch wieder ein bisschen Stahl. Mit ein bisschen meine ich abnormal viel. Mhm. Gerade mal, worum ich, äh, gerade einen Fokus drauf gesetzt habe. Äh, wie heißt das gleich noch? Den Hochofen herzustellen. Mhm. Aber anstatt die Waffe zu upgraden, mache ich mir erstmal bessere Kugeln. Weil, äh, wenn ich meine Kugeln habe, bringt mir auch eine gute Waffe nichts. Habe ich mir sagen lassen. Äh, ja. Aber den Stahl würde ich erstmal verwenden, um die Grundlagen zu verbessern. Was für Grundlagen? Naja, dass du mit dem Hochofen schneller Stahl herstellen kannst. Was? Ja. Verkürzt du die Zeit. Ich glaube, du kriegst sogar mehr, äh, Stahl dabei raus. Hi, hi. Äh. Hi, hi. Ich habe nicht mal einen Hochofen. Ja. Genau. Wo ist das denn? Ich habe, ist das der elektrische Schmelzofen? Genau. Aber ich habe ja keinen Strom. Deswegen, Fokus auf Solarzellen. Hm. Brauchst du nämlich 15 Stahl für. Wow, mir fehlt ein Stahl. Dankeschön. Karma. Halt die Fresse. Das sehe ich nicht. So, Munition. Hier möchte ich gerne die hier verwenden. Oh, Stahlbarren. Mehr Ertrag. 30% weniger Ressourcenverbrauch. Hm. Hä, wie, wie, wie machst du das denn da dran? Du schmeißt einfach deine Sachen rein und dann schmilzt er durch. Oh, ich brauche auch keine Kohle mehr dann, ne? Ja, genau. Oh, wie gut. Oh, guck mal, wie schnell der fertig ist. Oh, was zur Hölle. Ich sitze hier meine 5 Minuten vor diesem scheiß Schmelzofen und bei dir... Ja, ja, ja. ...rotze das halt einmal in einem durch. Aha. Ach, komm, dann stellen wir gleich nochmal 30 Aluminium her. Na klar, warum nicht? Oh, guck mal, du kannst auch einfach die Steine reinschmeißen. Hm. 5. Hm, ich glaube, ich werde morgen noch die nächsten 5, äh, Teleportationstürme abfahren. Ja, dann lass uns das aber mal zusammen machen. Weil dann bin ich hier zumindest schon mal ein klitzekleines Stückchen näher an, ähm, an den 3 Sternen und den nächsten 40 Schiffen dran. Warte mal, wo war das denn der Kunden? Genau, da fehlen mir jetzt noch drin. Alter, ist das krank. Und der macht die auch parallel. Ich lass eine Nachricht im vergessenen Monolithen. Ich lass eine Nachricht... Ich muss mal eben kurz zu einem Monolithen. Äh, ja, da komm ich mit, wenn du kurz wartest. Ja. Der macht die Kacke parallel. Habe ich das erzählt? Ja, jetzt. Was ist denn mit dem? Geil, oder? Ja, richtig gut. Aber warte, ich muss mal eben noch fix Batterien holen. Mhm. Ähm, ich muss nur... Wie können wir denn Nachrichten unterlassen? Dazu muss ich die wahrscheinlich erstmal wieder anstellen. Du kannst Kommentare noch im Flüsterfenster ansehen und suchen, aber die... Standortverfolgungsfunktion kannst du nicht verwenden. Ja, das interessiert mich nicht. Ich muss jetzt erstmal googeln, wie ich eine Nachricht hinterlassen kann. Äh, du brauchst... Ähm, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du an deiner Nachschubwerkbank einen Schmetterling hergestellt? Jetzt schon, ja. Und man sollte nur einen hinterlassen, ne? Ja. Gut. Oh. Ja, ich mach noch einen zweiten. So, äh, wir könnten zum Monolithen der Gier gehen. Das war der erste, den wir gemacht haben. Und der ist jetzt verlassen? Haben wir auf dem Interportationsturm. Ja, ich denke, wenn wir den gemacht haben, sollte er verlassen sein. Oder ist das der da unten? Warte, welcher da unten? Der. Nee, du, bei deiner Karte. Hä? Nee, bleib mal wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt ein Stück nach rechts. Das links. Aber rechts ist kein Monolith mehr. Ja, warte, da. In der Mitte jetzt. Das ist kein Monolith. Das ist ein Spaltanker. Ja, und da drüber das Teil. Was aussieht wie ein Monolith. Achso. Hätte ich jetzt gedacht, oder? Weil der sieht irgendwie verlassen aus. Alle anderen hatten ja noch ein bisschen... Nimm dir einen zweiten mit. Und dann probieren wir einfach beides aus. Ja, ich hab mir grad zehn Stück gemacht. Okay, cool. Ja, ich hab zwei gemacht. Ups. Alter, geht das schnell. Aber wo bist du hin? Ach, du bist da unten hin teleportiert gleich. Mhm. Mhm. Direkt erst mal einen Anker werfen, weil ich mich natürlich wieder verfahren habe. Selbstverständlich. Wer kennt's nicht? Genau. Aber ich glaub, morgen werde ich auch ein... ...Bau-Stream machen. Mach das, mach das. Mach das, mach das. Vor allem jetzt, wodurch... ...wodurch mit der Schmiede das so schnell geht. Oder schmelze. Wie verwende ich jetzt diesen komischen Schmiede-Ling? Äh, unten in dein Inventar rein. Ich muss ihn erst mal wiederfinden. Der ist unter... ...Material. Äh, nee. Ja. Da unten. Erster Tab, ganz unten. Letztes Item. Achso. Richtig. Äh. Hier. Richtig originell. Oh, Lea-Forschungs-irgendwas. Das ist gut. Das nehm ich. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich nehm's einfach. Also bei der Reise hab ich jetzt was fertig. Aber nicht bei... Äh... ...der Saison. Okay, dann war das wahrscheinlich. Warte. Hey, hey. Oh. Territorium-Schutz bin ich durch. Besiege-Gegner mit Wurf geschossen. Oh, und Angeln. Willst du mich verarschen? Okay, dann, äh, probieren wir... Warte, was haben die anderen denn hierhin gemacht? Okay, da stehen auch keine Hinweise drauf. Okay. Da stehen auch keine Hinweise drauf. Und dann geben wir die Ideen aus. Welche andere? Äh, der Gear. Ach, der. Ach ja, da bin ich eben schon nicht durchgekommen, da werde ich jetzt auch nicht durchkommen, oder? Nee. Oh, doch. Okay. Nee, hier kommt man nicht weiter. Doch. Ha! Ich komm da durch. Bin gut. Oh, Mauer. Ich komm zum Monolithen der Gear. Oh. Du bist mit dem Teleporter gejumpt? Okay. Ich hab noch keine Lust, da hinzufahren. Ja, ja. Also, so richtig verlassen ist der hier jetzt. Nee, hier aber... Nee, nee, du hast mich nicht gesehen. Probieren wir es einfach hier nochmal. Hm? Oh, falsch gefahren. Ob das jetzt funktioniert, ob der den platziert. Hä? Mein Schmetterling ist weg, aber... Hier ist keine Nachricht aufgeploppt. 1800 Schaden. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drin überhaupt welche platzieren können. Es dauert, bis es erscheint. Wieso kann ich denn... Ach, ich hab Durst. Okay. Nee, meins kommt nicht. Ich glaube, ich hätte das hier draußen platzieren müssen. Du hast... Äh, hast du zufällig noch einen für mich? Ja. Warte, ich mach eben noch. Wie macht man denn Handel? Äh, Z und dann auf Handel. Und die Teile kann man nicht handeln. Oh, ehrlich jetzt? Oder geht das nicht, weil du die unten in deinem Inventar drin hast, in deiner Leiste? Ich glaube, deswegen geht das nicht. Äh, nee, die kannst du nicht handeln. Nein! Dann, äh... Aber du hast deinen hier platziert, oder? Ja. Hast du die Quest fertig? Nee. Okay. Das war, äh, Saison, ne? Mhm. Welche war denn das? Nee, müsste jetzt schon markiert sein in zwei und dann auch, äh, Erkundung. Nee, in zwei. Genau. Und dann lasse eine Nachricht im vergessenen Monolithen. Der wird hier auch nirgendwo eingeblendet. Nee, eben deswegen. Naja, dann lassen wir das erstmal. Ja. Schade, ich dachte, das wäre jetzt so eine Aufgabe, die man mal eben easy peasy nebenbei machen könnte. Mhm. Uh. Dann teleport back home. Jo. So, aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich werde jetzt mal Feierabend machen. Äh, bitte was? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie müde. Ja, die Zeit ist auch übelst, äh, durchgeknallert. Ach, was meinst du? Wir sind jetzt... Also, ich bin jetzt seit fast zehn Stunden live und ich habe heute Morgen schon drei Stunden gestreamt. Bleh. Genau. Ich bin neun Stunden 51 live. Ja, stimmt. Wir sind ja, haben ja gleichzeitig angefangen. Jo. So, aber eine Sache wollte ich nur ausprobieren. Uh. Boah. Uh, Legierungsspitzhacke. Die machen wir doch... Nee, ich bin überhaupt nicht müde oder so. Oh, das werde ich morgen bereuen, weil ich weiß, dass ich sowieso wieder so um sieben, acht Uhr aufwache. Oh mein Gott. Ja. Das ist übel. Hm. So, was ich aber vielleicht jetzt noch eben bauen wollte. Ich wollte mal gucken, wie diese Holzfällerplattform aussieht. Ich weiß gar nicht, was ich jemals wieder mit so viel Kupfer soll. Äh, durchbraten. Ja, aber was, was, was mache ich denn damit? Ja, die brauchst du zwischendurch auch für andere Sachen zum Bauen zum Beispiel oder sowas. Hm. Warte, gleich sind die Batterien fertig. Mhm. Ha, ha. Oh, da ist sogar eine kleine Leiter dabei. Dann stelle ich noch ein paar Sinterziegel her, die dann über Nacht durchschmelzen können und dann kann ich morgen hier ein bisschen weiter basteln. Zumal ich ja auch noch Stahl für meine Holzdecke brauche. Ich glaube, ich brauche pro Slot fünf Stahlbarren. Bäh. Ich glaube, ich mache das nicht. Ich glaube, ich nehme einfach normale Stahl, äh, normale Holzdecke. Noch ist es viel zu teuer. Noch brauche ich das Stahl ja noch für andere Sachen. Sobald ich das halt nicht mehr brauche, ist es egal. Aber jetzt gerade. Hm? Hm. Die Drohne hat den einfach weggeschossen. Oh, hast du, äh, einen Holzfäller gebaut? Ja. Und der fliegt dir dann auch noch wieder zurück. Oh, wie geil ist das denn? Voll gut. Das ist so, hier, du arbeitest jetzt hier. Alles, was verloren ging, habe ich als Aufgabe bekommen. Okay. Ah, wegen T-Man. Okay. Was? Äh, der Typ, der uns, äh, die Sachen mit den, ähm, Dungeons gemacht hat. Ach so, ja. 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 Oh, und Kupferbarren brauchst du für Solarzellen. Nur so nebenbei. Alter Schwede, 99 Stück in 42 Sekunden. Läuft. Ah, der kann zwei auf Eimer machen, okay. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, hier? Weiß ich nicht. Ja. So, hier werde ich, denke ich mal, das, ähm, die Treppe dann hinmachen. Genau. So. Äh, hi, äh, was hast du um dein, um den Hals? Ich bin mir nicht genau sicher, was du meinst. Also ich habe eine Kette um den Hals. Pentagramm, ein Hexenzirkel. Was? Nein, das ist so ein Herzchen. Und, und Initialien. Ansonsten habe ich nichts um meinen Hals. Hm, sagen sie alle. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Oh, äh, guck mal. Ich hab was herausgefunden. An den Spiegeln kann ich mich umgestalten. Uh, nice. Also wenn du noch mal was ändern möchtest, ne? Hm. Here you go. Oh, und ich werd einen einzelnen Raum bauen, wo ich nur Lagerzeugs reinmach. Oh ja. Ich komm gleich auf. Auf jeden. Wir machen jetzt nicht Feierabend. Ja, okay, ich komm eben. Bin mal kurz auf gar noch. Jo. Ja, okay, ich komm. Oh, holy shit. 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 Okay. 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 Äh. Ähm. 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 Mein, mein, mein elementarer Gedöns hat mich gerade durch meine Bude geschoben. Ich bin übrigens wieder da. Ja, willkommen zurück. Danke, danke. Äh, ich wollte gerade sagen, wächst da irgendwie Gras bei dir durch, aber das ist der Schatten, ne? Ja. Das ist der Schatten von dem, was hier mal war. Oh mein Gott. Ähm. Kannst du, was auch immer das da für eine Sprache ist, zufällig? Nee. Hop, Konstruktor. Ähm. Ich mach mal eben die Nachrichten wieder aus. Ich will das nicht in meinem Haus stehen haben. Ja, das hab ich auch bei mir überall gemacht. So, bei der Reise habe ich noch Sachen abgeschlossen. Ähm. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen mir denn jetzt noch bis zum nächsten... Äh, ich bin gerade erst aufgestiegen. Okay, ich verstehe. Nemetiken habe ich keine mehr. Oder Chiffrin oder wie auch immer. Ah. Ich kann... Ausrüstung, Handschuhe, Mods... Hier kann ich in lilanen Mod ausrüsten. Dann machen wir das doch direkt mal. Uh, nein. Oh. Dann habe ich nämlich schon... Ich glaub drei oder vier lilanen Mods drin. Richtig gut. Okay, lila kann ich noch nicht auf der Waffe. Hier kann ich auch noch kein lila. Du musst auch tatsächlich jedes einzelne Rüstungsteil durchgucken. Hier kann ich auch noch kein lila. Nee. Oh, hier. Opa-la. Warte mal, du hast ja jetzt diesen elektrischen Ofen, ne? Dann kann ich ja jetzt dann in Aluminiumfarben gehen, das bei dir schmelzen und mir dann bei dir eine Aluminiumspitzhacke herstellen. Ja, du müsstest aber auch noch ordentlich Aluminium haben. Warum? Hast du noch keins abgebaut gehabt? Doch, aber ich kann es ja noch nicht schmelzen, oder? Ja, ja, aber ich meine, wenn du alles mitnimmst, du müsstest es ja im Inventar noch haben oder in der Ruhe. Ja, so viel habe ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt, wenn ich das hier noch mitnehme, vielleicht so um die 50 Aluminiumerz. Ja, okay. Und du brauchst Säure dafür. Säure? Woher kriege ich denn Säure? Hast du von jedem Gegner fast aufgehoben. Achso, ja gut. Dann sollte ich davon... Da habe ich irgendwie so 300 Liter gefühlt. Ähm... Ja, ich habe jetzt gerade vier, aber ich kann, äh... Ich habe garantiert noch irgendwo welche in irgendwelchen, irgendwelchen Drohnen rumfliegen. Da bin ich mir fast... Äh, ja, hier sind noch 257. Hm, nice. Ich muss mal kurz deinen Ofen belagern. Dürfte ja nicht lange dauern. Nicht wirklich. Gib ihm. Oh, ich kann nur noch keine Wolframmspitzhacke herstellen. Das geht erst mit der besseren. Hm. Achso, Moment. Ähm... Das war die falsche. Und hier möchte ich jetzt gerne die... die... Legierungsspitzhacke herstellen. Nice. Und dann kann ich Wolfram abbauen. Ja. Aber damit kannst du noch nichts anfangen. Oder? Nee. Ich habe die, äh... Sachen noch nicht genommen. Aber dafür kriege ich jetzt mehr raus, wenn ich Sachen abbaue. Du kannst mal gucken, wie viel du jetzt rauskriegst, wenn du, äh... einen Baum oder so abbaust. Das müssen nämlich mehr als 18 sein. 25. Ja. Gib mal eben noch mal, äh... sechs mehr. Ja. Voll gut. Aber... verbrat bitte nicht zu viel am Hochofen. Weil, äh... die Sachen genutzt, die in meinem Inventar waren. Und... dann konnte ich aber direkt danach noch mal was herstellen. Und das wären dann die Sachen aus deinen Truben gewesen. Die hab ich aber nicht genommen. Okay. Gut. Äh, ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ja, ich bis gerade eben auch nicht. Aber ich wusste, wie viel Aluminium ich im, äh... Inventar habe. Ah, okay. Drei Minuten für 99 Sinterbahn. Älter. Läuft. Jo. Also diese Plattform. Eigentlich wäre das ja optimale hier hinten in der Ecke. Und zwar genau so rum. Und dann kann da... ...nehm ich wieder Holz drauf. So. Komme ich nämlich hier hoch. Das Ding steht falsch rum. So. Dann gucke ich noch eben, dass meine Figürchen hier das richtige Licht bekommen, damit die sich wohlfühlen. Die hätten gerne rotes Licht. Musik passt so. Mh... Mobilisierung, Beleuchtung, rotes Licht. Ich hab kein... Ich hab nicht genug Holz im Inventar. Ich werd wahnsinnig hier. Weil dann arbeiten die über Nacht zumindest schon mal ein bisschen effizienter. Ja. Ich hab grad noch was gesehen. Ähm... Was auch interessant ist. Äh... Wenn wir lieber mit auf die Landwirtschaftsplattform setzen, dann arbeiten die noch effektiver. Ja. So. 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 Was haben wir? Jetzt bräuchten wir hier noch ein neues Radio. Äh... Wo war das denn nochmal? Heimunterhaltung. Radio. Ja. Wie rum? Das ist hinten. Hm. Oh-oh. Wow. Man kann die Atem... Oh Gott. Hehehe. Ja. Genau. Die wollen nämlich Erntungkapazität. Ja. Und das Papierfigürchen ist mir egal. Aber ich werd jetzt definitiv die Feierabend machen. Ich muss schlafen. Ich bin ultramüde. Mhm. So. Dann werde ich euch aber noch an Pinky weiterleiten. Warte! Ich mach nämlich auch Feierabend. Dann, äh... Ja. Machen wir das wie gehabt. Äh... Und wir machen Weiterleitungs-Raid. Äh... Alles klar. Machen wir so. Genau. Also an alle, die noch verblieben sind. Einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schlaft gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Also morgen. Da machen wir einfach nur so ein bisschen. Bauen. Und Ressourcen sammeln. Und Rüstung upgraden. Und, und, und. Und Teleporter abfahren vielleicht. Genau. Bis dennööööö... Ciao. Bye bye. Bzw. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.